Willkommen zu Beyond Two Souls. Das habt ihr euch lange gewünscht. Das spielen wir heute komplett durch. Schreibt gerne weitere Spielempfehlungen in die Kommentare und jetzt entspannt euch, lehnt euch zurück, kuscht euch in die Deckchen ein und wir fangen an. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe, die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern, muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey. Sie reden nicht viel was. Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen sie umgehend Kontakt her. Verstanden? Sie müssen sie stoppen! Was? Sie verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Moment. Was ist hier los? Ich lerne, dass ihr heute reinkam. Wo ist sie? Ich bin. Ich bin. Das geht einfach mal. Und das ist wirklich sehr schön. Ich versuche dich an. Ich werde es dir helfen. Auf jeden Fall. Ich werde es runter. ich habe flashbacks vom wochenende hallo an alle passen sie mit dem ton jodie was hast du getan ton ist gut musik ist das mache ich jetzt gleich aus heute spiel auch schon seit jahren durchzocken danke machino vielen vielen dank und danke weit paladin spielst du remastered edition ja wir spielen jetzt auch chronologisch das ist nicht wieder so durcheinander sind diese zeitsprüngchen und fangen als kleines mädchen an da bist du ja wie geht es dir heute jodie gut ich störe dich nicht gern beim spielen und so aber ich glaube es wird zeit süße hallo entbossi wir lernen aufzustehen leute genau bald ist auch blut an der wand geht es nicht lang jodie na gut dann komme ich halt mit volles schönes zimmer eigentlich voll schön groß gehen wir nicht auf die eier stöck die tun halt eh schon weh genau okay welchen wartet auf uns was willst du von mir wir gehen mal in die a 130 hey jodie na wie war bisher dein tag ziemlich gut bei mir ist jetzt 8 uhr morgens ich bin 170 circa 122 so lassen wir hinsetzen jetzt okay wir setzen das hier jetzt auch ist nicht schlimm genau wie eine krone oh ja jetzt bist du eine prinzessin keine sorge es ist alles in ordnung mein schatz ich bin dem mann wenn irgendwas ist okay hey jodie kannst du mich hören okay los geht's kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen karten wie du gut wir wollen jetzt dass sie eine karte zieht und sehen dann ob du sagen kannst welche sie gezogen hat glaubst du das wird gehen es ist so schwer nicht zu spoilern gut okay dann geht's los erste karte ah ok alles klar ist also der stern uhr okay ich könnte so etwas gucken was ich glaub ich glaub ich glaub ich hab schon gesehen dass er es kann Nochmal geiern Jetzt hat sie es Quadrati alle Nächste Karte Es reicht doch jetzt, du hast gesehen, dass ich es kann, verdammt Zieh das jetzt nicht in die Länge Na gut, die wollen halt, dass ich es wirklich kann So, jetzt hat sie die Wellen Alles klar Wirklich gut, Jodie, versuchen wir mal was anderes Mensch, die hat Kräfte Das spielt dreimal durch und die weiß ich auch Was wollen die denn jetzt schon wieder von mir, wie verdammt Das macht Spaß Äh, wieso ist der blaue Punkt da unten im Schritt? Ich dachte gerade, ich kann hier in Müsli zwicken Im Land des senkrechten Lächelns wird nicht gezwickt Marcel, danke für den Sabi Vielen, vielen Dank Merci beaucoup So, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt umschauen Das war's Es tut mir leid, aber mir reicht Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei Die Tür ist verschlossen Nein, Hesley, sie ist nicht verschlossen Arme Frau, aber echt Oh, Klo hat mir auch weh Du musst jetzt damit aufhören, Jodie Ich mach doch überhaupt nichts Warte, das Eiden Du solltest nichts anfassen Ich sitz nur ganz lieb da Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei Ihr seid auch schöns vor, dein Kind Es wird niemals vorbei sein Danke, Blairic Für deinen Sab Vielen, 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 vielen Dank Und viel Spaß mit den Sabs Danke für die ganzen Sabs, Leute Ihr seid doch verrückt Ich würde einfach an ihrer Stelle lügen Ich würde sagen, es geht nicht mehr So, sie und Prozent der anderen Spieler Haben diese Wege genommen Experiment abgebrochen Nichtspiele, ah, okay, die meisten haben Nicht gespielt, der Weg Gleich in Ruhe gelassen Okay Interessant Das sieht man jetzt nach jedem Nach jeder Szene, was die Leute gespielt haben Das ist cool Und der Baba schenkt einen Sab an Aloy What the fuck, fünf Sabs Du verrückte Nudel Lese ich gleich vor Ich lese gleich alles vor Ich bin der Hund, wenn mir jemand was Wichtiges erzählt Ding, 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 ding Was hast du gesagt? Ach ja, Schnee Ich vermisse es, Leute Ich hatte dieses Jahr gar keinen Schnee Ich bin vom Sommer in den Sommer Und komme in den Sommer zurück Hey Schätzchen Sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum Willst du nicht was spielen gehen? Nicht vergessen Oh, ich will auch Schnee Ihr hattet auch alle keinen Schnee So, ich lese kurz die Sabs vor Achten mal, ich kann in jeder Zeit rufen Jetzt können wir das Feuer ausmachen Ich möchte nicht, dass die Weihnachten haben Wenn ich keins haben kann Heip, heip, heip Dank Nuli habe ich jetzt noch eine Schweizerin gefunden Bin nämlich aus der Schweiz Ach, wie süß, Hotdog Die Schweizer, die Haupten zusammen Genauso wie die Wiener Mutter, red mit mir Mutter Deswegen kannst du dich trotzdem umdrehen Mit mir reden Ich berühre dich so oft ich will Hey, was ist los? Nicht Ich wollte nur mal knudeln Oh So, ich will noch mal anfassen Jetzt kann ich nicht mehr Ach man, ich wollte meine Mutter doch berühren Gibt's mir noch so Feines? Kann ich da hinsetzen? Ich würde da jetzt einfach sitzen und rausglotzen Genauso machen wir uns jetzt Wunderschön Schaut mal Ach ja Leute, Kind sein In den Schnee spielen Wie geil war das noch Wenn ich das jetzt als Erwachsene mache Sagt jeder, ich bin geistig am Arsch Ich habe keine Freunde Ach, das ist ja toll Komm, wir suchen mal ein bisschen das Haus Hallo Panda Panda, 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 Panda Let's go Go, go, go Warte gerade das YouTube-Logo auf deinem Kanal Werde es im Discord im Chat von Gnu-Fenner Dankeschön, da bin ich gespannt Mit Nähe an den Mund Gnu, halten wenig I try I try Der Raum hier ist so leer und groß Aber es hat sich ja in fünf Monaten wieder erledigt Da bin ich wieder zurück Hallo Holzhüte What the fuck Oh mein Gott Was passiert denn hier? Gero Wie viele Subs hast du verschenkt? 20 What the fuck? Gero, bist du verrückt? Gero hat an Simi Castle einen Sub verschenkt An Janko, an Yusuf, an Gott Anubis, an Cutes, Hany, an Mozi Cosplay, an Fossili, an Franzi, an Michelle, an einfach Joe, an der Eisbärhund, an Shadow, an Tim Tiger, an Hihoch, an JJ, an Danny, an saftiges Nutella Sorry Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Das ist jetzt so unpassend, stört mich nicht Klar, kein Problem An Skytalks, an Santo, an Like Ani und der Marcel hat auch nochmal sieben Abos verschenkt An Bernd, an Kalle, an Melissa, an Gnuli, an Stefano, an Stark, an Shirin Marcel und Gero Seid ihr verrückt? Oh mein Gott What the fuck? Das explodiert ja alles Jetzt mal einen fetten Hype hier rein machen An alle, die jetzt ein Sub geschenkt bekommen haben Vielen Dank, das ist ja voll ehrenvoll Ihr seid, ihr fühlt euch geehrt Ich spiele jetzt hier ein bisschen Scheiß auf das Öl der Mutter Hey Feenblüte Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee Okidoki, wir nehmen ein Auto Ein tolles Auto Oh, ich will das nicht weiter spielen Das ist ja richtig geschehehaft Und es fährt richtig, richtig schnell Mein Gott Ja, Fahrt Sind da, na gut, dann los Hier lang Was für ein hübsches Haus du da hast Ja, es gefällt mir sehr Ich hab es von meinem Mann zum Geburtstag Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein danke Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut Er ist gerade auf der Arbeit Voll gruselig Er ist ja so fitzend Lass das, Aiden Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will Das Little Nightmare Spiel gekauft Richtig cool Vielen, vielen Dank, ihr Lieben Für die ganzen Subs Das ist ja Wahnsinn Also echt, danke schön Das ist ja verrückt Das ist echt total lieb So, jetzt holen wir mal das Öl für die Mutter Wo auch immer das sein soll Öl müsste eigentlich in der Küche sein Verdammt Groß Ken Stimmt So viel zum Thema Gleichberechtigung Das Spiel heißt Beyond Two Souls So, jetzt mal schön in die dunkle In dunklen Ich würde nie mein Öl hier rein machen Ich würde das Öl auch noch zum Kochen Das Öl ist in der Garage Aber warum? Das macht doch gar keinen Sinn Bestimmt muss mir jetzt meinen Aiden helfen Das runterzuholen Boah, wie gruselig Das ist ja schon ein bisschen spooky Das habe ich jetzt aber nicht erwartet Oh Gott, ich komme mir vor, als hätte ich gezogen Ich glaube, wenn es so weitergeht, haben fast alle im Chat jetzt einen Sub Das ist echt ganz bunt Ey, der ein Der nervt ja nicht Dankeschön, Cutie Können die eigentlich aussuchen, wenn ihr den Sub gibt Oder ist das immer zufällig? Jetzt geht die Tür doch gerade zu, oder? Ich sehe es doch richtig Der Kiosk ist ja voll gruselig Olivenöl Ich will unbedingt sehen, wie Aiden aussieht Danke, Schätzchen Aussuchen Ach, cool Und jetzt kriege ich wenigstens eine Umarmung, eine Berührung, irgendwas Ich suche mal weiter das Haus Oder kann ich raus? Ne, ich kann nicht raus Hey Schätzchen Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt Ist die mir gerade zugehört? Schatz, Schatz Nimm den Mantel Es ist wirklich kalt draußen Die Suchuk Schatz, Schatz Wo ist denn der Mantel? Sag es mir doch einfach Ada Die Schüchen Süß Guckt mal Echt cool, dass man dich jetzt abonnieren kann Ja, vielen Dank Das ist total süß Die guckt voll mirrisch Aber das sieht süß aus Kann ich jetzt hinten raus oder vorne raus? Ich denke mal hinten, oder? Yeah Jodi, wo willst du denn hin? Da geht es nicht in den Garten Du brauchst einen Subcounter Ja, definitiv Aber sind Subcounter nicht doof? Ist es nicht Oh mein Knie Wie kann ich denn nur? Ist es nicht so, dass Subcounter eher die Leute dazu zwingen Dass sie submen müssen Indem man sagt Ich will 200 Subs Also sub Danke Samir für deinen Sub Vielen, vielen, vielen Dank Ich gehe ja schon Der Bernd Jetzt habe ich unnötige Kanalpunkte für E-Mails Als ihr Nein Oh, wie schön, Leute Ich muss es kurz genießen Weil ich habe dieses Jahr leider kein Schlieb Toll, jetzt ist es langweilig Und ich friere Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt Oh, wie geil Schön Nun ist es komplett am Durchdrehen Ihr seid doch verrückt, Leute Dankeschön Vielen, vielen Dank Mäntel werden überbewertet Definitiv Aber sowas von So, warte Kann ich den jetzt irgendwie rausholen aus mir? Das hört sich voll seltsam an, aber Du weißt, was ich meine Ah, da kann ich also hin Ah, okay Ich glaube, ich kann da hin und kann sie anschuppen, oder? Ich glaube, ja Ich gebe auf, ich gebe auf Okay, ich schwör's dir Okay, dumme, andere nervige Kinder Nein, das zählt nur, wie viele Subs du hast Ach, okay Ja, das kann ich machen Subcount ist gut Aber nicht, dass ich irgendwie sage Subcount, Slash, so und so viel Ich finde, es setzt Einfach Leute immer unter Druck Das wollte ich nicht Ich spiele auch GTA, ja Hast du das gehört? Das kam von der Straße Wir spielen das heute und morgen durch Ich weiß noch nicht, wie lange ich auch durchhalte Weil, ich sage es immer mal offen und ehrlich Ich habe meine Periode Und ich habe extreme Bauchschmerzen Wie schon lange nicht mehr Mach doch mal einmal was selber in dein Leben, Mädchen Ey Hat sie keinen Bock mehr jetzt? Dann halt nicht Aber ich habe verkackt Macht eh keinen Spaß Ich habe verkackt Es tut mir leid Mach's bitte nochmal Setz dich nochmal hin Hab ich jetzt echt verkackt Jetzt geht es jetzt nicht mehr Jetzt geht es echt nicht mehr an Leute, ich habe verkackt Such mir leid Immer diese faulen Kinder, ey Wenn man sogar angeschubt werden muss So, jetzt machen sie mich auf die anderen Kinder aufmerksam Gehen da mal hin Hey, Kollege Spiel mit mir Ach, kann ich das öffnen hier? Das sieht doch sehr verdächtig aus, oder? Kommt, ihr Nasen Alle auf mich Haha Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß Hallo, Jess Meine Periode für Mami Ja, an alle, die ihre Periode haben Wir sollen hierbleiben Los Wir spielen fünf Minuten Dann kommen wir wieder Mama merkt das gar nicht Meine Eierstöcke und ich fühlen euch An alle, die Bauchringen haben vom Essen Seid froh, weil es kommt einfach demnächst hinten wieder raus Aua, voll meine Finger angeschlagen Du könntest auch mal helfen, Aiden Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Kind, mach doch einmal selber was im Leben Hallo, Gamer Hallo, Banzo los Ist die betrunken oder warum läuft die so komisch? Ich weiß nicht Vielleicht hat die sich in die Hose gemacht Hallo, Kian Kinder, die nett sind, gibt's nicht Verdammt Er versteckt sich da hinten Verdammt Los, zeig dich, Domi Au Haha Kinder abschießen, macht Spaß Da hinten Au Verdammt, Jodie Jodie, kannst du dich bitte bewegen? Das macht echt Spaß Wie bedrohlich sie die Situation darstellen Das Kind wird nur eingeseift Eigentlich finde ich es dumm einzugreifen Jedes Kind wird mal eingeseift Kinder wirken, macht Spaß Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe Eine fiese, doofe Hexe Was ist hier los? Sie ist eine Hexe Ich schwör's euch Vielleicht hat es so einfach nur einen Asthmarnfall, du Arsch Komm mit, komm mit Wir gehen heim Komm, komm mit Geh jetzt ins Haus Oh, das gibt's aufs Maul Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst Die anderen haben gespielt Ich, ich wollte nur mitmachen Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp Ich habe gar nichts gemacht Aiden war's Er wollte mich nur beschützen Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden Jodie, diesmal geht es richtig ärger Nein, nein, mit Nick Ich bin bald an Kindern Geh in dein Zimmer Jetzt Die Mutter hat gesagt, dass sie spielen soll Versuch zu schlafen, Schätzchen Morgen früh sieht alles anders aus Glaub mir Gute Nacht Mami Ich habe Angst vor den Monstern Mami Sie wollen mich holen Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße So, und die Dana haut einfach mal 10 Subs raus Vielen Dank, Dana Du bist doch verrückt An Mettbrötchen An Jocelyn An Itzioana An Itzioana An Zizu An Melisax An Gamer Girl An Timmel An Gurman An Lisa spielt Und an Yaza Einfach mal einen fetten Hype Leute, ihr seid doch verrückt Vielen, vielen Dank Ey, seid ihr eigentlich des Wahnsinns Komm, wir machen mal hier einen Hype Hype, Hype, Gnuli, Hype Ja, ja, ja Vielen, 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 vielen Dank Dankeschön, Leute Ihr seid doch echt des Wahnsinns Schauen wir mal das Licht an Geh weg, ich hasse dich Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind Geh weg Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp Sie ist ein kleines Mädchen Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen Das... Susan, das ist ein Monster Hör sofort damit auf, so über sie zu reden Die Dinge, die um uns passieren Sind nicht normal Und es wird schlimmer Herrgott, nochmal Susan Was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist Es ist ein Dämon Direkt unter unserem eigenen Dach Susan, damit ist jetzt Schluss Und zwar jetzt sofort Bevor wir beide krank sind oder tot Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan Aber nicht sowas Nicht sowas Dankeschön an Dana Dana hat noch Seth Seid ihr einen Sub geschenkt? Vielen, vielen Dank Dankeschön Diese Eltern Ja, sie haben sie adoptiert Und ich bin Wir wissen jetzt aber noch nicht Was genau hier vor sich geht Dankeschön, Dana Dankeschön Ihr Ehrenknus Halb, 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 halb Genau, schön rumdrehen Die Decke ist viel zu Viel zu Dafür, dass Winter ist, ist sie viel zu dünn Im Winter brauchst du ganz dicke Fette Und ihr Kopf schwebt Die liegt nicht mal auf dem Kopfkissen Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden Wir werden jetzt einschlafen Und es wird uns nichts passieren Deswegen nehmen wir das süße Kuscheltier Süß Ich will auch so einen Hasen Der sieht ja goldig aus Guckt mal, wie süß der aussieht Ich finde das Tier-Zweiß-Up-Emote geil Danke sehr Ja, gerne Haben sich hochgelassen Das würde ich immer noch nicht Das würde ich immer noch nicht Das würde ich jetzt erzählen Baudi Baudi Lass mich Ist alles okay? Oh Gott Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt Monster gibt es nicht Tut es doch, Mami Tut es doch Uiuiuiui Wer ist Al-Elven Eiden-Elven Who the fuck is Elven? Elven Kein Keks gegessen? Das haben 89% gemacht Garage rechtzeitig verlassen Nicht, what? Das konnte man nicht rechtzeitig verlassen Schuhkarton übersehen Haben auch 82% Gut genommen 73% Yo So, machst du mein Gnud, Herr Liebär? Es kommt bestimmt sowas in die Richtung Lass das ein Wegen dir haben wir Ärger Also hör jetzt auf Er übernimmt für Dr. Matthews Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern Er scheint sehr nett zu sein Na komm, wer will dich sehen? Sag mal, verkauft ihr mich jetzt? No, no, es geht zu ihm Hilf mich, wer verkauft Hast du eigentlich schon mal The Walking Dead gespielt? Ne, müssen wir noch Das soll richtig traurig sein Sind noch mehr Gnud-Emojis zu erwarten? Natürlich, sehr, sehr viele Ich glaub Die bekommt man erst über mehr Subsides, glaub ich Mein Name ist Nathan Nathan Dawkins Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, uns besser kennen zu lernen Das heißt Wenn du das auch willst, natürlich Äh, ich hab irgendwie Pedro-Gefühle in mir Und zwar negative Hättest du auch gern so ein Beschützergeist? Ne, der guckt dir bei einem Zuschauer, wo du wirst kacken Und der ist immer dabei Ziemlich trocken, die Bücher Ehrlich gesagt, gelesen hab ich die auch nicht alle Was ist mit dir? Liest du gern? Nein Wow Dana, was? Dana, bist du verrückt? Bist du des Wahnsinns? Dana hat nochmal Zehn Subs verschenkt An Sabiski An Fischling An Baby Anna Jo An Desiree An Knus Familie Matt Mini Und an den Händlerkoch Und an Lucy Vielen, vielen Dank Hey, bist du verrückt? Dankeschön Du bist doch des Wahnsinns Dana Bist du des Wahnsinns? Vielen, 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 vielen Dank Dankeschön Dankeschön Die Gnuherde dankt Danke, danke, danke Merci beaucoup Das ist doch verrückt, Leute Ihr seid doch verrückt, Leute Do you remember? Dankeschön für die Subs Ich will mich nicht zu dem Hinsetzen Ich werde einfach von meinen Eltern weitergegeben Überall Kratzer Oh, ich habe Schneekohlen geliebt als Kind Du kannst dich behalten, wenn du willst Wenn du dafür nichts im Gegenzug von mir willst Nehme ich dir gerne mit Du, ähm Du kannst dich setzen, wenn du willst Das Game ist jetzt schon mega geil Finde ich auch Jody, mein Job ist Die Erforschung Seltsamer Ereignisse Und sie irgendwie zu erklären So wie, äh Wie die Dinge, die dir passieren Nicht, Jody? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund Dieser Freund Hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben Und der besucht dich jetzt? Könntest du ihn für mich malen? Ein paar Jahre jünger Da tut mir ein Schnuckelchen Haha, süß Der ist doch der Schauspieler Wie heißt denn der? Ganz Bekannter Den Namen vergessen Muss ich ihn jetzt malen? Also es kommt schon noch raus Wer diesen Item ist Bitte nicht spoilern Ihr dürft mir gerne helfen Wenn ich nicht weiterkomme Aber Story bitte nicht spoilern Das wäre sehr lieb Sieht aus wie ein Physiklehrer Genau, Lemina hat's geschrieben Bestimmt's nicht, wenn ich's ansehe? Also Dieses Ding ist dein Freund Und es ist verbunden Mit dir über sowas wie eine Schnur Ist er jetzt gerade hier? Ich bin Toaster zuerst geschrieben Tut mir leid Sie ist Ellen Page, genau Könntest du ihn für uns zu machen? Ist eigentlich der Ton gut? Hm, die müssen wir uns auch noch zeigen Vielleicht gar nicht so schlau Kommt Du Du sagst ihm, was er tun soll Und er macht es dann? Ja Ich sag einem nicht, was er tun soll Niemand kann das Er ist wie ein Löwe im Käfig Wir sind verbunden Er kann nicht weggehen Das macht ihn richtig wütend Es ist nicht meine Schuld Ich will ja auch, dass er geht Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen Und Hat er das da auch gemacht? Nein Das waren die Monster Ich weiß nicht, ob das Kind aufnehmen würde Finde ich cool, dass nach jeder Szene schon die Entscheidungen von den anderen sieht Weil ich finde, am Ende ist es immer ein bisschen schwierig Und der Jiro hat auch einfach mal Was? 21 Abos schon auf dem Kanal verschenkt Leute, seid ihr verrückt? Und zwar an Gnu is cool An Fuchsal An Weird Rocket An Doughty An Cole Wur An Lena An Jonas An The Killer An Jeff The Killer An Ryak An LGLW Vielen, vielen Dank, Leute Wer hat jetzt eigentlich schon 31 Abos insgesamt Holy Shit Wer hat jetzt eigentlich schon Ich glaube, sie haben alle ein Abo Danke, Leute Ihr seid doch verrückt Vielen Dank Hallo, Vanessa Leute, seid jedes Wahnsinns Ey, das ist doch Ich weiß nicht Ihr macht mich immer wieder sprachlos Hallo, Edi Grüße dich Dankeschön, Leute Vielen, 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 vielen Dank Äh Süß Das heißt, ich kann wahrscheinlich neue Mords reinmachen Rabenmutter Rabenmutter Es ist nicht für lange Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist Bitte lass mich nicht hier Nur für ein paar Tage Lässt sehen, es geht schnell vorbei Susan, wir müssen los Du machst es dir doch nur noch schwerer Sei dampfer, Schatz Sei stark Du bist so stark Ich weiß es ist hart Alleine hier zu bleiben Ohne Familie Aber hier haben wir eine gute Chance Rauszufinden, was mit dir passiert Wir können dich hier beschützen, Jodie Mich kann überhaupt niemand beschützen Das sage ich auch immer, wenn ich meine Periode habe Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist Ruf uns und wir sind gleich bei dir Okay Gut Nacht, Jodie No, danke, Ninja Dankeschön, Ninja Jetzt haben die Knullis ja endlich ihre Mords Okay Wo ziehe ich mich um? Kameras im Zimmer Ne, danke Echt? Wir haben Kameras im Zimmer Ey, das ist ja voll kacke Da darfst du nicht mal im Hintern grubeln oder sonst irgendwas Wo ziehe ich mich um? Wieso habe ich eine Küche? Voll herzlos Ja, ziehe ich mich hier um? Ah, ich brauche Ayran und Sucuk Emotes Ich hoffe, hier sind auch noch Kameras drin Den Ayran Emote kann ich leider nur noch nicht reinmachen Ich glaube, jetzt müsste es aber gehen Ab wie viele Subs kann man neue Dinge reinmachen? Ich kenne mich noch gar nicht auf Twitch aus Ich bin noch voll der Nubi Oh, das muss ja voll eklig sein Wenn du einfach abgegeben wirst Und deinen Eltern Und dann hier In einem so leeren, großen Kackraum Als Kind auch noch Einfach allein Und dann haben wir erstmal die scheiß Kameras kaputt Ich finde, das geht gar nicht So Geht gar nicht Ich kann die Kameras nicht kaputt machen Aber ich kann raus Ich kann Leute beobachten Weißt du, wann die Angriffe anfingen? Ihre Mutter hat mir gesagt Dass das schon Monate so gehen muss Erst dachte sie Es wären Albträume Und dass sie irgendwann wieder aufhören würden Aber dann hat sie gemerkt Dass wohl doch mehr dahinter steckt Die Maler auf ihrem Körper Sehen aus wie Kratzer oder Bisse Siehst du, wo diese Verletzungen liegen? Das war sie nicht selbst Und es sieht auch nicht aus Als wäre sie geschlagen worden Vielleicht sagt sie doch die Wahrheit Vielleicht will etwas sie umbringen Ich würde ehrlich sagen Gar nichts machen, weil wir spionieren Weil es ist ja nur mega ätzend Wenn Leute irgendwie über dich lästern oder so Ein sehr interessantes psychologisches Profil Für ein Kind ihres Alters Das steht fest Also ich zumindest nicht Du bist müde Du der Spion Das mach ich bei euch auch immer, Knus Ich weiß ganz genau, wann ihr andere Videos schaut Statt meine Habt ihr eine Donation dagelassen? Danke, Dana Das wurde gar nicht angezeigt Verdammt Wie viel? Vielen, vielen Dank, meine Liebe Dankeschön Ich bin etwas leise Komm, Barney, Knuffel Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen Also ist das Spiel eigentlich okay? Ich kann mich auch noch ein bisschen lauter machen, wenn ihr wollt Ich hab nur einen Hasen drin Das ist ja erbärmlich Jetzt aber ins Bett, Jodie Ey, sag mal Spinnt ihr eigentlich? Und dann noch diese Alibi-Spiegel Wo sie mich beobachten Das ist voll widerlich Man kann dich nicht gut verstehen Echt? Warte mal Ansonsten kann ich auch einfach das Spiel mal ein bisschen leiser machen So Der Sound ist gut Okay Meldet euch einfach Jetzt werde ich auch noch beobachten, wie ich schlafen gehe Das ist ja voll demütigend Und dann wieder die gleiche rosa Decke wie vorhin Ich bemerke alles Dieser langhaarige Dox Ich werde jetzt das Licht ausmachen Gute Nacht, Jodie Warte Genau Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln Klar Wie ist das? Gut Gute Nacht Nacht Hab keine Angst, Eiden Wir werden jetzt einfach einschlafen Und es wird uns gar nichts passieren Dana Vielen, vielen Dank 11 Euro Einfach mal was kleines zurück für deine Streams Und Unterstützung in all den Jahren Liebe Grüße Ein Urgestein, Knuli Vielen, vielen Dank Dana ist wirklich auch ein Urgestein, Knuli Danke, meine Liebe Vielen, vielen Dank Bei mir ist es jetzt 8.37 Uhr Der Hase ist mega süß Und hätte ich auch gerne Vor allem ist jetzt sogar ein Hasen Ein Hasending an Ein Hasenschlafi Was mache ich jetzt? Furze ich jetzt? Ich kann nicht schlafen, Eiden Ich glaube, ich brauche eine Geschichte Okay, geil Kann ich hier noch irgendwas machen? Ja, geil Der schläft Was zum Ich glaube, ich spinne Da passiert was Da passiert was Da passiert was Das ist mega süß Das ist mega süß Das ist mega süß Oh, shit! Lauf, Kind, lauf! Verpässt mich jetzt! Nein! Nein! Los jetzt! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Und noch mehr Kratzer, ich würde da auch nicht mehr schlafen können. Das nenne ich mal Schlafstörungen, Leute. Dana, du verrückte Nudel! What? What the fuck? Ein Sub an GTA-Tuner verschenkt. An Cyber-Level, an Rachel, an Timbo, an Topli, an Aristargarian, an Zandai, an Elias, an eine Pizza, an Katy und Du, an Sissy, an Hauke, an Berkan, an Porcino, an Nutella, an Demon, an Rainbow Girl, an BRB Havel, an Christoph und an Leonidas. Was? Vielen, vielen Dank, Dana! Bist du verrückt! Dankeschön! Wir haben jetzt gleich alle einen Hype! Danke, meine Liebe! Vielen, vielen Dank! Macht mal einen fetten, fetten Hype rein! Merci beaucoup! Puh! Ich will die so ganz zappen! Alles gut, ihr müsstet dich gezwungen fühlen! Wir können uns alle Hypes machen! Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jodie, also sag ich's dir einfach! Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis! Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins! Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich! Und wenn's dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen! Okay? So ist es das Beste! Ja, da will sie wirklich loshaben! Auf Wiedersehen! Du schaffst das, mein Schatz! Ich weiß, es ist schwierig, aber bestimmt wird alles gut! Wir sollten gehen, sowieso! Lass mir bitte eine Minute, Philip! Das reicht! Los, komm! Wie sie auch immer wegzerrt von der Sack! Arsch, nenn ich das! Oh, ich hätte was machen können! Habt ihr gesehen? Sie wollte mich umbringen! Oh Gott, sie ist böse! Du bist ein Monster! Hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen! Hörst du mich? Ein Monster! Oh mein Gott! Jodie! Hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen! Ups! Egal, die brauchen wir nicht! Ich weiß, was du fühlst! Aber das war die richtige Entscheidung! Das war die richtige Entscheidung, meinen Vater zu wirken! Hallo Domin! Das arme Kind! Allein! Jodys Vater gewirkt haben 62 Prozent! Ja gut, so kann man es auch sehen! Mir geht's gut, Dom! Ich hoffe, ich auch der Vater heißt, so wie ich, Philip! Oh nein! Nathan, ich bin nicht sicher! Vielleicht sollte ich nicht gehen! Jodie, du betest doch schon seit Wochen! Du machst doch jetzt keinen Rückzieher! Ich kenn doch da niemanden! Vielleicht hassen die mich! Und... Das Kleid... Das Kleid ist schrecklich! Das ist echt schrecklich! Lass uns fahren! Lass uns fahren! Hol einfach Tiefluft! Es gibt keinen Grund zur Panik! Es ist doch nur eine Geburtstagsparty! Bestimmt werde ich eine ganz toll finden! Du wirst Spass haben! Vielleicht findest du da Freunde! Na geh schon! Vielen Grüße von Stand Place Mods! Ah, liebe Grüße zurück! Das Geschenk musst du mitnehmen! Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe! Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, dass wir dir gefallen! Keine Sorge! Alles wird nun gehen! Ich bin dein Fünfter! Viel Spaß! Okay, also ich glaub... Das Geschenk soll ich lieber nicht schenken, weil das ist eigentlich schon so... Der Türöffner zum Mobbing-Opfer, oder? Oh Gott, wie schon da stehen, ne? Hi, ich bin die Neue! Und das Kleid ist halt echt auch, also... Guck mal, alleine schon ihre Haltung, ja? Seht ihr das? Allein dieses vorgebückte Unsichere. Wenn sie jetzt voll aufrecht stehen würde und selbstbewusst wäre, dann würde das alles ganz anders wirken. Aber so wie es schon läuft, hat sie schon so eine Ausstrahlung, dass man schon weiß, okay, die kriegt man leicht unter. Mensch! Hey Jodie, komm rein! Hi! Hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los! Komm Jodie, nicht so schüchtern! Hey Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke! Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stell bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Jodie, stell dich aufrecht hin, verdammt! Null Selbstbewusstsein. Nicht jetzt, Aiden! Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Uh, was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? So ein Zeug? Nein! Uh, Party-Time! Ich hol das Bier! Jungs, die Fenster! Mädels, die Kerzen! Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik! Lasst uns feiern! Mal sehen, wie fern du Arsch bist! Ich hab das Spiel schon mal gespielt, ich weiß, was du meinst. Okay, machen wir mal die Musik an. Boah, jetzt geht's ab, kaum ist die Mutter weg. Jetzt geht das Fickfest los, Leute. Hm, Country, Pop, Rock. Ich denk mal, die stehen auf Rock, so wie die aussehen, oder? Ja, ich find Pop, Rock ist geil. System of a Down am besten. So. Was für ein Gedudel ist das denn? Oh mein Gott. Also, wenn die einen abkriegt, dann krieg ich ja 10 mal einen ab, ne? Was ist das für eine Pornomusik? Ist ja voll unangenehm. Ey. Soll das cool sein? Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Oh, das ist unangenehm. Cringe! Oh, das ist cringe. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Das wird eine Orgie, du. Jodie, du auch eins? Warum nicht? Ist ja noch Bier. Ja, klar, cool. Hallo, Moa. Hey, ich verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trink gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Voll die Arschlecher, die hat schon gar keinen Bock mehr. Da gibt's schönen Bierschiss nachher. Komm, wir saufen gleich. Ich mache alle Dosen auf, saufen sie an. Und stellen sie wieder hin. So, jetzt dreht's mich schon, das reicht. So. Bin ich schon Hacke, oder was? Oh nein, ich bin schon Hacke. Eine Party mit sechs Leuten ist keine Party, aber echt. So, ich setze mich jetzt hin und warte, bis ich abgeschleppt werde. So, ich setze mich jetzt hin und warte, bis ich abgeschleppt werde. Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaub, ich hab mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Ich sag aber die Wahl. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann, und ich spiel in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Stimmt nicht auf dumme Typen, die mich voll armen. Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Das sind doch gute Hobbys. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Vielen Dank an Jiro, ein Sub an Nintendo Girl. Vielen, vielen Dank. Also ich... Ich hab... eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt... völlig verrückt, aber... Es ist eine Art... Wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt... Ist es jetzt da? Ja. Ja, er hört uns gerade zu. Das ist so creepy. Was langsam ist? Willst du mit mir tanzen? Nein. Ich kann das wirklich nicht... Schon okay. Ich kenn das auch nicht so richtig gut. Wie cringe zu zweit in einem Raum, wo vier Leute drin sind. Nein! Mua! Ich schaue Animes, welche haben mein Leben gekriegt. Ich würd sagen Elfenlieb definitiv. Berserk the Golden Age. Und auf jeden Fall Dragon Ball. Oh nö, jetzt... Ich will das doch gar nicht. Wenn der bestaussehnste Typ in der Party sich an mich ran macht. So, das kann doch nichts Gutes bedeuten. Ich möchte das eigentlich nicht. Die Party hat noch nicht mal angefangen. Ich hab noch nicht ein Bier ausgesoffen. Ich hab zwei angesoffen hingestellt. Jetzt mach doch mal langsam. Weißt du... Bestimmt hast du das ständig, aber... Das ist echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Das ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich besonderes an dir. Das kannst du wohl laut sagen. Nein! Nein, nicht an den Arsch! Hände bewegen. Ja, sehr gut. Das geht gar nicht, Freundchen. Nein, weggehen. Ich küsste dich nicht, kenn dich noch nicht mal. Jetzt reicht's langsam mal. Boah, ist das ja schon pisst, oder? Leute, Leute! Warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein! Klasse Idee! Du bist mit der Knaller! Nein, nein! Ach, vergess es! Das ist doch nur Mist! Ja, komm Jodie, zeig uns, was du kannst! Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was! Na, why not? In Ordnung. Und... Was willst du jetzt tun, Jodie? Hallo, Chris! Seid ganz still! Nicht vor uns jetzt! Ich hab solche Angst! Ich hab mich gerade eingepisst! Klappe, Steven! Warum nicht? Dann haben sie wenigstens Respekt! Oh, muss ich jetzt wirken? Ich friere! Ich will aber niemand wirken! Da! Da war doch was! Sei nicht der! Nein! Puff! So Leute, jetzt habt ihr mal ein bisschen Respekt vor mir! Ich hatte einfach nur gefurzt, das wäre schon paranormal gewesen! Ach so! Noch was! Pfff! Sie warten so alle! Der Fernseher! Da! Der Fernseher! Da, der Fernseher! Halt! Hört ihr das? Da, da ist so ein Flüstern! Reicht das jetzt mal langsam? Das reicht mir jetzt! Ja, mir auch! Das, das war wirklich gruselig! Ihr solltet besser nett sein! Ich hab nicht gewollt, dass einer Angst kriegt! Sorry, ich... Ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute! Zeit für den leckeren Kuchen! Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken! Bitte bleibt euch immer selber träumt! Macht nichts Dummes, nur damit ihr irgendwo dazu gehören wollt! Obwohl der Kuchen hat Zeit! Ich mach erst Geschenke auf! Love, Jen! Kiss, kiss, kiss! Oh, wie süß, Babe! Bestimmt Kniestrümpfe! Als ob das jemanden nicht interessiert! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten! Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund! Und so eine riesen Box-Umstring! Mein zukünftiger möchte dir danken! Sein Leben wird jetzt mega interessant! Wahrscheinlich ihre Benutzte! Kondome! Was ist das? Ein altes Buch! Es lieft scheußlich! Das ist echt selten! Ein Gedichtsband von Edgar Allan Poe! Edgar Allan Poe! Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein! Das ist echt antik! Ja! Genau wie dein Kleid! Nein, ehrlich! Ist das dein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram! Und sie hält sich für clever! Aber sie ist nur eine Laborratte! Eine freakige Laborratte! Zu böse ist doch niemand, oder? Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an! Bettelt richtig! Oh! Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen! Meine Mom hat mich dazu gezwungen! Ja, sie ist eine Schlampe! Und eine Hexe noch dazu! Wer ist denn so dumm? Irgendwas mit ihr machen! Und greift jemanden an, der solche Kräfte hat! Sie verbrennen! Lass sie euch! Boah, solche Bastarde! Wer ist denn schon so dumm und greift jemanden an? Nein! Nein! Der solche Kräfte hat! Bring uns deine mächtige Magie! Nur weil das Geschenk scheiße war! Also so ne Kacke! So unlogisch! Lass mich raus! Bitte! Lass mich raus! Bitte! Lass nicht noch Kuchen? Bitte! Ich will hier raus! Bitte! Lass mich raus! Lass mich raus! Jetzt geht's los! Bringen sie alle um, sagen sie, okay Leute, es gibt jetzt Rampage. Ich glaube, es gibt nicht solche dummen Menschen, die dich beleidigen, weil die ihm was Blödes schenkst. Ich will hier raus, Lass mich raus! Aber da es ein Spiel ist, und ihr alle wollt, leben wir uns jetzt aus. Let's go. draining megarchite Also, weisst, sie müssten ja eigentlich wissen, dass die da raus kommt oder? Ist ja total dumm. so jetzt gibt es tote overkill mit meinem antiken kleid rache geh da in die kleine restefick mulde ein und also wie dumm die eigentlich sind oder also ist doch klar dass sie irgendwie rache üben wird oder das hätten sich doch wohl denken können oder woran mag das wohl liegen vielleicht an das mädchen das uns gerade ihre kräfte gezeigt hat die wir weggesperrt haben so keine sorge ich mach das schon so was gibt es hier denn feines zum ausprobieren die fenster los die fenster nein ich will nicht dass die abhauen die arschlöcher halt nein so leute jetzt so schön aufs maul du rufst niemand an mädchen oh luftballons kaputt machen sehr gut oh ja hier ist noch was feines glas 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 macht alles fertig jetzt wird es immer schlimmer wer will noch so den einen typen der mich an machen wollte und gesagt hat ich bin schade ich bin schade nein jetzt reicht es jetzt mache ich schon alles fertig so die noch die dumme sau und den dummen typen wo ist der dumme typ nein es reicht noch nicht da den lappen muss ich noch irgendwie strafen so dich hole ich mir noch komm her du lappen jetzt nein komm schon kriech du kleiner bastard kriech genau so kriech für ein messer okay wir sollten jetzt wirklich gegen kann man da noch eins draufhauen bei dem warte mal oh 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 kann ich die umbringen leute ernsthaft was machst du denn ein geht das oh oh okay things getting interesting nein ich muss es jetzt noch beenden sorry leute ich bin gerade in der zon jetzt kann ich euch hier allein lassen ich bin gerade in der zon sonst noch jemand was nein gut wir sind fertig wo ist denn der mit dem messer Geht es dir gut? Mein Gott, was ist passiert? Wie war es? Es ist ihre Scheu. Sie hat alles angepackt. Sie ist der Teufel. Der Teufel. Komm, Michelle. Riech, du kleiner Pastor. So, Danele. Das hätten wir dann auch geklärt, Leute. Alle töten und den Kuchen mitnehmen. Genau. Genau, jetzt ist es auch zu spät. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan. Nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Joanie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum hundertsten Mal. Du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben. Genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Hallo, Karma. Ah! Oh ja, aber er hatte diese Phase nicht. Man sollte nie etwas mit unterschätzen. Oh ja. Sag mir, wenn du was brauchst. Also wie gesagt, Leute. Sowas, wie ich das jetzt mache, würde ich im echten Leben nie machen. Das ist nur wegen dem Spiel. Und wenn euch jemand mobbt, solltet ihr den nicht schlagen. und euch nicht rächen. Ihr solltet einfach zum Lehrer und zu Eltern gehen. Und euch wehren. Gewalt ist nie eine Lösung. Denn im echten Leben ist es nicht so, dass ihr wie die einfach nach Hause spazieren könnt. Im echten Leben ist das viel tiefgründiger. Und ihr bekommt eine Strafe. Eure Eltern leiden. Die Eltern derjenigen, denen ihr was antut, leidet. Deswegen ist das keine Lösung. Nur mal so, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe mein Zimmer ein bisschen umdekoriert, wie ihr hier seht. Das Bett wurde auch umgestellt. Ich bin jetzt ein verrückter Teenie geworden. Und ich mache jetzt erstmal alles kaputt, weil ich sauber bin. Das bringt ihr doch absolut nichts. Du gehst nicht. Leiste. Das wollen wir ja sehen. Das gibt eine Anzeige, du. Witzig, wie es ihn schon aufregt. Muss er mir eine Möglichkeit geben, hier zu entkommen. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bruder auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Du vielleicht mal. Hä? Witzig, guck mal, was sie da oben aus dem Smiley gemacht hat, wo die dumme Kamera ist. So, vielleicht kann ich ja hier irgendwie noch was machen. Kann ich den zum Schlafen bringen, oder wie? Ich will ihm eigentlich nichts antun. Was war denn das gerade? Ach, jetzt bin ich eher, wie cool. Oh, ich kann, kann, das ist ja sehr praktisch. Ich spiele Beyond the Souls zum zweiten Mal. War schon lange her, ist halt direkt am Release. Ich habe schon viel vergessen. Tschüss, gute Nacht, dann eigentlich. Ich bin mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Ich lade das hoch, ja. Tschüssi. Schön, dass du... Also, stell dir vor, du wirst den ganzen Tag in deinem Scheißzimmer beobachtet. Vor allem, dass ihm diese Kraft noch nicht bewusst war, die sie jetzt hat. Dass sie Menschen kontrollieren kann. Komm mit. Komm mit. Das Spiel ist mega krass noch besser als Detroit. Das ist von den Machern von Heavy Rain und Detroit. Der hat doch eine ID da hängen. Gib mal her, das Stück. Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmung. Oh, süß. Ah, hier. Halt, ich habe mich selber nicht im Griff. Geil. Tschüss. Draußen ist Freiheit. Oh Gott, da müssen wir aufpassen, oder? Bitte nicht irgendwie, dass ich entdeckt werden kann, weil in solchen Sachen bin ich extrem schlecht. Schlaf gut an alle, die schlafi machen gehen. Hallo Leute. Oh, hallo Cole. Jodie. Oh fuck. Bisschen spät für den Ausflug, ja? Ja, ich fühle mich nicht... Mir ist... Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur... an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein, 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 nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also... Stimmt, Cole? Dankeschön, Arnix. Vielen Dank. Also... Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als... Das ist mehr als er zu mir gesagt hat den ganzen Tag. Ist hoffentlich nicht dein schleck, mein Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Mann, das war so schlecht gelogen. Resident Evil 3 Remakes, sowas von. Ciao. Den Zweier findet ihr übrigens auf meinem Zweitkanal. Ja, ich hab... Ich war schon fünfmal in Hanze Vampire. Ich liebe es. Das war so offensichtlich schlecht gelogen und ich bin trotzdem damit durchgekommen. Faszinierend. Coronavirus! Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Der kann sogar fahren. Wie geil ist das denn? Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Bist du trotzdem schon drauf? Stimmt, hier fährt man wieder auf der Seite. Bin ich gar nicht gewohnt. Kannst du bitte mal die Tür aufmachen? Kerle. Muss ich ihm die Tür öffnen, oder wie? Hoffentlich hat er die auch dabei. Eiloy, wie süß! Eiloy. So, kann er bitte fahren? Alles super. Ein Fantreff in Stuttgart, sobald es sich anbietet. Definitiv. So, Kerle. Ich hoffe, der kann auch fahren. Hinten rein. Wie so ein Chauffeur. Geil. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Ah, okay. Ich muss die Kameras kaputt machen. Alles klar. Hä? Wie, dann kann ich von draußen noch sehen. Ach, muss ich neben ihn, oder wie? Leicht. Ist das besser? Ach, scheiße. Hoffentlich schraben. Sei so ungefährlich, wie es geht, okay? Ach, Kacke, das meinten die. Kofferraum. Ach, fuck, ich hätte in den Kofferraum gehen können. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, was ist passiert? Verdammt noch mal, was zum Teufel ist das denn gewesen? Ich glaube, mir ist glasklar, was das eben gerade war. Fuck, ich wollte doch Party machen. Ich habe dir gesagt, du gehst nicht und du hast nicht auf mich gehört. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jodie. Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? 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 Ich versuche dann nur, dich zu beschützen. Tut mir leid. Ich wollte einfach raus und einmal so sein wie alle anderen. Ich weiß, Jodie. Lass mich doch raus. Jetzt muss ich so einen Hals beißen. So, wie viele Leute haben es jetzt nicht geschafft? Bitte sagt mir das an der Sperre gefasst. Kacke, ich gehöre zu den 24 Prozent. Das war voll schlecht, Kacke. Kann ich das nochmal machen? Machen. Jodie. Wach auf. Na? Ach, was? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Kann er mal aufhören, mein Zimmer zu platzen? Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infra-Welt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine und eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Eidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runter wollen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Deswegen fahre ich dich jetzt mit 180 kmh rein. Aber sie müssen, dass du nicht unbedingt fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ja, Silent Dave hat mich schon gespannt. Jodi, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tue es. Ich tue es, nicht du. Hallo, Arne, bitte. Ich tue es, nicht du. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Was für ein verantwortungsvoller... Was, Herr, Sie können hier nicht durch. Sie können durch. Oh, Entschuldigung. Gibt es mir wenigstens eine Weste oder irgendwas? Verdammt. Äh, ich spiele es wahrscheinlich morgen durch. Das ist kein Sinn. Oh, ich kann es nicht. Okay, wir haben es kapiert. Wir sind ganz die Verletzte. Wörtelhack. Ungeschützt in die Gefahrenzone. Ich schaff das. I look glad. Keine Sorge. Ich hab nicht vor, zu sterben. Let me go. Na, Leute, was macht denn mehr Spaß, als in irgend so'n... Krieg ich nicht mal eine Schutzweste? Das ist doch echt lächerlich, oder? Keine Schutzweste, keine Waffe. Ich weiß nicht, wie's dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ja. Das ist ja voll absurd. Du bist aus dem Schlaf gerissen und in so eine Kacke reingebracht. Oh, da kann ich was nehmen. Hier. Nein, doch nicht. Okay, lass uns mal... ...alles hier durchsuchen. Nischt. Ist ja nix zu tun für mich. Scheinbar nicht. Okay. Das ist jetzt nicht die Vergangenheit. Wir haben es jetzt chronologisch angepasst, dass es wirklich von Kindheit bis Jugend bis Erwachsenenalter sich durchspielt, weil ich fand's im Original auch damals etwas verwirrend, diese ganzen Zeitsprünge. So, Mädchen. Was gibt's hier denn? Hallo? Da hätt ich so keinen Bock reinzugehen, ne? Das war ein paar Gerauert. Du bist zum Steckerest. Kannst du da was tun, Aiden? Oh, irgend so ein Hatter. Sia! So einfach ist das. Oh, Zero hat Selix ein Sub geschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Das Spiel geht, glaube ich, insgesamt zu 10 Stunden. Oder 8, ich weiß es nicht. Und jetzt mal mit Genüftigkeit, mit Ruhe und Genüftigkeit... Genau, wir belassen das Kind auch mit Leichen. Das ist immer gut für die Psyche. Nachdem wir sie 14 oder 15 Jahre lang nur eingesperrt haben. Das ist super. Vor allem jemand, der so eine Kraft hat. Das ist natürlich echt vorbildliche Erziehung. Gibt es eine Pipi-Pause? Eventuell. Musst du die jetzt anfassen, oder was? Achso, da kann ich jetzt das Gedanken lesen. Komm schon! Komm schon! Er wurde vom Koffer verprügelt. No, der reine Dankeschön. Okay, der wurde vom Koffer verprügelt. Komm schon mal nach unten. Hallo, Joey. Alles Gell? Welcome to the new world. Dankeschön, Kuri. Vielen, vielen Dank. Und Glückwunsch zum Baby. Leute, macht einmal einen Hype rein. Der Tim hat sein Baby bekommen. Hype, hype und ganz viel Glückwünsche von der Gnuherde. Vielen, vielen Dank. Und ich habe dein Video vorhin zum Corona-Videos gesehen und musste sehr lachen. Vor allem musste ich bei deinem letzten Video sehr lachen, als du diesen Spruch gebracht hast mit der inneren. Das war wirklich sehr, sehr gut. Gerne das Video von KuchenTV hier reinposten. Das ist sehr lustig gewesen. Vielen, vielen Dank an alle. Dankeschön. Das Spiel sieht voll interessant aus. Das ist mega geil. Das ist von den Machern von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Von den Machern von Heavy Rain und Detroit. Und das Beyond Two Souls. Genau. So sieht es aus, Gnuherde. Folgt auch gern, Kuri. Lasst ihm Liebe da und subs. Und genau. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, es ist so spannend. Und ich würde dann im Stream so gern weiterschauen, aber ich muss leider in die Haya. Gar kein Problem. Gute Nacht. Ich lade es ja auf den Zweitkanal hoch. Also alles gut. Alles gut. Ehre, Kuchen. Gina hat das Baby bekommen und nicht Kuchen. Ich weiß, auch ganz viel Glückwünsche an die liebe Gina, die das Baby ausgetragen hat. Meine Schwester hat mir nämlich immer erzählt, ich war eine Arschgeburt, aber ich weiß mittlerweile, dass das nicht geht. Immer diese Jumpscares. Also das ist mein erstes Stream zu dem Spiel, aber ich habe es schon mal durchgespielt, als es rauskam, aber es ist ja schon viele Jahre her. Genau, zieh den schweren Mann. Also wenn sie das schafft. Nee. Denk dir es mal nicht geben. Möglichkeit. Also komm. Dass sie mir nicht meine Weste gegeben haben. Ist KuchenTV da? Dann kommt sie auf KuchenTV. Er hat mich geradet oder gehostet. In dem Spiel darum, dass ich mit irgendetwas komischem, irgendeinem Wesen aus dem Jenseits verbunden bin, wie ihr hier seht. Und das ist ganz spannend. Ich will nicht zu viel spoilern. Ah, okay. Alles klar, wir können... Also noch mehr Tote. Wunderbar. Ach du Scheiße. Okay. Hilfe! 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 Einer mit dir! Hätte ich vorher keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Okay, whatever. Gute Besserung, Amelie. Und die Einzige gerade übelst, die Sattir. Lösen wir erst mal geplant sein. Bleib dich bei mir, okay? Okay. Okay, geht's nicht lang. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Hey du! Neugierde wird immer bestraft. Die Fährzemparkt hat mich voll erschrocken. Oh, da kann ich hoch. Ah ne, doch nicht. Ach ne, doch nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, da hoch zu gehen. Ich würde nie auf die Idee kommen, da hoch zu gehen. Ja, das haben vorhin schon ein paar gesagt. Runter mit dir, Kindchen. Hallo? I don't like it. I don't like it. An Netflix-Series. Oh. Jetzt hätte ich Schiss. Oh. Schluss damit! Wir wollen ja keinen Copyright Strike haben hier. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ich glaube, in welche Richtung muss ich das jetzt aufmachen? Oh. Toll. Los, gehen wir. Im Prinzip mach ich gar nichts. Macht ja alles der Aiden. Beziehungsweise ich. Ich, 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 ich. Boah, jetzt. Sind Sie verletzt? Können Sie mich hören? Ich schaffe es nicht mehr. Okay, ruhig. Ich muss mich nicht mehr nach Hause bleiben! Oh. Nur hat er nicht den Weg gewählt, wo sie aus der Nase blutet. What? No, Giro hat wieder einen Sub an Gina Marie verschenkt. Vielen Dank. Insgesamt schon 35 Subs auf diesem Kanal verschenkt. Vielen, vielen Dank, Giro. Da möchte ich doch mal noch mal einen fetten Hype hier sehen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ah, da ist doch irgendwas. Ach, wunderbar. Schön, dass der hier ist. Geil. Ich wüsste nicht, wie ich sowas betätige. Wichtig ist nur, bei Feuerlöschern nicht gedrückt halten, sondern immer machen. So wie ich jetzt, seht ihr? Hallo, ich habe gesagt, machen. Aber weiß ich, dass ich das Feuer da vorne nicht noch ausmachen muss? Hm. Danke an Choo-Win. Vielen, vielen Dank für deine Bitcoins. Oder für deine Pyramiden. Dankeschön. Okay, da kann ich nichts machen, weil wir nie besser noch zu frisch gestorben. Verbrennungsstufe für... Oh, warum habe ich mich geschnitten? Ich habe es doch richtig gemacht. Hallo, Leute. Oh, da ist ja noch einer am Leben. Ach, der Arme. Oh, die Geister sprechen zu mir. Wer weint denn da so arm? Hallo? Wer weint denn da? Nach der Sequenz habe ich Pock auf Brathähnchen. Hä, wer weint denn da, Leute? Ach, da. Oh. Irgendwie das Gefühl, wenn wir jetzt hingehen, dass der stirbt. Das arme Träubchen, hoffentlich schafft der es. Hey, du. Bitte geh weg, geh weg, bitte. Oh Gott, nein, bitte. Ist gut. Ich bin, ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger will nicht töten. Ich bin nicht allein. Ach, er überlebt. Das ist ja nett. Ich habe nichts gesagt. Oh, oh. Oh. Der Kopf hat gewiggelt. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott. Scheiße. Ey, es wird Zeit. Das ist doch echt das Gesunde. Oh, fuck. Jetzt kiss den... Nein, nicht den Bildschirm. Ich will nicht mehr. Hör auf. Ich hätte den lassen sollen, Leute. Unnötig Stress. Bitte geh. Du darfst immer noch entkommen. Oh, es brennt da auch noch. Mensch, Kerle, jetzt. Jetzt zündet's. Lauf doch. Lauf doch, Mädchen. Mädchen, lauf doch. Mädchen, mach doch schneller. Mädchen. Aua. Aua. Lass mich. Mädchen, schneller. Ja, komm. So, jetzt mach ruhig und puffen. Schluss jetzt. Das arme Kind ist verstört bis an ihr Lebensende. Möchte ich hier nur mal sagen. Ich hätte den in Ruhe lassen sollen, Typen. Hallo, Florian. Ich wollte doch nur nett sein. Wisst ihr, Neugierde wird immer bestraft. Ich sag's ja. Verdammt. Das arme Ding. So, jetzt. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh, das ist klar. Oh, es kommt schon, Mädchen. So, geht das doch auch wunderbarst. Rein da in die gute Stube jetzt. Was? Immer noch nicht? So. So, jetzt. Jetzt, Hüpple. Das ist nicht gut. Nicht gut, Leute. Hilfe! 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 Lauf, Mädchen, lauf! Hilfe! Leave me alone, Motherfucker! Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe Aidens Hilfe. Warum schaffe ich es, da rauszukommen und die anderen nicht? Auf brutal angelehnt, würde Apologen sagen. Schlaf gut, Baba. Da kommst du auch so durch, Mädchen. Sehr gut. Ach, das ist aber Vorstück hier. Ich glaube, wir kommen in Labor. Biohazard. Wir kommen in Labor. Immer näher. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Hau'n Schneemann. Oh Gott. Kein Shit jetzt machen, Leute. Alles wird gut. Alles wird gut. Stimmt, kommt vielleicht ein Jumpscare, oder? Lassen mich hier doch nicht so ungeschaut durch. Man braucht eine Karte. Verdammt. Ja, lass dir Zeit, würde ich sagen. Nehmen wir an, dass einer von denen irgendeine Karte hat, oder? Kannst du bitte den Xen? Bitte Xen ihn. Ach, da ist auch noch einer. Der hat Halsschmerzen. Ey, mich nervt diese Ansicht gerade extrem. Hallo. 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 Können wir bitte... Ich wollte ihn noch Xen. Oder ich sage Xen und nichts anderes. Ich fäng mal von der Zunge an die Wand fängst. Niemals! Ich wollte ihn Xen, aber die lassen mich nicht. Mädchen, du wirst erfrieren, wenn du nicht tust, was ich sage. Okay. Und dann hat einer von denen die Karte, oder? Ich muss gedrückt lassen. Nix. Oh. Auch nix. Ich glaube, ich werde erfrieren. Kann das passieren? Ach, der hat doch was Wunderbares. Ja, her damit. Gib mir die Karte! Okay, ich muss weg hier. Du fass mich nicht an. Fass du mich auch nicht an. Und du bitte auch nicht. Wieso machen die solche Geräusche auf einmal? Lauf, Mädchen! Oh, scheiße. Äh, bitte keinen Druck jetzt. Oh, scheiße, ich hab verkackt. Hab ich verkackt? Ich werde mich verkackt haben! Hoch. Also, ich hab jetzt eigentlich nix gemacht, ne? Ach, ich geh jetzt? Die Mission ist abgebrochen. Bin ich jetzt ganz pussyhaft abgehauen? Warum läuft das denn so kacke? Oh, Jodie. Einen Arzt! Einen Arzt hierher! Oh, Jodie. Es tut mir so leid. Ich hätte dich dann niemals reinschicken dürfen. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Es ist nicht so, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Dann muss ich das bitte geistern. Die lässt man jetzt so. Wie der eine gerade guckt hat, so... Ich hab verkackt. Ich hab schon zweimal verkackt. Warum ist das so schwer? Ich bin doch eigentlich gut in Quicktime-Events. Verdammte Kacke. Das kann ich so nicht akzeptieren. Mann! Ich glaub, bis jetzt hat es noch keine schlimmen Konsequenzen, oder? Ja. Okay, Kollege. Danke, Swiss. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, der Wächter, für deinen Sub. Herzlich willkommen. Und Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Dark Souls hab ich gespielt, aber es hat mich mehr als aggressiv gemacht. So, was spüre ich? Ich spüre gar nichts. Wallis! Grüße dich! Kannst du was sehen, Aiden? Wieso muss ich immer alles machen? Ich bin so voll der... der Arsch für alles. Die Mächte leben. Achso, das muss ich jetzt quasi... Danke, die ist echt total schön. Mach's auf. Ah! Jodie. Alles okay? Sehe ich so aus? Ja, ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Äh, erzählen. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihr. Nathan. Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Weil viele schreiben, sie kennen den. Das ist ein berühmter Schauspieler. Ich bin gleich wieder da. Weiß jemand nochmal den Namen? Von Perth nach Sydney gefahren. Beste Urlaub meines Lebensortes, glaube ich. M30, aber ich gucke das immer wieder gern. Ja, ich finde auch so alte Filme schauen, ist einfach die Geister-Nostalgie überhaupt. Genauso wie alte Spiele spielen. Deswegen spielen wir nächste Woche Zelda. Majora's Mask, Ocarina of Time. Haben wir schon gespielt. Und ich, ja, ich liebe sowas einfach. Kann ich mich bitte bewegen? Ah, gibt's hier nichts mehr für mich? Okay. Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, wir sind ein Mädchen, das Connection zu einem Geist oder jemanden aus dem Jenseits hat. Das könnt ihr hier sehen. Und ich werde hier immer quasi in diesem Labor festgehalten und man kriegt quasi ihre Kindheit mit und alles drumherum. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauch noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Ich, das ist mein Auftrag. Herr Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag. Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Okay. Also ich bin auch die ganze Zeit nur am Laufen. Also als Kind wurde ich von meinen Eltern abgegeben und jetzt schon wieder weg. William Dafoe, genau. Genau, genau, genau. Ding, ding, ding. Namen leider nicht, aber hatte in Spider-Man. Genau, der hat in Spider-Man gespielt. Das war der Vater von dem Bösewicht. Lufia 2 Rise of Sin's Trails empfehlen. Wurde in Deutschland als Lufia vermarktet. Auch für echer Konsole. Ich will nämlich zum Beispiel mit euch auch Banjo-Kazooie spielen. Wer kennt von euch Banjo-Kazooie, Kinder? Erzählt mal. Okay, jetzt muss ich in ein neues Büro. Lass mich raus! Was? Was ist denn los, Mason? Ist was passiert? Was? Das verstehe ich nicht. Warum ich? Warum wohl? Ja, Banjo-Kazooie ist einfach geil. Weil ihr es erzählt habt, ihr Arschis. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen, zu gehen. Joe, die lasse dich einnullen. Du musst das verstehen. Es ist eine großartige Gelegenheit für dich. Genau, für euch. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen. Aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Soll das der Schöling des Games sein? Oh, oh, jetzt werde ich wütend. Oh nein, ich muss wieder Rampage machen. Mit welchem Game? Ich würde sagen, mit Fortnite. Ich habe heute leider Jeremy's Next Topmodel verpreist. Die Twitter-Kommentare waren legendär. Ach, Jeremy's Next Topmodel. Das guckt man, glaube ich, eh zur Belustigung an, oder? Pass mich nicht an. Du bist für mich. Ich hole schnell mein Zeug. Wir haben das Next Topmodel hier am Stream. Du meinst, wir das Next Flopmodel. Und Game Boy hast du noch das. Ach, wie geil. Nee, zum Glück habt ihr mir gesagt, dass ihr noch online bin. Ich habe vorher, ich hätte in der Nase gepopelt oder so. Es wäre sehr unangenehm geworden. Hallo, Simi. Ich glaube, das war einfach zu viel. Klimaanlage, Geschirrspülmaschine, alles hat hier... Was kann ich da machen? Auch abstellen. Haben eine kleine Party geschmissen. Ohne mich! So, Kind. Wenn der Geschirrspüler nebenbei läuft, das hat es fix viel für Strom... Ja, gut, das... Ich habe es jetzt gemerkt, weil ich habe jetzt den Strom angestaltet, hat die Geschirrspülmaschine blip gemacht, dann wusste ich, okay, wenn die drangehangen ist, gut zu wissen. Aber ich muss noch was holen, alles klar. Hallo, guckchen. Hätten wir ein Auge zugedrückt beim Popeln. Ja, schau dir mal vor, ich hätte jetzt irgendwas peinliches gemacht. Hier ist es Scholdi so gut gelaunt, weil sie gerade erfahren hat, dass sie schon wieder woanders hin muss. So, was muss ich denn noch holen? Ach, aus dem Schrank auch noch alles. Mir ist eigentlich sowas auch nie passiert, aber wer weiß, wenn vielleicht zum Beispiel jetzt gerade auf unserer... Auf unserem Stockwerk viele gerade irgendwas rumfutscheln. Ich weiß, wir haben zwar eine eigene Sicherung, aber man weiß ja nie. Auch rein in die Tasche. Ja, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn es jetzt noch mal passiert, liegt es an der Steckerleiste. Weil, ähm... Ich hatte das Problem ja sonst auch nie. So, jetzt beruhig dich mal, Mädchen. Ich glaube, wenn sie so fragt, dann haben wir noch irgendwas vergessen. Benutzt die Steckdose, wo alles geht, daran alles anschließen. Genau, ich habe zwei Steckdosen-Ausgänge und da hängen halt zwei Leisten dran, beziehungsweise drei jetzt. Ich habe sie jetzt verteilt. Jetzt mal abwarten. Was stellt die sich so an? Die zieht doch nur um. Aber die will nicht schon wieder gehen. Noch irgendwas vergessen? Ah, hier. Hier ist doch noch was. Mädchen. Jetzt kannst du bitte aufhören zu heulen jetzt. Das macht mich echt verrückt. Ah, hier. Das nehmen wir auch mit. Man funktioniert das so, dass es bei einer kurzen Zwischenphase und Neutrale sofort liegt, auch mit dem kleinen Knall. Ja, es hat auch klein... Es hat so gemacht, wie so ein kleiner Pup. So, da wusste ich direkt, Scheiße. Also, es war nicht... Es war... Und ich dachte, du brauchst Pup. Und trotzdem machst du Pup. Das war heute in erster Echt. Lass mich in Ruhe, OneDrive! Ich habe mir die Zahnbürste mitgenommen. Ich glaube, ich habe jetzt alles. So eine Riesentasche und halt nichts drin, außer eine Zahnbürste, ein fettes Stofftier. Vor allem, das kann man ja auch mal eher sagen. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt komm mit. Sondern lässt man die halt mal packen in Ruhe und ihr Zeug mitnehmen. Ist auch mal was. Gnur erzählt uns über verschiedene Pupste. Ja, es gibt den feuchten Furz, es gibt den trockenen, es gibt den entschlossenen und es gibt den leisen, den Schleicher. Jetzt gehe ich aber. Ist mir egal, was ich jetzt vergessen habe. Scout, ich habe keine Benachrichtung gehalten. Ich weiß. Danke, Sandro, für den Haufstieg. Jetzt die Nase am Ärmel abwischen. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Du gibst mich ab. Wir müssen los. Ich freue mich schon auf Little Nightmares 2. Hast du einen Wackler auf der Steckleiste und bist angekommen. Oh, Endpunkt. Also ich habe, als ich gerade die Sicherung angemacht habe, wahrgenommen, dass der Geschirrspüler wieder angegangen ist und der ist gelaufen. Weil die andere Steckerleiste geht auch noch. So. Ich muss mich verschreiben, ich weiß immer noch nicht, wer ist. Little Nightmares 2 kommt dieses Jahr, ja. Tut mir das so leid, wird immer weggeschickt, hatte kein richtiges Zuhause, ja. Das muss richtig scheiße sein. Eine laufende Waschmaschine. Also in Australien laufen die. Die laufen sogar sehr selbstbewusst. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training startet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Richtig harter Kerl hier. Spaß. Mag ich jetzt schon nicht. Mach ich fertig. Ja, das ist sauber. Wieso sind meine Haare ab? Ist doch total unnötig. Das braucht doch keiner. Warum? Warum schneidet man mir die Haare ab? Oh Gott, Leute. Das macht sich Stress, ne? Oh Gott, ey. Ich werde versagen. Los, fest zugreifen. Nutzt die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Mach ich doch. Mach ich doch, Kerle. Gehen wir noch auf den Sack. Wieso hat er jetzt einen Klimmzug gemacht? Ja, die anderen rennen mir natürlich alle davon. Ganz genau so, Hose. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Schrei mir die an. Oh Gott, läuft. Es wird jetzt was, ne? Ja, ja. Mach ich ja. Ich hab's voll drauf. So. Also, wenn ich schon sowas sehe, ja? Wo ist denn bitte schön die Deckung? Bei so einem Kick. Die Deckung bleibt oben. Habt ihr das gesehen? Der Lehrer stimmt dem auch noch zu. Bereit machen. Okay, Leute. Ich bin bereit. Ich werde das rocken. Ja. Go, go, Gadget. Wir machen das. Wir sind Gangsters in der Hood. Schön runter. Ja, schön Frontkick. Frontkick. Voll umhauen, die Typen. Ja, Mann. Ich bin bereit. Schön die Fresse rein. Du, links, rechts, links, rechts. In Deckung. Zieren. Schieben. Was wollt ihr denn von mir? In der nächsten Deckung. Kapiert. Bei mir ist es jetzt 14 Uhr. Ich hab nicht zugehört. Hallo, Boohoo. Hallo, Heidi. Oh Gott, Leute. In diesem Scheiß bin ich so schlecht, ne? Okay. Cheatcode aktiviert. Genau. Du hast dich mitgeschwärt, dass du keine Knarre reinkommen hast. Da hast du's. Stimmt, verdammt. Ich hätte nicht beschweren sollen. Springen. Spring, Kind. Spring. Ja, spring. Hör auf, mich zu beobachten. Ich schieße hier mit echten Waffen. Der chillt hier einfach ganz normal. Nee, wenn es so eine Kugel abprallt und dich irgendwie trifft. Verdammt. Kann ich irgendwie abschreiben? Oh, meine Haare sind endlich wieder gewachsen. Oh Gott, nee. Hilfe. Wenn ich das schon sehe. Mhm, mhm. Okay. Wieso ging das bei mir so leicht nicht bei der Mathearbeit? Ich musste nicht irgendwelche Pfeile drücken. Exzellent, Jogi. Du hast nicht mal gesehen, was ich geschrieben habe. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Ach so, jetzt muss ich meinen Aiden trainieren. Hast du heute schon deinen Aiden trainiert? Deinen Aiden? Ich mach'n bisschen leiser, weil das ist jetzt irgendwie nur unnötig lautes Getöne, oder? Also ich mein' meine Stimme. Okay. Weg damit! Wie sie die alle wegfetzen jetzt. Nein, das ist doch unnötig. Mach doch das unten, Mensch. Hör dich, da pack'n'ne Tonne. Oh nein! Lass mich doch in Ruhe! Jetzt muss ich ja richtig gut sein, solcher lange Haare. Okay, Leute. Aufs Maul! Nicht mit mir! Ja genau, schön gegeben. Oh, was? Zu spät? Der schlägt Frauen. Nochmal von vorne, oder wie? Ist ja echt nett, wenn er immer das Gleiche macht für mich, damit ich das... äh... schön abspielen kann. Schöner Parry. Sehr gut. So, jetzt noch schön aufs Maul. Ja. Dieser Moment. Oh Gott, ey, da würde ich so kotzen, ey, bei sowas. Ey, ich hab' keinen dicken Arsch! Nur lachen! Ich kann nicht! Und du Grashalm stehen hast, die Aufgaben... Ja, das stimmt, oh Gott, das hasse ich, ne? Das hab' ich immer gehasst, wenn bei... bei Arbeiten... in der Schule, wenn alle angefangen haben zu schreiben, und ich so... Warum schreiben die alle schon? Ich muss doch so lange überlegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie lange hast du Kampfsport gemacht? Äh, sieben Jahre, und zwar siebenmal die Woche. Also, ich war echt richtig drin in der Scheiße. Ich musste im Letzten fast kotzen im Training, weil ich mich zu überanstrengend hab. Das war sehr unangenehm. Ich komm' jetzt hoch mit dir, du Stück. Also, ich hab' echt keine Kraft in den Armen. Also, ich hab's gestern wieder gemerkt. Das war richtig erbärmlich. Dafür zahlt sich jetzt ein Sixpack aus. Der kommt vom Kacken. Schön Spagat jetzt machen. Genau, sehr gut. Hey, ich hab's doch richtig gemacht. Was wollt ihr denn? Achso, der kann mich... Ah, jetzt hab ich den Muskelfaser. Ah, der kann mich heilen. Den hätt' ich mal gebraucht. Ich muss sagen, die Bauchmuskeln hatte ich echt tatsächlich immer. Da muss ich faule Sau zum Glück nichts für machen. Dafür ist es halt Richtung Po ist es halt alles sehr... ...sehr schwach. Das Bindegewebe will nicht mehr. Die Schwerkraft setzt ein. Und es sieht aus wie ein Minenfeld. Aber es ist mir egal, was hinter mir ist, seh ich nicht. Ich lass' Dinge gerne hinter mir, wisst ihr? Aber ich muss sagen, es hat richtig gut getan, am Strand einfach mal zu sehen, dass einfach fast jede Frau Cellulite hat. Dass man diese ganzen Instagram-Models nirgendwo sieht, weil die alle gephotoshoppt sind und wir einfach alle menschlich und normal ausschauen. Weg mit dir! Lass mich! Lass mich! Weg mit dir! Ja, ich mach dich fertig! Das ist für die ganzen Jahre! Ja, sehr guter... Sehr guter Hebel, den hasse ich. Nicht übel. Kamstot, mach gute Figuren. Ja, das stimmt. Tanzen auch. Wir zocken gerade. Beyond Two Souls, mein lieber Riese. Es ist so warm. Es ist so... Ich hab grad 40 Grad hier. Der Stuhl klebt an meinen Arschbacken. Okay, jetzt kommt das Final Training. Ab gewisser Art bekommt jeder seine Kratzer. Ja. Sowieso. Ich hatte immer schon Cellulite. Ich hab mit elf oder mit zehn Jahren in die Pubertät gekommen, dann fing der Hintern an zu wachsen, voll die Dehnungsstreifen. Aber ganz ehrlich, ich hab mir so viele Gedanken früher gemacht über mein Äußeres, das ist mir jetzt einfach scheißegal, weil es einfach menschlich ist. Genau. Es sind bei mir manchmal gratis. Ist so, aber es juckt mich nicht mehr. Denken sie so Barton mit Aiden ab. Okay. Guckst du mal. Muss ich den jetzt umnieten oder... überwältigen? Der stand aber grad nicht mehr im Rücken. Das ist mir ein Liebesspiel. Kommt immer mit dem Alter. Ja, mit dem Alter kommt auch die Weisheit. Ich mein, Aussehen ist vergänglich. Das Wichtige ist, dass unser Charakter, das ist das Einzige, was wir formen, was aussehen kann. Einfach keine Sau was. Und das wird so gefeiert. Ich find das so schrecklich auf Instagram, dass die ganzen Leute für ihr Aussehen gefeiert wird, wofür die teilweise nicht mal was können. Also gar nichts können. Außer gut, du trainierst jetzt und bist stolz auf deinen Körper. Ist ja schön und gut. Oh, oh, ich glaub, der sieht mich jetzt, ne? Das war ganz sack dumm. Das war ganz sack dumm. Oh, ganz knapp. Ähm. Aber ich denk mir halt generell, niemand kann was für sein Aussehen. Und vor allem die meisten operieren sich ja auch einfach und sind dann mega stolz auf sich. Also, das ist halt einfach seltsam. Hallo, Dagli. Kann ich mal aufhören, mitten im Weg zu stehen? Der da oben sieht mich doch, oder? Ah, schön. Da kann ich mich randecken. Da gehen wir doch mal hoch. Die ist ja so rot, da muss ja irgendwas dran sein hier. Hoch mit dir. Ich hab erst Zellulite, schreibt man das so? Egal, seitdem ich in, ähm, bei der Humortherapie bin. Aber mir ist es egal, solange mich mein Schatzi mag. Genauso ist es. Genauso ist es. Männer interessieren Zellulite, äh, Dellen überhaupt nicht. Ich hab keinen Partner gehabt, den das gestört hat. Das wurde uns damals vom Magazin, das gab ein Magazin, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, die haben das Wort Zellulite quasi erfunden und haben das als Problem beschrieben, um natürlich dafür Cremes ein, äh, das war quasi wieder von der Pharmaindustrie, um uns einzureden. Hey, du hast Dellen, die sind nicht schön, die musst du wegmachen. Früher war das ganz normal, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Gibt's bald ne Creme, wo ich mir meine Nase wegmachen kann, oder wie? Einfach so lassen, wie man ist? Eben. Vor allem wenn Juckz den wie mein Hintern aussieht. Ist da drauf. Ist ja klar, dass der Knautschi ist. Ist halt ein Knautschi-Boodie. Oh, den kann ich bestimmt. Liebe macht blind. Nein. So würde ich es jetzt auch nicht sagen. Macht sie auch, aber... Oh, geil. Danke, Sir. Wenn wir alle wollen, Worts. Ja, Jodie. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlichen Glückwunsch. Mich hat es blind gemacht. Für mich war meine Freundin die hübscheste von allen. Aber das ist so negativ blind. Das ist ja was Schönes eigentlich, dass du halt einfach nur noch Augen für sie hast. Ich finde, Liebe macht dann blind, wenn man sich zu viel... Hallo, Mr. Goeck, mir geht's gut und dir? Liebe macht dann blind, wenn man sich einfach zu viel gefallen lässt und sich einfach... Ja, zum Beispiel, wenn man seine Würde verliert, dann macht Liebe blind. Und klar, dass man oft naiv ist am Anfang. Aber ich finde es schön, wenn man doch... Oh. Das ist ja mein komisches Kleid. Äh... Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Was sind das alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist... Sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Amat. Das hier ist meine Assistentin, Elisabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Amat. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Schnappfunk, Kaiser. Dankeschön. Schön, Sie hier zu sehen. Ich bin so 1,72. Ich finde das Kleid, ehrlich gesagt, nichts für mich auch nicht. Ich finde, der Rücken sieht zu seltsam aus. Also, den Hans komisch gemacht. Irgendwie, finde ich, sieht irgendwie aus wie so ein Chicken. Hey, du. Was kostet denn die Nacht? Leute, stark da außen, die Tür kostet halt nichts. Okay, was muss ich denn überhaupt machen hier? Moment mal. Kann ich nicht irgendwie einen Live-Estray erwähnen? Oh, da kann ich aber es machen. Kann ich... Nein! Nicht jetzt! Das fällt zu sehr auf. Ah, okay. Entschuldigung, ich mache nichts. Kann mit irgendjemanden reden. Ich merke es, ich ärmer. Ist alles okay? Ja. Ja. Ich meine... Ich bin echt überbewertet. Keiner darf Verdacht schimpfen. Ah, ich muss da hin. Auf aufs Kacklo. Das wird ja lustig mit dem Kleid. Wie läuft sie denn in dem Kleid? Das sieht aus... Das habe ich beim Pferderennen in Melbourne das erste Mal gesehen. Guck mal, wie sie läuft. So laufen Frauen, die in hohen Schuhen nicht laufen können. Die laufen dann wie, als hätten sie irgendwie was im Hintern stecken. Äh, huch. Es lebt sich sehr, sehr gut. Es geht dich überhaupt nichts an. Das ist jetzt auch Kacklo. So, kann ich jetzt irgendwo hier aufs Scheißhäuschen gehen, bitte? Hier. Ach, sogar ein goldes Sitz. Geil. Sehr schön. So die Juwelen in den Hintern drücken. Jetzt entspann dich mal, Mädchen. Hallo, Architekt. Aiden. Aiden, bist du bereit? Nein. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig verstanden. Ich werde es verkacken, kann ich mir jetzt schon sagen. Okay, ich muss jetzt mal kurz rausher. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Hört ihr dieses Geräusch immer? Das ist das gleiche Geräusch, was man bei Granny hört. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ach, aber jetzt stresse ich nicht mehr. So, ich glaube mal, dass ich vielleicht... Nee, nee, ich gehe da mal kurz rein. In die gute Stube. Ich glaube, das ist ein Ablenkungsmanöver hier, oder? Was hat das jetzt gebracht? Darf ich bitte erfragen, was dies gebracht hat? Ich finde die noch ein bisschen schwierig, die Steuerung von diesem Aiden. Ich werde mal den hier ausknocken, aber eigentlich würde ich gerne halt rumdrehen. Nein. Scheiße. Ja, ja, ich muss erst mal den Kerl hier ausschalten, wenn ich darf. Nein, noch mal rumdrehen. Halt, nein! Ich check die scheiß Lenkung mit dem Aiden nicht. War ich hier schon drin? Kann ich das hier oben auch wegmachen? Wieso kann ich das hier oben nicht anvisieren? Mal jetzt. Was auch immer das jetzt soll. Versteht ihr das? Ah, hier ist doch ein Gemälde, oder? Oder? Nee. Such das Bild. Ich weiß, aber ich will den Typen da vorne wegkriegen, weil ich glaube, der hat mich letztes Mal voll verkackt hier. Wo ist er denn? Ah, hier. Kerle. Es wird jetzt wehtun, aber es muss sein. Ah, jetzt bin ich er. Das ist ja perfekt. Es fällt ja gar nicht auf, wenn jemand keine Pupillen mehr hat. Pass auf, Aiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Was, ich kann andere Leute nicht berühren, wenn ich mich kontrolliere? Problem ist, jetzt bin ich ja auf der Kamera. Oh, scheiße, da ist einer drin. Habib, na, setz auf. Die Kameras. Ich hab gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. Stress mich mal nicht. Wo sind die denn? Scheiße. Okay, ich glaub, das hat jetzt keine Auswirkung für mich. Wo sind die verdammten Kameras, bitte? Strom! Ich glaub, hier. Ach, hier bestimmt, oder? Wo sind die Kameras? Ich muss den scheiß Kameraraum finden. Wisst ihr, wo der ist? Wo ist der verkackte Raum hier vielleicht? Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Hier muss es sein. Aiden, tu, was du musst. Ja, ich mach das schon. Oh, halt. Ach so. Ablenken kann ich den nicht einfach irgendwie hier. Okay. Noch mal den Typen nehmen, oder wie? Noch mal den Typen nehmen? Ja, wahrscheinlich, oder? Sonst krieg ich's nicht auf. Nehme nochmal den Typen. Venture und Venture. So, komm her, mein Schatz. Nochmal. Ach, ich kann nicht nochmal? Ach, schade. Okay, dann geh ich da jetzt einfach mal rein. Mädchen nervt mich jetzt nicht. Ja, jetzt stress mich nicht. Ich mach ja schon. Da. Yes. So, wunderbar. Nein, ich brauche die Scheißhahn. Tatsächlich. Okay, jetzt zeichne ich. Oh, mein Gott. Du bist dann wie die Turohunde, wo ich rausgeflogen bin. Ah, jetzt muss ich zeichnen. Okay. Genau, alles schön auf den Boden kritzeln. Oh, fuck. Ja, 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 ja. Ist das vielleicht mal die erste Mission, wo ich nicht verkacke? Schneller, schreib doch! Du darfst nicht auf die Frauen-Toilette. Ach, so eine von uns. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Vielen Glück. Ui, 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 ui. War das jetzt so gewollt? Öffne doch! Rauf, Mädchen. Und zwar unauffällig, wenn es geht. Was ist das Wagen hier? Jetzt muss ich aufs Klo. Ja, ich habe irgendwie auch gerade voll Lust, das ist gekommen. Ich wusste jetzt deinen In-Game-Namen nicht ganz genau, aber wusste halt deinen deutschen Namen. Süß! Mein lieber Schorli, dann ist aber auch ein saftiges Nu. Hallöchen! Guten Morgen! Ist wirklich saftig, weil hier ist 40 Grad und ich schwitze wie ein Schwein. Wollt ihr nicht, du Arsch? Gut, ja, wir gehen. Winter ist besser, ja. Ja. Die Botschaft! Gucken wir mal, wie wir abgeschnitten haben. Mordsdurchfall, der Herz die Puppert sind weggesprengt. Mission abgeschlossen, haben 98% Kontrolleerwache alarmiert, haben auch viele verkackt, alles klar. Wie geil sie auf einmal lebt! Hallo, Pua! Ja? Jodie! Hey, hier ist Ryan. Ryan! Hast du... Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor drei Tagen. Hallo, iUmix! Ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der E-Mail? Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Ich... No, Pua. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Nein! Nicht schon so! Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Äh... Klar, aber... Wie... Wer es so macht? Darf ich dir auch meine Höschen zeigen? Okay. Ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Dann können wir mal die Höschen kippen, wenn du magst. Wieso lädst du dir denn nach Hause ein? Bist du blöd? Der wird nach dem Dessert nimmer gehen. Das ist dir schon bewusst. Nimmst du überhaupt die Pille? Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging es um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich bin eifersüchtig gewesen. Ich kann tun, was ich will. Ja, wie wär's mal mit Handys? Ihr Neandertaler? Mails krieg ich auch nimmer. Die sind alle im Spamord. In dem Spiel geht es darum, dass mir jetzt den Typen wahrscheinlich knattert, oder? Ja, ja, laber nicht. Ich mach alles kaputt jetzt. Hörst du mich verflucht doch mal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich mein echt gut. Mailbox 555-233-4448. Warum wird mir das gezeigt? Und ich glaube, ich hab mich verliebt. Oh mein Gott, nein. Wie alt ist der? Wie alt bist du? Okay. Es ist 7 Uhr. Nicht, dass Staten wir brauchen. Ich hab ne Stunde und mach dinner. Hallo Stefano. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Aufräumen? Na ja, also wirklich viel aufräumen muss man dann ja nicht. Wo ist deine Küche? Verdammt, warum ist das hier so groß? So. Hat doch jetzt ein geiles Leben. Äh. Wo ist dein Mülleimer? Kannst du mir das bitte mitteilen? Ah, da. Teile dich miet. Ja. Pizzaschachtel musst du... Ja, perfekt. So hört sie überhaupt Aiden's Name ein. Ja stimmt, Aiden's Name. Frag ich mich auch. Bot Life. Aber echt Bot Life. Was schmeißt die da vereinzelt auf den Boden? Oh, sie spielt Videospiele. Das ist doch voll sympathisch. Lass es liegen. Das ist ein Pluspunkt, Mann. Die Alde. Das sieht ja auch keiner, ne? Also wirklich aufräumen muss sie ja nicht. Die ist ja super ordentlich. Was ist das für ein Film? Bücher. Okay, ins Bücherregal. Ja, das kriege ich hin. Okay, toll. Sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen. Geiles Haus. Geile Wohnung. Kann man machen. Die Alde hat Geld. So. Oh mein Gott. Die 3-Tage-Regel, ne? Oh mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Lunge. Lounge, aufstehen, Jazz. Lounge, Lounge ist immer geil. Es wär drei. Ich mag Lounge-Musik. So. Und jetzt? Ist doch nichts mehr da. Ist doch alles sauber, oder nicht? Die Schuhe noch. Hä? Ach komm, die paar Sachen jetzt. Okay. Dreckwäsche. Darf ich mir das fragen, ob die Sex haben werden? Einfach nur so aus Interesse. Das sieht man wahrscheinlich nichts im Vergleich zu Heavy Rain, oder? Ach, die Dreckswäsche. Voll die Riesenbude, ey. Okay, da. Nur die erste auf dem Haufen Beton ist nicht so schön. Die Bude direkt am Meer wäre nice. Ja, das stimmt schon. Also wir leben jetzt ja auch in der Stadt, haben eine geile Aussicht eigentlich. Aber ich finde, das wirkt so bedrückend. Ich mag es eher, wenn es außenrum frei und ländlich ist. Aber ich beschwere mich nicht. Hey, da war was. Du machst dich jetzt fertig, Mädchen. Du putzt jetzt die Zähne. Heute wird nämlich das Gestell ausgebuchtet. Kannst du bitte nochmal ... Was sollte das denn jetzt? Okay. Ich mach mich jetzt mal fertig. Ich glaub, ich hab alles aufgeräumt. Also fürs perfekte Date muss doch alles aufgeräumt sein, oder? Mailbox, was bringt mir denn das? Warte, ich guck mal kurz, was das hier auf sich hat. Hat so eine Eigentumswohnung, aber die sieht nicht so aus wie im Spiel. Ja, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich muss mich erst mal duschen, oder? Ja, bitte. Du kannst ja nicht stinkig dich da ... Ich steuere mit dem Controller, ja. Nein, ich steuere mit meinen Gedanken. Ich hab auch einen Aiden. Soll ich mich lastiver aufs Bett legen? Ich dusche jetzt erst mal schnell. Ich hab irgendwie Angst, dass hier im Hintergrund die Zeit abläuft. Oh, geil, die Badewanne. Ich liebe baden. Wer liebt noch baden? Ja, ist das hier nur ein Kakaos? Okay, ist nur ein Kakaos. Das ist ein extra Kakaos. Okay, dann ... Ach hier, ach klar, natürlich, die Dusche. Ist natürlich so groß wie in der Küche. Genau. Wir wollen was sehen. Das Zopfgummi bitte abmachen und Haare schamponieren. Bitte. Mädchen bitte Haare aufmachen. Das ist kein Duschen, du hast kein Shampoo benutzt. Sehr schön verdeckten zu sein. Ja. Ah ja, gerissen gemacht. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich kann nicht wiggeln, ich hab so Muskelkater, Mann. Ah! Das war 16 plus. Das war nicht mal an mir an 16 plus. Das war minus 10. So, was zieh ich denn jetzt an? Ich würd sagen, locker. Darf ich das nicht entscheiden? Bitte nicht einen Liebestöter anziehen. So macht keine Frau immer Haar zu. Ich kann's zumindest nicht. Oh, fuck, er kommt schon. Fuck you. Soll ich so aufmachen? Nein, du ziehst jetzt. Ich kann doch so jetzt nicht aufmachen. Ich muss mich umziehen. Ah, ich wollte so aufmachen, Leute. Was ziehe ich an? Oh, scheiße, was ziehen wir an, Leute? Cool. Cool machen wir. Nicht sexy, machen cool. Einfach gechillt. Oh, hey, Ryan. Hey, der steht vor der Tür. Jetzt mach mal hin, der Alte. Nur alte Sachen an, weil... Ich bin cool. Ganz cool. Weglegen oder nicht? Elegant, sagt ihr. Sicher? Okay, machen elegant. Nicht genug Aufwand. Elegant, sagt ihr. Okay, elegant. Nein, nicht das rote Kleid. Auf gar keinen Fall ziehe ich das an. Das ist ja voll peinlich. Der Liebestöter. Weg damit. Nein, das ist nicht elegant. Das ist einfach nur unnötig. Ich mach cool. Weglegen. Das ist ja voll. Und er wartet da schon seit 15 Minuten vor der Tür. Warte. Nein, 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 nein. Ich ziehe mich jetzt einfach cool an. Cool. Schluss jetzt. Schnell mach hin, der geht gleich wieder. Anziehen. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Ja, du lädst ihn zu dir nach Hause ein, Madame. Wie alt bist du eigentlich? Muss ich dir alles beibringen. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay. Weil der guckt ja dann zu, wenn wir irgendwie Ramson. Das Date wird stattfinden. Basta. Wie oft man da üben muss, den BH so locker flockig wie den Film anzuziehen. Also ich brauche meinen Sport-BH nicht mehr so lang, aber für alles andere, das schließe ich da vorne und ziehe es an. Ich hasse BHs generell. Die sind unbequem und doof. Ist er jetzt weg? Oder macht er einen auch lustig? Ich habe mich nicht mehr einschamponiert. Sag bloß, ich habe jetzt zu lange gewartet. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich jetzt. Ach, er war das. Ach, der Aiden war das. Ach so, wie nervig. Das ist ja nervig. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Ich bin derjenige, die die Entscheidung hinkriegt, Aiden. Du wirst ein Spielchen spielen? Das kann ich auch. Voll nervig. Das nächste Mal Unterwäsche aufmachen. Ach so, ich dachte schon, das wäre jetzt der... Jetzt habe ich ja noch voll die Zeit. Das kann ich denn jetzt noch machen. Ich will vielleicht mal Socken anziehen oder kochen? Ich muss doch kochen. So ein nerviges... Das ist wie so ein Kind, ne? Ich würde sagen, ich koche jetzt einfach mal was. Jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Das muss jetzt so irgendwas Schlüsseldienst. Genau, stimmt. So, wie ist es denn jetzt? Was muss ich da eigentlich alles einstellen, um denen in die Kiste zu bekommen? Leute, jetzt packt doch mal aus. Verratet es mir doch einfach. Wie läuft denn die? Verratet es mir doch einfach mal. So, wo ist denn meine Küche? Hier. So, es wird erst mal gesoffen. Komm, ein Schluck. Kommt ja auch nichts raus. Alles klar. Beispiel mit allen, gute Story, der Geisteslieb. Ja. Okay, jetzt einfach mal Schluss. Habe ich mich jetzt vollgesoffen? Widerliches Zeug. Oh, oh, ich bin nicht jetzt besoffen? Nee. Braucht mich. Okay, gut. So, was gibt es denn hier Feines? Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ja, dann guck mal. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Was gibt es denn noch? Curry-Hühnchen mit überbackenem Gemüse. Schnitze. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Schnitze? Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber... Hey, komm, das ist so cool, eine Pizza holen, oder? Pommes mit Ketter. Klingt doch ganz gut. Oder? Was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Ihr entscheidet. Schau los. Jetzt entscheide ich endlich mal. Ich mach was Billiges. Dann geht's auch schnell. Ihr entscheidet, Leute. Pizza? Asia, mach die Pizza. Ja, Hühnchen-Pizza. Okay, Pizza auf Ehre. Ja, der kommt da spontan an. Dann gibt's auch noch eine Pizza. Ich ruf da an. Ja, jetzt rufst du da an. Kelly. Weible. So. Also, Leute, wenn ihr zu mir nach Hause kommt, geht's Pizza. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Eiden. Ich hab heut trotzdem mein Date mit Ryan. Asia war sexy und feurig, aber dann brennt's zweimal. Hat's bei euch wirklich schon mal zweimal gebrannt? Also, ich hab wirklich viel Schaf gegessen, bei mir nicht. Ich hab ein... Ich hab, glaub ich, zu viel... Ich hab, glaub ich, ein Monster-Poloch. Da passiert da nix. Ich hab die türkischen Gene, wir sind scharf gewohnt. Wo ist denn jetzt mein Handy? Nee, yo. Echt, passiert das? Also, wir haben jetzt noch nie zweimal gebrannt. Große Grabe Pizza isst die Pizza. Große Grabe Pizza. Wo ist das Telefon? Das ist doch eigentlich immer am Eingang. Wo ist mein Telefon? Schnell mal an die Zeit rennt! Okay, kann mir bitte jemand sagen? Ah, hier. So. Oh, großer Gott, ich kann mich immer noch am Schlaf. Hey, ja, ähm, ich möchte eine große Pizza. Die, äh, Super Supreme. Echt jetzt, Strumpf? Chili con carne brin. Zwischen acht und halb neun. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, neunter Stoch. Okay, cool. Gut, danke. Ja, das ist Wahnsinn, dass ich immer so scharf essen kann. Ich glaube, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Aus die Asiaten. Das ist nur einmal passiert. Da war ich aber so verschnupft, dass ich mich so mit der Schärfe benommen habe, dass meine, mein Mage irgendwann kein Bock hat. Ja. Also, ich mag Schaf, aber irgendwo, finde ich, muss man auch was zum Essen schmecken. Vor allem, wenn es da noch heiß ist, das Essen. Was muss ich denn jetzt machen? Was muss ich denn jetzt machen? Tisch decken? Mann, was muss man denn alles für ein Date vorbereiten, ey? So, und jetzt? Was fehlt noch? Oh, natürlich. Die Kerze. Kannst du ja was gegen Zahnschmerzen zum Zähnest? Oh, ja, das ist sehr witzig, Aiden. Na, ich meine, ich stoffe mal, wie es so gut wie nichts schmecken kann. Die Karte-Niveau ist ganz weit unter meinem Niveau, weil ich stanziere mich von solchen Strimmings. Das ist sehr romantisch. Darf ich, ich glaube, ich kommentiere das jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, zu beleidigend und böse. Vielleicht ein bisschen mehr Deutsch lernen als Streams schauen. Und jetzt? Brauche ich jetzt noch weinen? Was hat sie jetzt gesagt? Ah, hier. Uhrzeit. Ach, ich kann auf die Uhr gucken, so wie ich es jetzt nicht gemacht habe. Da wäre ich ja nur voll gestresst. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Hat immer zugehört. Äh. Hilfe! Was muss ich machen? Zähneputzen, oder? Zähneputzen? Oh, scheiße, jetzt ist er wirklich da. Fuck. Zähneputzen? Scheiße, jetzt stinke ich wegen... Jetzt habe ich mit dem Mund wohl liegen. Was war mit dem Bett noch? Mit dem Bett war noch irgendwas. Ich kann nichts mehr machen. Es ist soweit. Fuck. Ich leute wie so ein Bauer. Oh Gott, Leute. Ich weiß, ihr habt es schaffe, ne? Äh, machst du bitte auf? Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Danke, Rose for play. Hey. Äh, Chateau Margot 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hole das. Das Ding für die Weinflasche. Oh Gott, schau die echt. Wo ist denn das Ding für die Weinflasche? Mann, kannst du mal nochmal laufen? So wird das heute nichts mehr. Cooles Apartment. Hä? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Hallo, ei. Nimm Pfefferminz. Okay, scheiße. Wo ist denn der Korken, äh... Der Korkenzieher. Ich brauche einen Korkenzieher, schnell. Ja, ich habe es eben. Puh. Der Korkenzieher, du, mein Freund. Ich ziehe dir heute Nacht mit was anderes. Unschuldig. Er voll der Bachelor. Ja, ist wirklich so. Soll ich dich aufmachen? Nein, nein. Ich mach schon. Nein, lass doch ihn machen. Dann blamiert er sich. Verdammt. Ja, hobel ihn rein. Jetzt. Ha. Ha, ich bin Profi. Oh Gott, ich bin ja Polter nebengeschüttet. Keiner gesehen. Das freut mich. Auf dein neues Apartment. Wenn du rotlichterfroren hast, hoffentlich. Auf mein neues Apartment. Oh mein Gott. Wann bist du eingezogen? Ich mach mal nix. Ich bin mal nett. Ja, die Agency hat sie mir besorgt. Voll möbliert. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Ich fühle mich allein. Das ist komisch, aber ich gehöre mich. Der Geist. Ja, stell mal vor. Das wäre für unangenehm. Du warst beim Kacken die ganze Zeit beobachtet wirst. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus. Etwas außerhalb. Ja, klein. Ich mach mal nix. Ich lass die mal ein bisschen. Tote. Stammst du von hier? Nach all dem Stress. Nein, nein. Ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Einen vollen Umweg. Aber ich bin früh weggezogen mit 16. 16? Bist du... Bist du zu Hause rausgefunden oder sowas? Ähm. Das war ziemlich... Chaotisch daheim. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und äh... Deswegen trinke ich jetzt auch. Ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Ich fühlte einfach mal an, gewöhnt sich dran. Und das Gespräch jetzt aufzulockern kann nur ein Furz helfen. Wie kamst du danach zur CIA? Ich, äh... Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Naja, Action, Reisen, Abenteuer. Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich Ja gesagt. Ja, und jetzt... Ah, jetzt kommt die Pizza. Moment. Ich bin mein Liebergeist. Ich will, dass die mal zum Schluss kommt, die Arme. Die hat ja... Das stimmt so. Ich hoffe, dass der Typ es aber ernst meint mit mir, ne? Sonst werde ich mich rächen. Ich hab Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Ich bin ne coole Kuh. Ich spiele Spiele, ich bestelle Pizza und ziehe mich gechillt an und muss niemandem was beweisen. Ich liebe mich. Vor allem nur eine Pizza. Das ist aber... Das wäre schon für mich sofort ein Grund zu geben. Jeder braucht seine eigene. Am Anfang gibt's Futterneid. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast zwei Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Genau, warum nur eine Pizza? Da gibt's nicht viel zu sagen. Berechtigte Frage. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA-Campus und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du ja schon. Die Winchester, ja! Selig. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also... Nathan und Cole... Stimmt, aber da brauchen wir schon Spaghetti. Sie haben mir geholfen mit Aiden. Der Dude hat damit nach Platz für den Lärmchen. Ich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach. Ich bin einig. Und sagen, dass Leute abknallen, nur Action ist okay. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Es ist ein Tripper. Also nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer... Oder was er ist. Du redest über mich, obwohl ich hinter dir bin. Also... Ist er jetzt hier und... Und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Wir haben nachher einen Dreier. Was ist mit dir? Hast du... Ungewollter Dreier. Pizza isst man nicht mal ein Gabelmesser. Und bist du... Heiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja. Ich meine, ich war es. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit... Zwei Jahren. Und ähm... Es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es... Es gab gute Zeiten, aber... Du fragst mich jetzt, ob ich Single bin. Du kommst her und denkst dich auf einen Freund. Ich... Aiden, also... Ich meine, aus unserer Welt. Na ja. Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Jetzt kommt schon wieder diese Pause mit seinem Helikopter hier an. Er landet immer hier vorm Sportplatz. Zweimal am Tag. Du bist toll, Jodie. Aiden hat nichts damit zu tun. Komm, ich will es jetzt wissen. Ey, wir haben jetzt Pizza-Geschmack im Mund. Wir haben nur nicht mehr Wein gesoffen. Ich weiß nicht, ob ich es nett finden soll, ob ich es schlecht bin. Hallo, Dennis. Du kommst gerade richtig. Wir sind gerade am Aufheiz. Okay, sag mal, Leute, also... Viele habt ihr jetzt ja nicht übereinander erfahren. Oh. Jetzt weißt du, was er will. Tu's nicht! Ich wollte nicht, dass es so weit geht. Nein! Der hat bestimmt... Der hat bestimmt Mundgeruch. Ich glaube auch. Diese Küsse. Cringe. Ich lass den mal. Ich guck den mal zu. Ich könnte jetzt stören. Aber ich hoffe, sie... Hat ein Limmeltütchen dabei und benutzt die Pille und... Mit Schuhen im Bett geht gar nicht, Kerle! Ich guck mal eine andere Perspektive an. Könnt ihr jetzt mal bitte anfangen? Ist ja total öde. Einfach nur rumzuschlecken. Ich glaube, ich muss kotzen, wo es ist. Schwanger und gleich Schuhe. Oh Gott, ja! Was? Oh! Es ist also passiert. Die Blume muss noch wieder bestäubt werden. Der Werterecke hat mein Gestell ausgebuchtet. Jetzt habe ich Schmerzen beim Gehen. Ich wurde bestäubt und fühle mich leer. Warum ziehst du dein BH wieder an? Lass den doch aus. Hey, Aiden. Na, Kno, kann der Mädel noch mal was? Danke. Ja, bitte. Ich bin für immer verstört. Der arme Aiden. Ich bin eine Bi. Ja, Leute. Das Rohr wurde verlegt. Das Kellerfenster wurde eingetreten. Und wir sind jetzt eine Frau. Guck mal, 24% haben die Pizza bestellt und gar nicht gekocht. 27% waren lässig gekleidet. Jodie und Ryan in Ruhe gelassen. Haben 70% Wohnung aufgeräumt. 79% von Aiden in den Flur gesperrt. 60% mit Ryan geschlafen. Nur 28%! Müssen ich mich jetzt schlecht fühlen? Ich glaube, die meisten haben es gar nicht dahin geschafft, oder? Die Praline wurde gefüllt. Jamal Shahi Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das war nicht mal ein Date. Beim ersten Date, wir konnten ja nicht mal daten. Das war nicht mal eine halbe Pizza gegessen. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können. Du bist so scheiße zu mir auf dem Weg. Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Die letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ey, ich dachte, die bedeutet hier was. War die Pizza nicht gut genug? Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Ach, sie mögen mich. Trotzdem krass, dass sie mich überhaupt gehen lässt, der Sack. Hört auf jetzt, Leute. Keine Sorge. Ich schaff das. Es waren zwei Singles mit Druck, aber richtig. Das war richtig hart. Viel Glück, Jodie. Latsch. Dieser Panzer sieht mega alt aus dem Hintergrund, welchen er spielt das Spiel, ich weiß es nicht. Ich hab mir auf jeden Fall irgendwelche random Streifen ins Gesicht gemalt, um irgendwas zu symbolisieren, was ich nicht bin. Soll das irgendwie die THS-Scheiße symbolisieren? Wieso alleine? Wieso immer alleine? Das macht doch keinen Sinn. Und das macht auch keinen Sinn. Mit Hedron Schoenks braucht man. Kontakt mit dem Feind? Keine Verstärkung. Okay. Wie nach, dass da keine Soldaten sind eigentlich? Ich werd verkacken. Hey, ohne Iden-Weddy gar nix, ne? Pizza poppen, aber keine Videospiele gespielt. Typisch. Das macht man danach. Fünf Uhr morgens bin ich immer auch am Schlafen. Tschüss, Lucy. Schön, dass du so lange da warst. Luke, Senator, dass du so lange da warst. Nein, ich hab nicht gerülpst. Ja. Ach, da. Okay. Das heißt, ich kann da jetzt hinlaufen. Was haben wir im Training gelernt? Nichts. Was machst du da? Wohin? Oh Gott, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der wird mich sehen. Oh fuck. Scheiße. Fuck. Ich mach euch alle fertig. Ich mach euch alle fertig. No, der Wächter. Das ist süß. Wann hast du den Feierabend? Gut, gut, gefällt mir. Macht nicht jede mit. Was, was meinst du? Was macht nicht jede mit? Echt jetzt? Ich dachte, immer Kippe danach und blöde Matschsprüche. Genau. Frauen wollen nicht ins Bett, die können danach in die Kühe. Wieso hat sie mit der Küche WLAN? Oder ich zeig dir den echten Bruder am besten. Ich heiße Jeff. Musst du schon los, Mark? Jeff. Ich heiße Jeff. Wetten, da ist auch einer. Ich brauch da gar nichts zu machen, um das zu wissen, dass da oben schon einer rumgeiert. Ich bin seit 10 Minuten hier. Man wundert mich, wie du deinen Chats unter Kontrolle hast. Obwohl du so nice aussiehst, wir nehmen sich alle Dankeschön ein. Ich bin ja auch die Gnu-Mama. Ich bin eure virtuelle Mama. Deswegen sind alle so nett. Ich hab den Chat nicht unter Kontrolle. Die Leute sind einfach nett und höflich, um ehrlich zu sein. Ich bin, glaub ich, so ein Bauer, da kann einfach keiner mehr aufpassen. Ich seh nicht, was ich hier tun soll. Hallo. Ich glaub, ich kann da ohne Probleme. Kerne, hier kannst du mal rankommen. Ah, hier seh ich den, glaub ich, jetzt, oder? Ja. So, dann machen wir dir mal die Luft weg. Freundchen. Schieß, wenn man so früher wäre toll, dann hätte ich den Kanal zu nehmen, der Arbeit gucken. Ah, das ist siehst du. Tatsächlich, da ich in Australien bin, ja. Ähm, ich glaub, zwei Tage in der Woche hab ich geplant, dass ich so früh streame, also dass ich Frühstückstreams mach, bis in die Nacht durch, Nachteulen und Frühstückstreams. Genau, Uhrzeit kann ich dir dann noch sagen, ab nächster Woche. Und natürlich auch schon normale Streams, aber auch so viele Frühstreams. Das ist ja die Strom. Ich glaube, es reißen sich grad mehr als 50 Leute zusammen, kein Scheiße schreiben. Ja, ich glaub, ich nehm euch das schon ab mit Scheiße schreiben, weil ich so viel Scheiße labere. Ihr denkt einfach nur, okay, sie hat schon das gesagt, was ich denke. So, ich lass mal kurz einen vor. Ich meine, bis zu Feierabend machst du... Ach, das ist ja süß. Ich muss nur stark aufs Klo. Das mach ich nach der Mission. Dann gibt's kurz ne kleine Pipi-Pause. Problem ist, mein Mikro, ich weiß auch nicht warum, hier muss nur jemand niesen in der Wohnung, das Mikro fängt es auf. Und wenn ich halt mal ein bisschen groß machen muss, will ich nicht, dass ihr das hört. Dankeschön, Bärfied, das find ich sehr süß. Weil das passt für mich deine Arme. Dankeschön, vielen Dank. Das ist scheiße. Das ist das größte Kompliment, was man mir überhaupt machen kann. Okay, kacke, ich bin runtergestürzt. Ich glaub, da konnte ich aber auch nix dran hindern jetzt. Oder ändern. So, jetzt gucken wir mal mit Aiden. Achso, du musst jetzt aufsperren, damit jeder Depp mich hört. Kommt lieber, jetzt ist mach zu schnell der Fehler. Nee, nee, ich hab noch einen kräftigen Schließmuskel. Du hast zur deutschen Zeit gegen 2.30 Uhr angefangen. Wie spät ist es bei dir? Bei mir ist es jetzt 15.13 Uhr. Ja, 30 Minuten halte ich noch aus. Sein letzter bekannter Standort war das Zenaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Toll, los gehen wir. Okay, ich will aber erstmal den da oben ausschalten, weil der ist hier definitiv so nah dran. Nee, nee, ich lebe in Australien. Geh mal da runter. Aber es sind auch ganz schön viel. Achso, ich muss jetzt tatsächlich laufen. Da oben hängt schon einer. Neue Streaming-Insel, ja. Ich würde nicht nach Madeira gehen. Da hätte ich keine Lust drauf. So, das sind jetzt nämlich die ersten Arschlöcher. Nein, nein! So, ich muss jetzt irgendwie ausschalten, die Kerle ist hier. Kann ich auch nicht. Ich würde so gerne wissen, was sie sagen. Ich kann die nicht ausschalten. Muss ich mich da jetzt echt vorbeisneaken? Hallo, Duri! Hey, so, Feierabend, willst du runterkommen? Noch ein bissl gucken. Süß! Einfach nur süß! Oh, der oben sieht mich jetzt bestimmt, oder? Warte mal. Da ist doch einer oben. Der wird mich doch jetzt gleich sehen. Der schreit doch jetzt gleich los. Der muss doch weg. Der muss weg. Ja, guck, der hätte mich gesehen. Hallo, Französ. Ich stream jetzt, glaube ich, seit zwei Stunden, oder? So, weg vom Fenster. Jetzt kann ich hier in Ruhe langsneaken. Ich mach keinen Song. Ich kann nicht singen. Und wenn, dann wird es der ironischste Song der Welt werden. Oh, oh. Ich hab Angst. Aber ich bin so unfassbar laut. Oh, scheiße. Warum hilft der mir nicht? Oh Gott, ich hab kein Schiss. Ich muss mal gucken, dass ich hier hinten vielleicht noch irgendwie loswerde. Geht das? Ne, ich glaub, da kann ich nix machen. Okay, ich muss jetzt einfach nur den auslazen. Okay. Das war unnötig. Drei Stunden? Echt drei Stunden schon? Okay, dann drei Stunden. Deal. Weiß nicht, wohin ich muss. Wahrscheinlich hier auch hin, oder? Ne. Im Lager arbeite ich meistens. In der Nachtschicht oder im Unterschied? Ja, ich weiß. Auf der anderen Seite. Ne, weiß ich nicht. Ich hab Angst, dass mich jemand sieht, weil ich irgendwie zu tollpatschig bin und hier durch die Gegend geier und ich check, dass hier irgendjemand ist. Geh mal kurz vor und sneepen das ab. Ja, geh da hin. Ist hier irgendjemand? No. Ich kann da also hin. Oh, scheiße. Kannst du bitte... Danke, oh Gott, knapp. Knapp, knapp, knapp. Du traust dich aber was, Mädel. Also, das ist wirklich unrealistisch gewesen. Ich war auf, den zu töten, den Arm unschuldigen. Werd sie los! Muss ich mich jetzt selber umbringen? Kann ich das nicht? Ich muss es tatsächlich machen. Okay. Okay, danke für eure Kindes, Nan. Du bist. Zu Hause bleiben. Bin auch im Lager tätig. Oh, süß. Connections. Hier entstehen Connections. Das ist ja so romantisch. Hat der was für mich? No? Okay. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Dö, 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 dö. Bruder, das Mord. Ach, Mensch. Alches Fenster, sorry. Ich strumpf, du schreibst also mit einer anderen. Jetzt fliegt er wieder weg mit seinem Hubschrauber und stört die Aufnahme, verdammt. Okay, machen wir das jetzt erstmal. Ich glaube, ich schlage mich ganz gut, oder? Das sagt mir, dass ich mich gut schlage. Okay, ich möchte als allererstes mal kurz rausgehen und aufräumen, bevor ich da reingehe. Ich meine, hier gibt es nichts aufzuräumen. Da hinten sind aber Menschen. Wahrscheinlich muss ich über hier rein, deswegen fliege ich da rein. Der Alton kann sich sozusagen mehrmals selber töten. Ja. Okay, da ist einer. Ich kann Ihnen nichts machen. Okay, ich kann nur gucken, dass da einer ist. Alles klar. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich muss da also rein. Okay, du darfst aufstehen. Kindchen, steh auf und lauf da hin. Und lauf da bitte rein und hoffe, dass sich keiner sieht. Oh Gott, scheiße, der ist da. Geschock. So, Aiden, nochmal. Kannst du da jetzt bitte irgendwas mal managen für mich? Ja, sehr gut. Kann man hier irgendwas kaputt machen vielleicht? Nein, ich muss also nach oben sneaken. Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, wo dahin klotzt, der Typ. Oh, oh, oh Gott. Was für eine Noob-Aktion. Du bist eigentlich auf die Idee gekommen, die Gameplays am Stück, statt in Parts hochzuladen, finde das mega nice. Weil YouTube hatte irgendwann die Provision, dass wenn du ein Video z.B. bei 1 Stunde 3 abbrichst und auf Video wieder klickst, dass der sich das merkt und dort weiter abspielt. Also braucht man im Prinzip keine Parts mehr. Hallo Dana, grüße dich. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, die Parts machen ja dann gar keinen Sinn, weil du kannst dir ein 7-Stunden-Video anschauen und du bei 4 Stunden abschaltest und dann wieder drauf drückst, fängst du auch genau dort wieder an. Das finde ich eigentlich ganz nett. Klingt vermutlich ekelhaft nun für euch, aber ich mache es seit Montag mein Praktikum im Kindergarten. Kann man dort mit Lippenherpes hin? Ja. Lippenherpes ist ja, man sagt ja auch, Man sagt ja auch, Herpes ist beim Küssen übertragbar. Tatsächlich hat man entweder diesen Herpes-Virus drin oder man hat ihn nicht. Hallo. Chexy, baby. Morgen. Achso, dann kann ich jetzt noch weiter. Achso, das ist jetzt verkehrt herum. Das ist ja unfair. Näh? Ne? Ich kann es jetzt nur beschränkwürdig bewegen. Warum bin ich mit so einer Scheiße jetzt hier, Leute? Reicht das jetzt nicht aus? Oh, doch so. Ja, jetzt. Hallo von Solos. Bei mir ist es jetzt gleich 60. Den würde ich. Jamal. Er war hier. Go, go, Power Rangers. So, also wo ist hier noch Zeugs? Da sind noch Spuren. Okay, lecker. Okay, lecker. Und nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Eine Ruine. Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist einer in der Nähe. Die sollten wir laichen. Sie solltet ihr laichen? Hier war noch was. Hallo, Hermann. Freut mich. Willkommen. Dankeschön an Chugs Baby für deinen Zapp. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Go, go, Power Rangers. Kommst du jetzt in die Richtung? Kann ich damit durch? Nope. Lauf, Kind, lauf. Eilen, wo muss ich hin? Ist wieder runter, oder? Ich denke, da war unter hinten war noch ein Hinweis. Schlafen gut an alle, die schlafen gehen. Hallo, Hossi. Grüße dich. War hier nicht noch irgendwo ein Hinweis? Ein Hinweis, ein Hinweis. Hier, die Decke. Ist da jemand drunter? Ein Kind? Ich glaube, das ist ein Kind drunter. Okay, doch nicht. Ich habe dramatisiert. Okay, ich glaube, ich kann jetzt gehen. Zuschauer bestehen aus guten Morgen und ich gehe jetzt schlafen. Ja. Da sieht man mal. Go, go. Ja, ich lebe in Australien, weil jetzt hier, ich bin seit vier Monaten hier. Mein Vater macht quasi sein Oberarzt und ich dachte, ich gehe einfach mal mit und solange ich jetzt davon leben kann, ich wollte immer schon mal nach Australien, wage ich das jetzt einfach. Und das war eine der besten Entscheidungen überhaupt. So wie das jetzt gerade. So, immer schön aufs Maul hauen. Da hoch. Im Ernst. Es gibt neue Clue-Sticker, ja. Darf ich dank euch hochladen. Hallo, Thomas. Warum? Warum für dir? Erzähl uns, warum? Oh, kacke. Ich muss jetzt direkt ausmocken. Lauf, 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 lauf. So. Nichts ist passiert. Alles gut. Schlaf gut. Oh. Oh Gott. Hilfe. Wohin? Wohin? Ah, hierhin. Das ist ja Arschlöcher. Es ist super schön in Australien. Es ist eine geile Erfahrung und die Menschen sind komplett anders. Es ist echt toll. Bist du länger streamt oder hast du dann jetzt erst in Australien mit angefangen? Ähm, ich streame eigentlich schon länger, aber auf Twitch war ich halt nie Partner. Dachte, jetzt ist es soweit. Ich hab davor immer auf YouTube gestreamt. Aber ich bin eigentlich schon, ich glaube, auf Twitch schon seit drei Jahren angemeldet, glaube ich. Das ist halt die beste Deckung überhaupt, die ich hier habe. Also ich mache hauptsächlich YouTube. Könnt ihr mir gerne folgen auf YouTube, saftig ist genug. Auf verspielt ist genug. Da lade ich immer diese Streams hier hoch, so komplette Let's Plays. Drittkanal habe ich auch. Und auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen unter saftig ist genug. Das ist gar nicht so, wie ich muss. Gerade so sein. Wahrscheinlich hier hin. Höchstwahrscheinlich sogar hier hin. Das ist so aufhör... Oh shit, das sieht er jetzt, oder? Oh, das müsste der eigentlich sehen. Oh fuck. Scheiße. Fuck it. Das war knapp. Liebe so deine Streams hier zu schauen, aber hast du vor, irgendwann auch mal unsere Zeit zu spielen? Ja, also klar, das mache ich auch. Ja, ja, keine Sorge. Ich mache einmal Frühstück-Streams, Mitternacht-Streams, stream die Nacht durch, mache aber auch normale Streams zu eurer Zeit. Und ich bin ja ab Juli wieder zurück, dann gibt es eh wieder zeitgleiche Streamies. Keine Sorge. Muss ich da lang, oder kam ich? Da kam ich her. Nicht zurück. Oder? Ich werde auch mal labern. Ah, hier. Ich muss noch ein bisschen nach vorne pacen. Ich bin ja nie vorbei. Ich bin ja nie vorbei. Wer denn jetzt? Warum denn? Hilf dem doch. Da sind doch noch Frauen, da kann ich doch jetzt nicht einfach im Land latschen. Oder sind die keine Bedrohung? Ja, wer es glaubt, ne? Da kann ich doch nicht einfach vorbei latschen, oder muss ich da hin? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ah, ich muss da lang. Okay. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Versteck dich doch, Jodie. Jodie, versteck dich doch bitte einfach. Könnt ihr auffallen, einfach wehrlose Leute abzuschießen? Wäre euch sehr verbunden. Äh, ja. Sind schon sehr viele Kängurus unterwegs. Genau, bei uns ist 15.30 Uhr. Wow, du lebst in der Zukunft. Ja. Ich bin ein bisschen voraus. Und es hat 40 Grad. Ich glaube, ich muss da lang zur Ruine. Dangerous. Wow, da muss ich den Sternen nehmen. Wie schön. Oh mein Gott, hier hat es wahrscheinlich so viele. Kommt da. Da rein. Ja, es gibt schon viele Kängurus. Es gibt auch viele Buschbabys. Es gibt echt schon sehr viele Tierchen hier. Halt, da war doch was. Musik 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 Wie süß, du spielst echt super, du, Kim? Hallo, Richie! Jetzt kann ich, glaube ich, hier rein, oder? Mann, ich finde das so schwer jetzt. Das ist 40 Grad nicht angenehm, ich hätte gerne weniger. Hallo, Minnie Mouse! Komm schon, das zählt doch verdammt! Ich finde das wirklich sehr anstrengend jetzt. Beflucht, ich hasse es! Jetzt aber! Komm schon, Mädchen, Mann! Mach inne! Nein! Ja! Ja! Mann, das ist voll schwer, die Scheiße! Oh, oh! Hat nicht geklappt! Kein Lust mehr! Schluss jetzt! Hallo, Frau Sieger! Muss ich jeden Scheiße wissen! So, mir doch egal! Wahrscheinlich muss ich das schon wissen, oder? Ich will jetzt nicht mehr! Bin jetzt beleidigt! Nervt mich nicht! Wurde, was die jeweiligen Symbole bedeuten an den Namen! Äh, das kann ich, glaube ich, immer im Chat erklären, oder? Klatsch mal wiederholen, oder? Ja, ich binata! Ich möchte das jetzt trotzdem nochmal probieren, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, okay, alles klar. Ich wusste nicht, dass es geht. Okay, da muss ich hin. Ihr kriegt bald neue Vorschaubilderchen, also kein Sternchen mehr, sondern auch Abzeichen. Die lasse ich jetzt aber noch machen. Okay, ich glaube, jetzt kann ich zurück. Ich habe alles gesehen. Augenfallen zu. Dann ab und snasht die Brokie. Ab und snaschen. Geht's mal da rein. Oh Gott, hätte ich da Schiss echt, dass mich irgendeiner sieht und abknallt von Weitem. Erinnert mich grad irgendwie voll an Tomb Raider. Gehen wir mal hier rein. Sie hat da letztens hingeschaut. Ich glaube, ich muss hier hin. Oder? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Doch, da vorne ist es doch. Ich kann da was hören. Ich höre da doch was stöhnen. Ah, hier. Komm. Du bist verletzt. Du bist verletzt. Sollte ich mich nicht fernhalten von anderen? Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Wir sind ja nicht so. Verdammt Kind, das wird unfassbar schwer. Nicht helfen, sagt er. Er holt Verstärkung. Du bist so. Du bist so. Tut mir leid. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim. Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jodie. Jo... Jodie. Jodie? Ja. Ja, Jodie. Oh, shit. Ich glaube, ich bin der Krieg. Jodie. Ich glaube, ich bin der Krieg. Gott, ich bin der Krieg. Gott, ich bin der Krieg. Das Kind kam auch schon. Ich weiß nicht, oder was, oder was? Du brauchst mich immer! Abbild muss leer rangehen, alles klar. Ich muss doch irgendwas machen können hier. Äh. Ah, hier ist doch was. Ah, jetzt kann ich ihn hier ran. Nein, nein nicht, verdammt. Hä, wer ist denn da noch? Da hinten ist noch einer. Oder wie ein Kerl, da hinten ist noch einer. Kannst du den mal abschießen für mich? Hallo Person, wir sind hier aber voll am Pfeiden. Was hieb ich jetzt mal? Ja, ohne den Eigen wären wir richtig am Arsch. So, jetzt aber. Lass mich jetzt mal da lang latschen. Auf geht doch. So, auf geht's, ab geht's. Jetzt wird ein paar Lüge aufgerockt hier. So, dann kann ich den nämlich unruhig sein. Hallo Miesus. Miesukine! Leider so war das eigentlich immer die manche längere Waffen umlaufen. Ja, warte. Kann man sich gar nicht vorstellen, das ist einfach nur geisteskrank. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommen. Oh, scheiße. Mich kriegst du nicht. Sag mal. Ich glaub, danach wäre eigentlich schon down jetzt. Jodie, wo ist das Kind? Das Kind war echt keine Hilfe jetzt. Ja, super. Müsstens mit Handzeichen nutzen. Reden. Die Sonne geht auf. Das geht jetzt aber schnell. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Tor. Hey, hey. Der Tor muss da drüben. Der Tor muss da drüben. Der Tor muss da hin. 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 Er ist vertrausten, ein Kind. Das angeschossen worden ist. Also kann er sicher nicht gut auskennen. Aber lauf' mir mal hinterher! Der Tor ist mit einem nachk pourn. Haben ja auch Zeit los mit Trashen, wir haben gehabt. Du darfst laufen. Du darfst da durch. Du darfst da jetzt drüber. Sehr gut. Kannst du Monte gut leiden? Ich mag Monte. Ich find den lustig. Oh, er kennt das Kind auch nicht. Er kennt sich wirklich aus. Sparen lernen? Babbel. Ja, aber echt. Kann ich da nix machen? Nee, ist zu spät. I'm sorry. Was sagt uns das? Krieg ist scheiße. Ja, lohnt sich. Äh, einen? Kannst du irgendwas machen? Einen? Eigentlich kann ich gut leiden. Nee, einen kann nix machen. Das Kind steht da einfach auf ne Straße. So, Kind. Lauf. Das Kind läuft nicht. Das heißt, ich hab noch irgendwas zu tun hier. Die Frage ist nur, was? Oh, okay, shit. Wir sind da drüben. Habe verstanden. Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell! Hilf mir! Musik, Musik. Ich wusste gar nicht, dass sie das kann. Die Story ist mega gut. Aber ich frag mich, warum die gerade so leise sind. Darf ich Start drücken? Ich muss mal kurz gucken, warum die gerade so leise sind. Ich glaube, ich muss die Musik ein... Kann ich gar nicht, gell? Nee. Der Heavy Rain kommt zu. Hoch mit dir! Jetzt ich. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Das ist so offensichtlich. Lauf doch, Mädchen. Schönen Tag, Frau Zero. Oh, shit. Und da bin ich hier. La nabe. Okay, hinterher. Das Kind hat's drauf! Das ist echt Mission Impossible hier. Voll Action. Ja, ja, ich mache ja schon. Und da bin ich hier. Sorry, mein Freund. Du warst gerade so schön. Oh, deine Schüppel. Du hast hübschig sein Dählchen an. Das juckt den halt gar nicht, ne? Hey, mein Freund. Ich hab da was für dich. Raus mit dir. Ich glaube, das Kind verrät dich irgendwie. Ich hoffe es nicht. In welchem Land sind wir? Gute Frage. Hallo Splaster Machine. Jetzt können wir da herein. Sehr schlau. Das Kind juckt's halt gar nicht. Können wir nicht irgendeine Plane drüberlegen? Ich meine, auffälliger geht's ja nicht. Ganz ruhig, Al. Vielleicht kommen wir Unvermacht hier durch. Vielleicht ja noch mehr Einzelnen. Gut. Bleib einfach mal unten, oder? Oh Gott, da kommen wieder welche Scheiße. Ich will einfach nur unten bleiben! Das ist ja voll unauffällig, dass mich hier keiner sieht. Das ist ja voll unauffällig, dass mich hier keiner sieht. Nicht so auffällig. Au. Wie weit ist dieser Kackturm noch weg? Das ist auch noch anhält. Kontrollier den doch. Ja. 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 Ups, das wollte ich nicht. Einen. Oder der andere soll doch schießen, Mann. Schieß noch, Kind. Schön, dass die anderen warten und uns mit drauf springen. Wir müssen eigentlich schon längst beim Turm sein, by the way. Kann er auch fahren? Ja. Kann er scheinbar. Ja. Kann er scheinbar. Kerle, es reicht jetzt halt. Es wird eh alle keine Chance geben. Ich kann. Stirb! Nein, deine Waffe. Komm her! Komm her, ihr Luder. Ich mach euch alle. Schön, dass der andere nicht schießt. Ich bin nervt von ihm. Okay, ich kann's bitte echt mal die Leute abzunehmen. Der andere hat ne Waffe, ist egal, ich bin voll offen jetzt. Wo sind wir jetzt? Wie soll denn das gegangen sein? Hallo, logischer Paul! Weil ich's nur schadde. Alles okay, Salim? Morgen, Lupi. Hallo, Nadi. Jetzt müssen wir getrennter Weg gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Da wird er kein Kind mehr sein, verdammt. Mit seinem kleinen Fußballtrikot. Guck mal. Wir müssen Theorien her. Das ist die kleine Schwester von Lara Croft. Ja, wird echt so. Da war hier irgendwo. Ich hab nicht viel Zeit. Also irgendwo hier ist er jetzt. Ich geh mal Richtung Turm. Oder halt doch nicht. Hier muss der irgendwo sein. Wo ist der Junge jetzt hin? Vorne sind Leute. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt lang latsche, ne? Wahrscheinlich Alpfall in die Arme. Ja. Genau. Genau so. So, Ruhe, mein Freund. Schlaf. Ach, da ist ja der Turm. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Ich wieder. Wieder ich. Finde Jamal ein. Das ist hier. Das ist Jamal. Ich komm nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen. Ich komm jetzt erstmal meine Bonuspunkte, Mädchen. Ich komm jetzt erstmal meine Bonuspunkte, Mädchen. Ich verstehe leider nicht, was wir sagen. Nein, nein. Man darf uns nicht mehr merken. Ich weiß, was sich sagt. Ist ja irgendeine Möglichkeit, dass du eine Tor zu öffnest. Spannung. Guten Morgen, Bika Batz. Grüße dich. Bika Batz. Bika Batz. Bika Batz. Bika Bika. Okay, geht's hier irgendwie lang? Wir sind auch noch welche. Wir sind schon mal am Schwitzen. Wir sind ja schon voll am Schwitzen. Na, Homie. Wollen wir mal ein bisschen schneller latschen? Oh. Oh, oh. Erotik. Wer damit? Oh, jetzt keine Fehler machen, nicht nervös werden. Genau, und die dürfen es sehen, oder wie, dass ich jetzt eine Waffe habe. Du musst ihn ja nicht mal töten. Du musst ihn ja nicht mal töten. Für mich ist auch schon ewig her, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamal ist tot. Schnell! Ja. Das ist ja... Ja, jetzt tu mal nicht so. Siehst schon die ganze Zeit Leichen. Ob dich das jetzt hier stresst. Oh, das Wetter wird schlechter. Okay. Kannst du da bitte lang gehen? Nein? Okay. Hast du Zeit, du, ne? Also wir haben ja gar keinen Druck. Heute. Heute nicht. Da vielleicht irgendwas? Ach, das ist er. Seine hübschen Haube. Die Haube ist unirre. Die Haube ist unirre. Selfie time. JT's. Ja. Die Haube ist unirre. Drei Shirli. Die Haube ist unirre. Drei Shirli. Die Ohioarbe. Drei Shirli. Das Kind hat mich umgebracht, ich will mich rächen. Ich würde dem Kind mal über die Waffen wegnehmen. Was ist mit dem Kind? Das ist auf einmal egal. Ach du Scheiße, ich bin nicht euer Feind. Hilfe! Oh Scheiße, ich bin ein Anschluss geworden. Fuck. Wo ist ein? Ach, die feiern mich teilweise und teilweise hassen sie mich. Ich hab nix damit zu tun, Mann. Das war ein... Das war ein... Ich hab nix damit zu tun. Ich hab nix damit zu tun. Ich hab nix damit zu tun. Genau, und kein einziger Schuss trifft uns. Merka ist so gut. Einer, einer, hallo Holyfax. Voll die Boteflex. So wild ist das Spiel. Eigentlich war es voll entspannt die ganze Zeit. Jetzt geht es voll die Kriegszene. Und das Spiel hat einfach alles, alles wird in diesem Spiel thematisiert. Oh! Ja! Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jodie. Und von Aiden natürlich. Jodie, alles klar? Buri, wie geht's dir? Dankeschön. Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Das stimmt, Tommy. Das stimmt. Redet sie gerade von der Nacht? Ich werde niemals vergessen, was ich da gesehen habe. Ein Sturm zieht auf. Pipipause gleich. Ich muss jetzt erstmal einen M&Ms einstöpseln. Besser, wenn das Schmerzmittel wagt. Genau, schön das Bein noch überschlagen, damit die Wunde noch schön aufgeht. Dann haben wir eine Thrombose. Super Sache. Noch eine Schlaftab... Genau, schön noch... Nach dem Schlaftablett dann schön noch ein Sekt hinterher. Na klar, Richie. Das Schlaftablett habe ich eben mal bestellt. Ach, wie süß. So, jetzt mal noch ein bisschen... Marker ziehen. Scheint ja interessant zu sein. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Shahi Sharif. Jamal Shahi Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Du musst Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Du musst Jamal finden und eliminieren. Ach, scheiße. Hallo von den Freunden. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Bordhort. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Und der Punkt? Die machen Politik. Wir folgen an uns. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Hallo Monster. Ich will kommen bei der CIA Jodie. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendwer verfickt das Scheißgeneral mir. Was ist das? Hallo Kreis. Guten Morgen. Jodie, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zuhause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Mit welchen Unterschied macht das schon Jodie? Er war schon ein tote Mann mit deiner oder ohne deine Hände. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst. Wir kriegen massive Turbulenzen. Fuck! Ich kann, ich kann nichts steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jodie, um Gottes Willen, du bringst uns nach oben. Niemand wird mich hier wieder belügen, Ryan. Jodie! Fuck! Die Tür ging aber leicht auf. Auf der Klösung, made in USA. So viel Politik im Spiel. Aber dann informiert man sich halt mal vielleicht davor über die Leute, bevor man es einfach umbringt, oder? Halluzinoren! Jetzt wählst du mal die 0180 und dann schau das wieder zu. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen, damit ich für sie mordere. Jodie, was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Nein. 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 Ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jodie. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, brenn sie. So machst du es los und springst aus dem Heli. Das ist mein Ernst. Nein. Mädchen sind auch vernünftig, was Toiletten angeht. Nein. Jetzt habe ich nie so versaute Toiletten gesehen wie... Frauentoiletten. Nein. Hä? Dark Souls 3, das glaube ich. Wieso kann ich denn sie nicht irgendwie nerven? Ich kann das irgendwie nicht. Hä? Warum mache ich das denn nicht? Kann ich irgendwie Leute nerven? Ein paar Leute nerven? Ähm, das Game geht noch ein bisschen. Hat das richtig abkacken, wenn am anderen Ende die Quereinlage explodiert? Ja. Oh ja. LOL, wenn der Stuhl nass ist und ihn trockenlegen muss. Ja, die ist halt 40 Grad. Nicht so gelagert. Ah, jetzt kann sie auch weg. Verschwinde, Aiden. Komm, ich habe nicht geschlafen seit drei Tagen. Okay, ich bin müde. So wirst du auf jeden Fall jeden auffallen, wenn du so asozial deine Schuhe oben drauf hast. Die können wir auch runter machen. So. Was kann ich jetzt hier machen? Leute ärgern. Dann nerven wir noch ein paar Leute. Was gibt's heute noch Zeitung? Ich schaue das erste Mal da jetzt hin. Oh, ich hoffe, es wird dir gefallen. Oh, ich hoffe, es wird dir gefallen. Das Wetter ist super trocken. Also Luftfältigkeit haben wir eigentlich nie. Deswegen ist es so wie ein Bug-Ofen. Das ist ganz ab jetzt nicht gebrochen. Zeilen. Oh, ich bin nicht bis jetzt auf der Datei. Ich bin nicht gespannt. Auf der Hube nach uns. Bei mir ist es jetzt 16.13 Uhr. Ich muss die Benachrichten. Mädchen. Mädchen, wo bist du? Da ist sie. Die Polizei ist da. Ja, jetzt schon aufs Dach. Guten Mittag! Hallo Nappen! Rück auf den Platz bitte! Fällt der gar nicht auf, ne? Scheiße! Das ist sie! Das ist sie! Ich glaub ich sitzen bleiben soll, ne? Scheiße! Fuck, 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 fuck! Fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit, fuck! Lauf! Lauf! Lauf authentischer! Wieso ruckelt jetzt noch einmal der Zug? Hey, was ist hier los? Was war das, Tony? Lauf, Mädchen, lauf! Schneller! Schneller, schneller, schneller! Wieso ist der... Hey, aufpassen! Kacke, nein, scheiße, fuck! Nee, da hab ich auch nichts falsch machen. Das war vorhin noch nicht so. Laufst du bitte mal ein bisschen schneller, Madame? Sind wir hier in nem Flugzeug, oder was? Hey, was soll das? Lauf weiter, Mann! Kann ich da raus? Oh nein, ich muss aber aus dem Fenster raus. Fuck! Nicht mit mir! Ich will nicht gewirkt werden! Ja, ja. So, jetzt reicht's. Boah, der schießt ja wirklich! Sag mal, ey! Sie sind umstellt! Aufmachen! Nein! Die würden nicht aufmachen, wenn ich davor auf der Toilette gewesen wäre! Wo ist ein, wenn man die braucht? Ja! Wir müssen hier halten! Könnt ihr einfach reinwischen. Äh, nur eine Meldung! Wir müssen tot! Ja! Sehr schön! Okay, jetzt laufen! Da kommt Besuch! Achso, ich muss selber laufen. Ich muss checken. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Das ist volle Chaos-Scheiße! Noch ein bisschen leiser. So. Oh nein! Hilfe! Lauf! Nicht zu ihm, Mann! Sag mal, ich glaube, du Schwensch! Oh! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab den Fall nicht gesehen! Das ist ja mies! So! Lauf weiter, Mädchen! Komm! Weg von dem! Weg von dem! Nimm mir die Waffe weg, Mann! So! Jetzt aber Schluss! Lauf weiter! Lauf weiter, Mann! Lauf! Wie lange geht dieser Scheißzug denn noch? Wie dramatisch! Da kommt schon der nächste Arsch hochgebrochen! Ich weiß nicht, welches Gehalt ihr euch versprochen habt, dass ihr das riskiert, aber... Hut ab auf jeden Fall! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Verpieselt euch bitte alle! Ja, weg mit euch! Weg mit euch! Weg mit dir! Lass mich los! Ach du Scheiße! Bitte! Es ist nur noch einer! Geh einfach! Es macht keinen Sinn! Geh einfach! So! Jetzt! Weg mit dir! Dankeschön! Oh Gott! Hallo! Johann! Hallo! Mochi! Weg hier! Weg hier! Super! Yeah! Super! Super! Girls! Don't cry! Die ist gerade einfach... Oh Gott schrecklich! Hallo Joker! Kannst direkt weiterrennen! Die werden jetzt seine Position durchgeben! Lauf! Mädchen, lauf! Hallo Joker! Lele am Beck! Heute gibt es Zeignisse! Ah! Super! Das hat mich immer gefreit! Du kannst eigentlich direkt rennen! Das ist klar, sie jetzt dich spotten! Hallo Boogie! Ja! Ich weiß! Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen! Ja! Jetzt rennen! Rennmädchen! Bei mir ist jetzt 16.18 Uhr! Ich hab's doch gesagt! Oh Gott! Ich hab's doch gesagt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's doch gesagt! Als ob ihr jetzt zufällig hier alle mit eurem Van gestanden seid! Ach! Ich sag nichts dazu! Ich akzeptier's einfach ein Rennen! Lauf! 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 Wir sind ja nicht schon genug gerannt! Ist aber geil gemacht, muss ich sagen! Sieht echt cool aus, die Verfolgungsjagd! Das ist echt sehr authentisch! Sieht aus wie so... Eigentlich müsste ich jetzt nackig sein, da wäre es noch ein bisschen tiefer! Lauf! 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 Sehr schön! Immer weiter, Madame! Genau! Das haben wir ja gelernt im Training! Durch den Fluss jetzt! Sehr schön! Sehr dramatisch! Genau! Auf geht's! Hunde... Hunde mögen kein Wasser! Hunde, die Wasser mögen, lügen! So! Weiter! Schneller! 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 Warum schießen die jetzt eigentlich nicht? Nein, scheiße! Sie haben mich! Fuck! Sie haben mich! Warum war ich zu langsam war, oder was? Schneller! Schießen, Mann! Die können ich treffen! Was? Warum? Kein Pop-Up? Was meinst du? Genau! Amerika ist komplett einen Tag zurück! Also die sind sogar fast... Doch einen Tag komplett zurück! Lauf! 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 Mädchen! Mädchen! Schneller! Mädchen! Mädchen! Oh, ich weiß nicht wo lang! Mädchen! Ausdessen! Ich will einfach nur rennen! Lauf! Run, girl, run! Das world is not good for you! Run, girl, run! They're trying to get you! Da ist die Wand! Und ich weiß nicht, wohin. Da kommen Arschlöcher. Ich muss da lang. Irgendwohin, wo ich keine Dreckshausen glaube. Scheiße, ein Hund. Nein, ich will Hunde nichts tun. Ich will die Hunde nicht töten und verletzen. Come on, Papi. Lass mich, du bist dein lieber Hund. Oh nein, ich will Hunde nicht schlagen, aber ich muss. Es tut mir leid. Fomp. 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 Tut mir leid. Ich weiß, wie sehr süße Schäferhund die ist, aber ich möchte euch nicht wehten. Boah, vollgetreten. Das ist echt uncool. Also Jodie, das gibt aber echt negative Punkte auf dem Karma-Konto. Fomp. Ihr wollt das doch gar nicht. Ihr wollt das doch gar nicht. Ich hab Leckerlis für euch. Ich würde mich immer mal mit einem Hund kugeln. Es tut mir leid. Ich will den Stein nicht verwenden, aber du zwingst mich dazu. Ach gut, er lebt noch. Könnt ihr bitte einfach nur weggehen? Ja, sehr gut. Pussel. Hallo, Lennox. Was, bei dir sind nur noch 20 an der Ostküste? Ach, wie lustig. Wir sind ja aus allen, aus aller Welt sind die hier. Aus aller Welt. Oh, da geht's hoch. Oh, das hab ich nie geschafft, muss ich ehrlich gestehen. Muss jetzt bestimmt gleich dumme Quicktime-Events machen, Leute. Ja. Da haben wir's doch. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, schön klettern. Oh, da wär ich so, da wär ich verloren. Klettern bin ich ganz arg schlecht. Meine Beine, Hintern sind zu schwer. Und die Arme sind zu schwach. Genau, immer schön hoch da. Ja, ich habe Until Dawn-Flashbacks. Oh nein, grünslos verlässt uns. Das hab ich echt nie geschafft, ne? Oh, das sieht man wirklich nicht, ne? Ja. Verpisst euch. Du Monster, die armen Hundis. Ich wollte es nicht. The Last of Us Part 2. Stimmt, das sieht voll so aus. Nein, ist aber noch nicht draußen. Das könnte wirklich durchgehen. Hallo, Drachenjagd. Lasst mich doch mal was trinken, Leute, ey. Also, ich meine jetzt das Spiel. Kannst du mal Shell, Shock, Schleif oder Gank jetzt mit Mexica spielen? Das können wir gerne machen. Haben wir doch erst, äh, Gankwies, haben wir erst gespielt. Bei uns ist das gleiche Datum wie bei euch. Ich bin nur zehn Stunden voraus. Nein, genugs, girl. Jetzt habt ihr die Nacht wegen mir durchgemacht. Ich würde jetzt einfach hier im Gebüsch warten, bis die weg sind. Da jetzt nicht hingehen. Mach schon einmal. Mein Motorrad. Das ist perfekt. Yo. Komm on there, everybody. Clap your hand. Kannst du bitte zum Motorrad gehen? Oder muss ich da weggehen? Okay, ich muss wieder irgendein Bullshit veranstalten. Hallo, Sokka. Boah, Sasasur. Hallo, Deltrocks. Äh, ich bin jetzt bis dieses Jahr Juli noch in Australien. Hallo, Odi. Die Stelle wird schwer jetzt. Oh Gott, ja. Okay, Konzentration. Wo willst du hin, Mike? Hey, was machst du denn? Kannst du? Das heißt, ein Kollege ist, ne? Da weiß halt echt nicht, ob der nicht mal ganz dicht ist. Okay, Mike. Das reicht nicht. Bist du gar nicht beteuert? Schönes Scheiße. Scheiße, Mike. Bist du halt nicht? So, weg hier. Ich könnte kein Motorrad fahren. Ich wäre total aufgeschmissen. In Australien geht es mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Wie geht es euch denn so in Deutschland? Oder in der Schweiz? Oder in Österreich? Oh, shit. Gut, dass das Spiel mit lenkt. Jetzt werde ich nämlich voll am Arsch. Guck mal, das Spiel lenkt mit. Ich kann nicht... Es ist wie bei Mario Kart. Dieser Modus, wo du nicht rausfallen kannst aus den Kurven. Geil. Nee, 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 nee Ich hätte schon längst einen Unfall gebaut, eigentlich. Seht ihr, wie wir auch ziemlich aus dem Kirfchen raushauen. Hau an dich ab, du scheiß Heli-Mann! Es reicht, jetzt ist da vorne schon wieder eine scheiß Sperre! Der ist doch zum Kotzen! No, Kim, warum denn? Ich hab's, Aiden hilft mir jetzt. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Es geht los. Aiden, komm, jetzt! Los, Leute, lasst uns grüllen. Warum hat dir das Wort SMGS aus dieser Reichweite? Weil es Profis sind. Feuer einstellen! Ich sagte, Feuer einstellen! Ist echt ein geiles Game. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durch den Wochen. Fährt nach Bakertown. Hallo, Karch-Po-Tag. Pot-Po-Tag. Was? Pot-Aid. Karch-Po-Tag. Karch-Po-Tag. Car-Wash. Car-Wash. Genau, ein Jockel schafft es dann. Nein! Lasst mich! Wieso wollen die mich jetzt eigentlich umbringen? Karch-Po-Tag. Troll 3 in Position! Sie sind umstellt! Sie sind umwellend. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen ecke haben... Bei uns waren es. Ich glaube... ... Dich war die인지 nicht mehr. Der bending B fruitful Comics war das Ding. Ja, wieso wieder ich? Wieso wieder ich? Immer muss der Aiden alles machen. Der Aiden muss entscheiden. Was machen Autos so? Okay, dann gehen wir mal da lang. Töten dich nicht, du bist die Hauptprotagonistin. Die werden dich schon nicht töten, sonst wäre das Spiel ja vorbei. Nein, ich... Ach, verflucht. Ist aber schön, dass sie sich so lange Zeit lassen. Und in der Zeit kann ich hier alles verbüßt. Das wüssten die Idioten eigentlich wissen. Es ist vorbei, Aiden's Haus. Zeit zum Aufgeben. Bestes Game. Ich liebe es auch. Ich glaube, ich muss hier hinten noch irgendwas machen. Ich habe es so ganz leicht im Urin. Okay, der Klassiker. Wir fahren random gegen irgendwas. So, der muss weg. Der ist dangerous. Genau, haltet die Position. Lasst euch vom Geist umbringen. So, weg mit der Deckung. Jetzt drehen sie langsam durch. Oh, das ist gut. Tankstelle. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Es brauchen noch ein bisschen Feuer. Da kriegen wir Feuerchen her. Voll, voll. So, Ruhe jetzt hier. So, da Lähchen. Hallo, sah sie raus? Wir sind gerade am Aufräumen. Ja, sehr gut. Ja, jetzt gibt es erstmal Rampage hier. Yes. Ich dachte schon, das war's. Wollte mich gerade ausruhen. Ja, wie denn? Ich mache doch schon alles, was ich kann. Oh, da hinten war noch was. Ja, ja, ich bin ja dabei. Lauf. Fuck, wie kann ich dir helfen? Das ist voller Stress. Ah, hier. Da kannst du noch vielleicht irgendwas, was ich tun kann. Kann ich vielleicht das Auto da irgendwie hinschieben? Guten Morgen, Einhorn-Girl. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, Alte. Vielleicht hier noch irgendwas. Was gibt's hier noch Feines? Gibt's hier noch irgendwas? Ah, das Motorrad. Warum nicht? Ja, chill doch mal. Immer mit der Ruhe. Ich bin gerade ein bisschen rachlos. Wie denn? Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht, wie du tust. Ach, der Heli vielleicht. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Hier ist der Heli. Ah, der Heli. Jetzt. Ja, ja, chill. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Hallo, Martini. Bei mir ist jetzt 16.30 Uhr. Warum streamst du jetzt im Urlaub? Ich bin ja gar nicht im Urlaub, Sini. Hi, Big Brother. Grüß dich. Hey, it's been a while. Hope you're doing well, my friend. Yeah. I'm living now in Australia. How are you? This is a natural shit going on here. Autsch. Morten. Sagen Sie, wir sollen mich gefälligst in Ruhe lassen, denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Du bringst hier gar niemanden um. Du versteckst dich die ganze Zeit. Genau, bis dieses Jahr Juli bin ich noch. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Yeah, I'm here since for month and I will come back to Germany at approximately Jubilee. Yeah. But it's cool. I like it. Sweet home Alabama. Du-du-du-du-du-du-du. Ich habe Hunger. Jason! Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo in der Kälte draußen leben zu müssen. Das muss so scheiße sein, die die keinen Ton haben. Deswegen sollt ihr es mal reinschreiben. Für sie bitte, dass sie refreshen. Oh, muss das ätzend sein. Du frisst und Jodie muss hungern. Ey! Der klassische Zusammenbruch. Muss ich den wahrscheinlich aufmerksam machen, oder? Wenn die mich nicht hätte, ne? Dankeschön! Chris Katana! Für deine Doni! Dankeschön! Wie geht es dir? Mir geht es super! Und dir vielen, vielen Dank für... Ich glaube, es waren 5 Euro. Dankeschön! Danke, 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 mein Junge! Wie wär's, wenn du mal in die Richtung von ihr reinhaust? Und nicht in die Richtung weg? Verdammt! Ja! Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Na, geht doch. Also, könnte ja auch sein, dass es ein Vergewaltiger ist, aber ist ja egal. Nicht jeder hat gute... naja. Ah! Denkt sich geil, Frischfleisch nehme ich mit. Und Aiden denkt so, ja, gerettet! Ich denke einfach zu negativ von Menschen, oder? Eine Pizza. Ich hab immer noch Flashbacks. Jodie, nein! Was? Hä? Komm schon. Trink! Hey! Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... Es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist dir in Sachen. Das stimmt, Benjo. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jodie. Willkommen im Land der Lebenden, Jodie. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Danke, Devil's Angel, für einen Sap. Vielen, vielen Dank. Willkommen, meine Süßes. Dankeschön. Schmeckt echt scheiße, aber... Danke. Schlaf gut, Süßes. Ja, gib her. Gib her. Gib her. Her mit der Brühe. Wie lange bist du schon auf der Straße? Äh, sowas war die Wahrheit. Ein paar Wochen. Ach, so ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon drei Jahre. Wow. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf die Flucht. Hm? Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Ja. Wahrheit. Nein, nichts an der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Er hat eine Mikrowelle. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Aber was ist eigentlich mit meinem Stiefvater? Könnte ich doch hin. Bin es eigentlich genug Papi? Um Papi gern zu werden? Süß. Ich hab nicht viel, aber... Wir können gern alles teilen. Oh. Ich glaub wirklich, dass so Obdachlose ganz viel hilfsbereiter sind und viel mehr teilen, weil sie auch schon diese Situation waren, nichts zu haben. Und das viel mehr kennen. als wir, die immer alles besitzen wollen und alles für sich haben wollen. Aber jetzt... Schauen wir mal. Hier leben ja noch mehr Leute. Ey Kollege, was geht? Ich setz mich einfach mal zu einem Fremden ins Lager. Mal gucken, was er sagt. Gar nichts. So ist das. So. Ey Kollege, kann ich mit dir reden? Kann ich mir mal anklotzen. Spritzt er sich gerade in die Hand? Das ist immer komisch. Wer weniger hat, gibt viel mehr. Ja. Das ist wirklich so. Spritzen? Ich glaub, er hat sich ein Messerchen in die Hand. Reingejagt. Mädel! Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, meine Lady! Aber wirklich, kann er mit dem reden? Nee. Okay. Ich geb mal an jedes Feuer dran. Ja. Schön die Händchen warm machen. Okay. Warte geht's. Danke, Devils Angel, für den Sabi. Habt ihr eigentlich jetzt Ideen, Leute, was ich machen könnte? Für die Stufen? Also wir hatten schon die Idee, ein kleines Gnoli bis zum, äh, großes Gnoli zu machen. Habt ihr sonst noch irgendeine coole Idee, die man machen könnte? Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Alles klar. Alles klar. Brauchen wir nicht mal essen? Ich hab bestimmt schon ewig nichts mehr gegessen. Horrorgames kommen immer Freitag. Da steh ich extra Samstag früh für euch auf. Dafür wird mich Gnudad hassen. Ah ja, irgendwie sweet von so'n Park aus, als wir gehen mit so'n paar Leuten. Ja. Oh. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Na, kommt so. Komm raus, schon mal nett zu kommen jetzt. Äh, ja. Hallo. Hallo. Eine Frau. Hi. Hi. Die Schwanger. Du, wer hat denn dir den Brat in die Röhre geschoben? Ich kann mit denen gar nicht reden, irgendwie. Trigger Warning. Seil oder etc. Ah, geil. So'n kleines Gnu mit Krone. Ja, vielleicht irgendwie so'n Gnu, was zum König wird, oder? Was könnte man machen? Ich höre irgendwas Lustiges, was noch niemand hatte. Hey ho, Dynamic. Grüße dich. Schwubidu. Kann ich auch abhauen? Kann ich raus? Du bist ja am Zittern. Nennst du Drogen? Nein. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Es ist schwer zu erklären. Na, dann lass es doch. Spars dir. Damit das klar ist. Ich hab keinen Dopp und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein. Nein, ich nehm keine Drogen. Okay, das, das ist die Wahrheit. Hi, warum sind bei dir die Dinge, die man von den Kanalpunkten holen kann, so billig? Äh, ich hab nur nix eingestellt. Wieso? Was meinst du, dass ihr dich euch direkt holen könnt, dass ich die Kanalpunkte höher stellen soll? Hab mich so erschrocken, süß. Ach du Scheiße. Was kann ich denn mit Aiden machen? Mit der Aiden. Gar nix kann ich machen. Kann ich mit dem vielleicht reden? Hallo an alle. Hi, Likey. Danke. Danke, Noah. Ja. Ja, der hatte keinen Bock, dass ich Drogen nehme, deswegen, die wollen ja keine, die Drogen nehmen. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trink ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Türste, sie ist schwanger. Tch, armes Ding. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man... ...nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert's einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Ihr dürft auch gerne entscheiden, wenn ihr wollt, ja? Ja. Ja, na klar, dürft ihr das. Dass ich aber auch niemanden hab irgendwie, das ist schon scheiße. Gehen wir mal kurz... Kann ich jetzt mit denen reden? Wo sie vorgestellt sind? Ich wünsch, ich wäre gestorben. Eher passiert. Ja, aber echt, gell? Passiert. So, voll... Ja, setz es aus. Wie viele Stufen gibt es hier bei Twitch? Richtig viel Symbole bräuchte man. Meinst du als Stufen? Ich glaube, es gibt neun, oder? Ich weiß es gar nicht. Kann ich irgendwie... Ich kann gar nichts machen. Ich geh mal raus. So, meine Liebe. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, Devil's Angel. Danke für den Subi. Danke für die Subs überhaupt, Leute. Total lieb. Vielen, vielen Dank. Doch da geh ich nicht hin. Alles klar. Doch gehen wir nicht raus, wie wir überhaupt unser Lager hier haben dürfen. Danke schön für 50 Bits. Brause. Kann nichts mehr reden? Kann ich... Ah doch, da war noch irgendwas gerade jetzt gesehen. Halt. Halt, 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 halt. Ich hab's genau gesehen. Dass der Aiden mich eigentlich gerettet hat, wird wieder total untergebügelt, hab ich so das Gefühl. Da war noch irgendwas, oder? Hier. Oh. Mein Geist. Sie... Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Ich habe die Ergebnisse der Test-Stan. Da steht ein Bild, was schwarz-weiß ist. N... Nein. Ich... Nur so. Ist... Nicht so wichtig. Das ist wie Wahrsager. Die Fragen... Du hast jemanden verloren, der dir wichtig war. Du hast Probleme, dich zu entscheiden. In ein paar Tagen passiert was ganz krasses. Also Dinge, die einfach auf jeden Menschen zutreffen. Same as this shit. Kann ich noch ein bisschen was stalken hier bei ihm? Die wollen doch jetzt bestimmt meine Kräfte sehen. Ich hab morgen eigentlich Praktikum, aber ich kann nicht schlafen. Das kenn ich. Schlaflos, schlaflos. Das kenn ich. Kann ich hier irgendwas mit Eidi noch machen? Mit Eidi-Scheidi? Eidi-Scheidi. Eidi-Scheidi. Schlaflos, schlaflos. Schlaflos. Nix, 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 nix. Ich geh jetzt mal... Eigentlich müsste ich doch jetzt runter gehen können. Ich probier's mal. Krass, wie viele noch um die Uhrzeit zuschauen. Ach, so lieb. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich um drei Uhr morgens online komme. Wie viele Leute dort teilweise noch da sind. Voll süß, ihr habt alle Schlafprobleme. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, Leute. Lasst es zu. Kann ich mit niemandem mehr reden hier? Ich müsste ruhig was machen können. Stimmst du eigentlich jeden Tag? Also ich stimm jetzt erst mal Montag bis Freitag. Immer. Kann ich da irgendwie auch runter? Nee. Kann ich da irgendwie lang? Zurück gehen. Springen. Ach so, ich kann mich umbringen. Kann mich doch nicht umbringen, oder? Kann ich mich umbringen, da ist das Spiel vorbei? Ach, er war gekommen. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du, ähm... Ich will, dass es bei uns so läuft. Ja, klar. Okay, ich komm mit. Suizid! Schlafprobleme habe ich nicht. Bei mir ist es 9 Uhr, da schläft man nicht mehr. Was? Wo kommst du denn her? Bist du in Amerika? Das Spiel fesselt mich. Wie gemein. Wollte ins Bett. Meine Schlafprobleme sind meine Kinder. Aber da die Kleinste endlich schläft, muss Mutti endlich in die Waage richten. Oh, wie süß. Wie alt sind sie denn? Die Zeit, die mir nachts fehlt, hole ich mittags immer auf. Ihr könnt auch gerne schlafen gehen. Wir brauchen etwa 5 Dollar. Das reicht für was Warmer. Das Video kommt auf meinen Zweitkanal. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ja, stimmt schon. Schon schlimm. Wie langweilig das sein muss, einfach den ganzen Tag dahinter zu sitzen. Ich glaube, danach lernst du essen, alles so zu schätzen. Mir ist so kalt. Video ist nicht das gleiche wie Stream. Sollten wir uns nicht wo hinsetzen, wo viel los ist? Die Spattles sind mega niedrigen. Ja. Ich versuche es mal da drüben. Viel Glück dann. Danke, Chris. Chris hat seinen Sub zu bis Juni extended. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Willi. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Vielen, vielen Dank. Was immer du auch getan hast. Dankeschön. Ich denke mir doch generell, wir haben dem letzten Mal einen, der gebettelt hat, ich glaube, ich habe den 30 Dollar gegeben. und mein Partner ist ja Arzt und am selben Tag kam genau der mit einer Überdosis in die Notaufnahme. Hat sich davon Drogen gekauft. Also generell habe ich gelernt, dass ich künftig wirklich den Leuten Essen und Trinken gebe und das wollen die meistens nicht mal. Die sagen, nee, wollen sie nicht. Ich sehe es jetzt schon. Ich schlafe im Sportunterricht beim Laufen einfach. Deswegen, Leute, wie gesagt, ich lade es auf den Zweitkanal hoch. Verspielt ist genug. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Das ist eigentlich so, der Stream ist quasi dazu gedacht oder beziehungsweise der Kanal, dass ihr dort vielleicht an einem Sonntag nebenbei was laufen lassen könnt, was anschauen könnt, euch schönes Bettchen kuscheln könnt, Storys mitverfolgen könnt, mir beim Labern zuhören könnt, genau. Man kann sich als Bettler nicht hinsetzen, wo man möchte. Ja, genau, es gibt Rebere von Obdachlosen, wo man nicht einfach so hingehen darf. Hey, Alter, gibst du mir was? Kann ich den Leuten noch was abziehen? Was klauen? So doof es ist, aber ich bin in Not. Oh, da hinten geht es lang. Der Aidy, wofür habe ich den denn? Der muss doch irgendwas Tolles machen können für mich. So. Wer hat denn da noch nicht abonniert auf deinem Zweitkanal? Gute Frage. Misstrauisch. Kann ich mich prostituieren? Zehn Mäuse? Okay. Hups, ich dachte nicht, dass ich es mache. Denke an mich, baby. Ich bin ihm sehr vertrauensvoll. Nein, ich will mich nicht prostituieren für zehn Dollar. Das ist doch, kann ich den irgendwie mit den Aiden mal abziehen? Komm, das machen wir mal jetzt. Kriegt der hier erstmal. Ich glaube nicht, dass sie das zulassen. Ich glaube, dass der mich jetzt so bedrängt, dass ich dann Aiden tot in drei, zwei, Leute, das ist mein erstes Mal. Es ist wirklich eine Experience hier. Ihr seid live dabei. Jetzt hole ich mir erstmal einen schönen Tripper. Oh mein Gott, nein, ich will dir jetzt nichts zeigen, was man nicht zeigen darf. Oh, es ist ekelhaft. Jodie, hol. Ich, ich kann nicht. So, jetzt wird er gewalttätig. Jetzt kann ich Aiden holen. Hört ihr den Ton eigentlich gut? Achso. Nein, Kerle. Jetzt hol ihn, hol das Geld. Hol Geld, klau, klau. Wenn jetzt jemand kommt, denkt er, wenn jetzt jemand kommt, denkt mal, er hat es mir besorgt. Meiner ist länger als deiner. Hol dir doch das Geld. Sag bitte, dass jetzt irgendwo zehn Dollar rausgefallen sind. Mann, das war alles voll umsonst, die Aktion. Gab es noch? Ich hätte noch ein bisschen mehr zudrücken sollen, Mann. Eigentlich wäre das doch voll die gute Nummer. Ich nehme verheiratete Ehemänner hier mit in die Ecke, tue so, als würde ich was Feines machen. Dann werden sie erst mal ein bisschen von dem Geist gewirkt und dann kann ich das Geld abzocken. Dann ist sie in der Lektion, sie werden nicht fremd gehen und ich habe Geld. Alle sind glücklich. Hihi. Mann, da schaltet man mal extra den Stream ein und dann passiert das. Hilf mir 2.0, genau. Mann, stehen auch drauf, ja. Ja, so läuft das. Manchmal im Leben. Eben. Was? Ach so. Kann ich da furzen? So. Okay, dann gehen wir mal zum Geldautomaten. Da muss es doch irgendwas geben. Kein Geld klauen, am besten. Aber wie komme ich denn dann an Geld? Die Ehezusammenhalterin, ja. Hier vielleicht im Koffi betteln. Ich habe Hunger. Hätten, hätten sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt und ich... Mach dich vom Hackerherzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Arschloch. Kann ich mich irgendwie rächen? Alter, das ist doch was Feines. Vom! Scheiße! Was ist denn hier los? Nicht, Alvin, das hilft uns auch nicht. Es gibt einen Gitarristen auf der Straße. Kann ich an seinen Seiten zupfen. So, es muss doch irgendwo was für mich zu fooden geben. Oder wieso frage ich eigentlich nur noch Food für mich? Die anderen sind doch auch noch da. Wo ist der Geldautomat, von dem ihr gesprochen habt? Ah, da. Aber da ist doch einer daneben, der sieht es doch voll, oder? Was ich da dann treibe. Hey, geh nicht so weit. Das tut weh. Ja, ja, ich komme ja näher. Lol. Für welches Tempo warst du? Ich war für die 49er. Was? Kann der Geldautomaten gehen? Das ist ein Phone. Hallo, ich will nur an... Wo ist der Geldautomat? Wo ist der Geldautomat? Ich kann den Typen irgendwie nicht kontrollieren. Gitarist sehe ich ja auch keinen, oder kann ich auch auf die Straßenseite wechseln? Das habe ich verpasst, weil sie ist ja nicht mehr in der Psychiatrie. Ach so, boah, das ist aber einiges verpasst mit ein Schnitzelchen. Kann sie? Kann ich? Kann ich den Typen da irgendwas abknöpfen hier? Wenn ich nicht im Baum festhänge, gibt es eine Möglichkeit, im Stream zurückzuspulen. Ich lade das für euch auf meinen Zweitkanal hoch, heute oder morgen. Dann könnt ihr euch das komplett anschauen. Also die Videos sind nicht verloren. Ich kann auch nicht rüber. Geh mal zu den Mülltonnen. Oh, guter Punkt. Super Bowl. Ich habe Tennis geklutscht. Schau mal in den Mantel. In welchen Mantel? Mantel-Taschen. Hm. Mantel-Lies. Mülltonnen kann ich nicht schauen. Mantel, Mantel, Mantel. Von dem Typen, meinst du? Ist hier irgendwas zu lutschen? Muss doch irgendwas für mich hier geben. Komm lieber zurück. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass du gebürtig Türke bist, Sibel. Echt? Sehe ich so deitsch aus? Tennis ist doch langweilig. Ja, aber ich wollte es einfach mal sehen. Wenn man schon Australien ist, dann muss man auch dabei sein. Hallo, Banges. No, Nachtaktive. Ich gucke immer deine Videos. Dankeschön, Leute. So lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Hier kann ich hier vielleicht rein. In den Laden. In den Schuppen hier. Nee. Was ist denn mit dir, Kollege? Kann ich nichts machen. Ach, da geht's auch noch weiter. Siehst, das habe ich nicht gesehen. Jetzt wird's ja dunkel. Die erste Tonne. Kack, ich habe nichts gemacht den ganzen Tag, außer die Straße ab und... Oh. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Tut mir leid. Ich habe gar nichts gekriegt. Ist okay. Nicht schlimm. Bleib hier. Ich schau mal, was ich auftreibe. Würdest du Obdachlosen, denen du vertraust oder denen, die es nötig haben, ein schönes Leben geben? Wie würde ich das denn machen können? Ein schönes Leben geben. Er wird safegrimig, wenn du nichts eintreibst. Kann ich nicht laufen. Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, als er Glück filmt? Hey, ich will keinen Ärger. Echt? Ärger? Das ist doch erst... Ich bin der Mann. Sind wir auf die Ärgerin? Aber das ist wie Ärgerin. Oh, komm schon. Findest du das denn? Ja, ist von der Weiber. Oh, fuck. Es gibt immer diese Random-Typen in so Filmen und Spielen, die immer irgendwelche Leute zusammenschlagen. Fuck ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was lauf mir. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststörten. Oh, sag mal, ey. Ja, Mann. Jetzt krieg ich dich auf die Fresse, ey. So. Kommt, hey, Bastarde. Ich mach euch alle fertig. Ich weiß, wenn du mal deine Scheiße abnimmst. Wo ist Aiden? So, den Wichser, der Film, den muss ich noch kaputt machen. Ja. Ja. So, jetzt den noch. Los. Nein, der hat gefilmt. Mach doch die Kamera kaputt, Mann. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kennt. Ich glaube, sie hat die Kamera nicht kaputt gemacht. Sie hat doch hochgeladen. Eine Frau macht vier Männer platt. Direkt paar Millionen Klicks. Ihr neues Zuhause ist hier. Dein neues Zuhause ist hier. Wie viele Stunden ich geschlafen habe, ist lieb, dass du fragst. Ich glaube, vier oder fünf. Jody nicht schon wieder. Das bringt doch nichts. Okay, Leute. Komm zum Essen. Jetzt geh erstmal fooden und danach gehst du schön schlafen. So tief ist das nun auch nicht. Komm, nimm dir was, Jody. Oh ja. Ich hoffe, du magst Thunfisch. Was anderes gibt's nicht. Das ist schon in Ordnung. Was ist hier passiert, Thun? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet's sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Oh, da hat jemand ein Zugrad neben uns. So unregend, dass wir die Essen wären, wären wir schon längst weg. Ich war mal Highschool-Lehrer und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr sechs Monaten. Traf hier Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa drei Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Das Essen wird auch nicht für mich alleine reichen. Ich weiß das. Klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Hallo, Thomas. Du sagst, du kannst Dinge, Jody. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Das hört sich an, als wäre die... Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Wie die Lurchen. So, jetzt zeig ich's euch. Von wegen Drogenproblem. Kann ich denen nix beweisen jetzt hier? Nee. Dann lass mal unten reingreifen. Lass mal schauen. Gib mir deine Hände. Ich hab keine Angst ums Baby. Alles ist okay. Woher weißt du das? Ich weiß es. Ich seh sie. Bist du mal Elbbogen und Kopfstreicher? Ja, hier geht's gut. Bisschen Verblähungen im Bauch, aber sonst... Muss ich den Drogentyp helfen. Wie bei so einer Kuh bist du mal Elbbogen rein. Oh Gott, beim Junkie, ne? Das wird jetzt richtig übel mit dem Ganzen. Ja, der Arm tut weh von dem Spritzen. Wo kennen wir das? Wieso muss er negativ gegen Drogen? Das ist rassistisch. Ich geh erst mal mit Danke. Nein? Okay. Sonst noch irgendjemand, der hier gegrabt werden will. Hier, gibt's auch noch was. Was machst du? Vertrau mir. Genau, lest mal mal irgendjemand seine privaten Gedanken. Das dauert uns voll lang, verpeinlich, der guckt uns die ganze Zeit. Achso, ich muss die mir reinpusten. Stimmt, da war ja was. So, jetzt rein damit. Jodie, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jodie, lass das. Das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. Vier lange Jahre. Nancy. Nein, Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Der Voddy macht einen Witz. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz. Du scheinst zu verloren. So gebrochen. Der wurde vor Haar stehen. Wer nennt sich? So hart. Alright, I'm out. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Pass voll, Kornbär. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Und dann kommt plötzlich in eine Gruppe und kann Probleme heilen oder Gedanken lesen. Jodie, ich kenne dich gar nicht, aber gib mir mal deine Hände. Ist mein Dünner angekommen? Leider nein. Das ist echt emotional. Ich muss bei so etwas eigentlich immer heulen. Ich bin voll die Fläne bei so etwas. Dann sagt sie so. Da wiggeln wir die Bananen für dich. Danke. Ich würde jetzt sagen, ich will noch mehr mit der reden. Komm mal zurück. So, erledigt. Gute Nacht. Oh nein, Leute. Die wirft. Nein, die wirft. Ich dachte, einen Monat. Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein, nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken. Heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und halt was ein. So, jetzt erstmal die Buchse ausziehen in der Kälte und die Beine auseinander. Ich kümmere mich drauf. Walter, du setzt dich und bleibst dir bei Tuesday, okay? Jodie, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Hätte man das nicht früher organisieren können? Der Jimmy sieht einfach aus wie der Wendler. Ja. Ich und Wendler gehen jetzt einkaufen. Jodie, komm schon! Ich kann nicht rennen, ich weiß nicht wie. Ah, hier. Nee, die rennt da einfach nicht, die Jodie. Der juckt's gar nicht. Twitch gefällt mir sehr gut. Also ich mochte YouTube auch, aber ich bin ja einfach viel entspannter, weil nicht so viele Leute da sind, der Chat ein bisschen übersichtlicher ist. Ich hab nicht so einen Druck irgendwie. Also was machen wir dann? Clown! Hör zu! Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Wind und ein Fläschchen haben und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Das tut's aber. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Dann gehen wir in den Supermarkt und kriegen's dazu, neben Penaten-Baby-Öl. Oder neben dem Fleisch. Okay, ich brech die Scheiße auf. Lass mal machen. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Mein Sohn hat mich eher gelockt, falscher 50er. Gott, verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Ja, lass mich nur machen. Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. So, easy geht das. Was ist das hier? Ah, das ist für Jodie nachher. Alles klar. Ich würd sagen, die Kameras wären vielleicht richtig auszumachen, oder? Wow. Hat sich nicht irgendwelche Überwachungskameras, die man vielleicht ähm, ausschalten sollte, denk ich mal, in dem Supermarkt. Yo, da. Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Elf. So. Reiner. Das Game für das Handy? Ich glaub nicht. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Okay, los. Ach, er holt. Ich muss nichts holen. Ach, super. Er hat alles. Er hat sogar eine Tasche geholt. Ich hab so viel ich tragen kann. Als ob du nicht zwei Taschen tragen könntest. Genau, lass den Alke allein mit dem Kind. Leute, 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 ey. Hallo Toxic. So, Leute, jetzt gibt's, äh, fleischiges Blutie und Schleimie und alles, was ihr euch jemals vorstellen konntet. Auf geht's, ab geht's. Da freu ich mich jetzt drauf. Schmiri. Wo sind die denn hin, Mann? Ach, da. Der wusste grad selber nicht, wohin. Der ist gesehen. Der hatte grad selber einen Hänger. So, jetzt gibt's Babys, Leute. Frisch gezoppt. Ich glaub, wir hätten auch Medikamente holen sollen, weil die wird ja danach, bei vielen Schwangerschaften, ich sag's, ist es so, dass der Damm reißt. Das ist das Stückchen Haut zwischen der Lulu und dem After. Und dann hast du ein riesen Loffi und das tut weh, das muss man nähen. Also eigentlich wär's gut, wenn man auch ein bisschen Schmerzmittel mitnehmen würde oder sowas. Betten, wenn ich hochkomme, ist die Show schon vorbei. Eine Geburt ist das ein störendes, was es gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich will, dass mein künftiger Mann da mal zuguckt. Wenn er nachher beim Kopf sitzen, aber ich glaub, danach läuft da nix mehr, wenn man das alles sieht. Hose aus, Leute! So funktioniert das doch nicht! Ja, dann zieht die scheiß Hose aus! Hose aus, Mann! Mein Gott, als ob die noch nie eine Möse gesehen haben, stelle ich mir nicht so an. Super, Leute. Dann lass sie halt am Kopfende sitzen. Draufschlagen! Zieh doch die scheiß Hose aus jetzt! Kannst du bitte selbstständig deine Hose ausziehen? Das gibt's doch nicht. Die Schuhe müssen zuerst aus, jetzt kannst du die Hose nicht ausziehen. Egal, ich sag nix mehr. So, wunderbar. Schöne Socken hast du da. Schön die Matratze volllabbern, ey. Was mach ich denn jetzt? Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Kamera! Was ist die Kamera? So. Ich kümmere mich um die Matratze. Sie bekommt das Baby durch den Mund. Trösten. Halt durch! Okay, du kriegst das hin! So. Mach's wie die Bauern mit der Kuh! Pressen! Komm schon! Pressen! Pressen! Ja, es ist fast da! Okay! Es ist bald vorbei! Atmen, Mann! Ganz toll machst du das! Höchstens der Wendler! Atmen! Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen! Ich glaub, atmen wäre auch nicht verkehrt. Hör auf zu atmen! Drück einfach nur! Boah, bestimmt kackt die auch, ey. Du bekommst ja eigentlich vor einer Schwangerschaft, einen Einlauf. Bestimmt kommt da gerade alles raus und dann landet das Kind. Ihr wisst, wo es landet. Oh, nee. Echt jetzt? Wo sind die Geräusche? Ja, so sieht doch kein frisch geborenes aus. Es muss... machen und dann darf es schreien. Nein, es ist voll mit Hautschüppchen. So sieht doch kein Kind aus, dass es noch frisch rauskommt. Die sehen aus wie kleine zerknödelte Kückenbaby, die aus dem Nest fallen. Jetzt übertreibt man nicht. Genau, die... Weg damit! Naja, es ist noch drin, rechts ist ja alles verdeckt. Es muss eigentlich viel mehr zerknutscht sein. Es ist noch viel röter und Hautschuppen schön dran und... kein Blut, kein nix. Und die Soundeffekte haben gefehlt. Hier, bitteschön. Lass es mal in die Titte, Alde. Ich glaube, ich wäre eine gute Hebamme, oder? Genau, hol die Anna, nachdem die Nachgeburt und das ganze Blut theoretisch jetzt zugedeckt ist. Alles klar. Der ganze Kot. Leute, eine Geburt sieht aus wie ein Schlachtfeld. Meistens. Da ist nix mit schönen Decke und schön gepflegt. Das ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenn sie Sauri. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Sauri? Sie versteht alles, was du sagst. Nein. Sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Ohne. Und Jodie. Wie nah wollte ich noch kommen? Du bist deine Magierin, Jodie. Unsere Magierin. Nee, die Kinder sind die ersten Monate nicht schön. Deswegen finde ich es auch ganz schrecklich, wenn Mütter Kinder bekommen und sagen, stolze Mutter, 3, 4, 2, 20. Wenn dann so Mütter kommen und sagen, guck, mein Kind. Und du siehst nur so ein verknautschtes Ding, so Fotosynthese. Und ich soll es süß finden. Mich findet auch niemand süß, wenn ich früh aufwache und furze. Das Game ist echt geil, ja. Doch, alle. Die heißt Zoe. Ach so. Sagte Sauri. Oh nein. Oh, scheiße. 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 Welche sind einfach so hässlich in den ersten Monaten. Ist auch so. Sind ja süß, aber sind halt hässlich. Die sind so hässlich, dass man sie süß findet. Und ich, ich. Ja, wie gesagt. Wenn dein Freund liegt dann in 14 Stunden, wenn er nichts zugeben wird, ich furze vor dem nicht. Aber irgendwann wird es passieren, Leute. Und dann stelle ich die Beziehung richtig auf die Probe. Oh, shit. Hallo, Leute. Wo seid ihr? Oh, aufwecken. Hey, es brennt, Alter. Es brennt. Es können jetzt Leute sterben. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich jetzt nicht alle bin, sind sie tot. Scheiße, Leute. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Ja, hau ab. Fuck it. Ich muss sie jetzt alle retten. Sind die alle oben? Fuck it. Ich hoffe, die sind alle oben. Da hat irgend... Oh, da ist einer. Okay, alles. Den hätte ich schon vergessen jetzt. Der wäre schon der erste Tode jetzt. So, hier, die müssen wir schon aufbrechen, oder? Raus mit dir! Ja, wo ist der Junkie? Wo ist der Junkie? Fuck! Nicht der Junkie, fuck, sondern wo ist der Junkie? Fuck! So, nicht der Junkie, fuck. Lauf hoch, Mann! Ich spiele gerade auf Playstation. Ich meine, das ist ja damals auch so gemacht. Die hat die ersten Monate benommen und nachher ihr Gesicht gezeigt. Das ist für den Heiligabend mit einem Furz. Lauf! Mädchen, lauf! Ist hier noch irgendwer? Ich weiß doch genau. Hier ist doch auch jemand, oder? Ja. Kerle! Ich brauche Hilfe! Kerle! Da, komm her! Komm schon, Simi! Spring! Spring! Nein! Spring! Nein! Ich komme nicht raus! Du kannst! Ich komme nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Spring doch, Kerle! Dann spring mir hin dazu! Okay, dann übernehme ich seinen Körper und spring selber, alles klar. Ja, deswegen. Häschen, hüpf! Geht doch. So. Was? Was war das? Lauf jetzt einfach, Mann! Da oben ist doch die Frau mit dem Kind. Das Baby! Los, rette das Baby! Ja, ja. Gleich nebenan! Lauf jetzt! Oh, das war so klar, ein anderer Weg. Hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Ach ja! Was ist das? Was ist das? Oh oh! Das Kind schreit! Kann ich das bitte? Ah, ich muss drücken! Oh oh! Ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Ich war dumm. Los, Jodie, los, Jodie, öffnet das jetzt. Mein Weg zur Schule, be like. Ich kann die beiden jetzt auch theoretisch abkratzen lassen. Wollen wir jetzt nicht, deswegen. Raus mit dir, Olle! Ich würde sagen, wir haben die Arschkarte. Wieso müssen wir die ganze Tür da nicht aufbrechen? Park nicht, komm mit. Okay, das bringt nichts, scheiße. Was? Ich geh da rein, warum denn? Das gibt doch gar keinen Sinn. Achso, wir kriegen jetzt unsere Schutzwelle. Oh, das ist klar. Ich hätte von Aiden viel öfter oder von Aiden viel mehr Gebrauch machen können. Hallo, komm, komm, denk nach, Jodie, denk nach! Ja, was wohl? Einen. Puts! So, los, durch damit hier. Auf geht's, ab geht's. Schneller, Alter, schneller! Ich will auch noch rein. So, sehr gut. Hallo, Abdu. Lauf, 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 lauf. Lauf einfach. Lass mich zurück, bis ich rauskomme. Ja, ja, ich komm schon, lauf. Okay, schnell raus hier. So, wohin muss ich jetzt? Ich kann ja nirgendwo hin, Mann! Kannst du dich bitte bewegen? So, lauf bitte. So schlimm ist es nicht. Lauf, 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 lauf. Muss ich vielleicht nochmal nach oben. Probier's mal. Geiles Gain, wenigstens nicht mehr kalt. Ja, ich probier's mal oben, aber ich hab keine Ahnung, bestimmt. Super, wie komm ich jetzt raus? Kann denn für auch mal jemand an mich denken, bitte? Springen! Ja, sie macht sogar Selbststrauen. Genau, sehr gut. Lauf! Lauf, Mädchen, lauf! Raus da mit dir! Ja! 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 Achso. Okay. Was ist, wenn ich das nicht mach, stirbt sie dann? Yes! Oh, nicht schon wieder die Spacke. Ich sag dir, wir sehen uns bis zum Stück. Hey, 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 lass die in Ruhe! Ganz ruhig, Kökerlaken. Schluss mit Hayden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los weg! Oh, shit. Sie atmet nicht. Sie atmet bitte! Muss morgen früh aufstehen. Kann er mich nicht aufstehen? Sie spinnt! Nein! Da kommt der Feuermann auf einmal her. Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Sauerstoff? Ihr müsst das nochmal fixen. Ich brauche nicht mehr! Jodi, nein! Bitte, bleib bei uns, Jodi! Bleib bei uns! Sie hat ein Loch im Kopf! Wir brauchen Sauerstoff! Hallo, Puschino! Ihr seid witzig! Ja! 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 Ufa! Wer gibt es auch? Ich bin jetzt neben einem ge hijabern! Das Kind braucht Wärmung, bevor Wind, wenn Fläschchen haben. Und Kleidung wie die... Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Und du bist dein Partner, Jodie. In Existenz. Mir fehlt ein Bein, bringt mir ein Pflaster. Bin ich tot? Waren das wirklich ihre Eltern, waren das nicht Adoptiveltern? Oh, das ist mein Baby. Lasst mich sehen. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Bitte, ich will sie sehen! Bitte, bitte, lasst mich zu ihr! Ich will mein Baby! Bitte, lasst mich zu ihr! Ja, Pflegeeltern, als ob sie ist wiedergeboren. Wartet ab, Leute, bei. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist... ist sie... Ist sie meine Mutter? Ist das... Ist das die Zukunft? Aiden? Nein! 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 Ich will nicht zurück! Ich will mein Tierplatz, Aiden! 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 Nein! Aiden? Wieso, Aiden? Aiden? Ich wollte nicht mehr her! Hm... Aiden? 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 Boah, ich wäre gern von Anfang an dabei gewesen. Wie gesagt, ich lade das auf meinem zweiten Kanal hoch. Verspielt es genug. Da könnt ihr mir gerne folgen. Da kommen alle Sachen, die wir hier durchspielen. Nächste Woche auch Zelda. Kommen hier komplett auf meinem Kanal. Das heißt, ihr könnt die da komplett anschauen. Also guckt einfach, sagt Bescheid. So machen wir das. Wir brauchen Sauerstoff. Ja, die haben wir hier. Zelda, oder Zelda. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Seit Monaten? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Was bringt euch der Haftbefehl, wenn ich im Koma bin? Ich bringe sie zu ihr. Na super, gerade jetzt. Was für ein Timing, oder? Animal Crossing für die Switch, let's play. Nein, gucke ich mir sehr gerne mal an. So, jetzt kommen die. Jetzt mache ich den jetzt. Direkt frisch am Start hier jetzt nach Koma. Also, ich glaube, nach Monaten in Koma kann man doch gar nicht mehr richtig laufen, weil die Muskeln doch so eingegangen sind. Oder irre ich mich da. Oh, scheiße. Also, wo ist sie? Hallo, Kotnash. Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Okay. Caution. Beers. Vorsicht, Beeren. Schnell angezogen und weg. Wo hat sie meine Klamotten überhaupt noch hatte? Sähe ich so aus? Äh, nee, noch nicht, Brocken. Obdachlos. Jetzt gucken wir mal, wie die anderen sich entschieden haben. Stan, die Wahrheit erzählt. 42 Prozent. Nicht genug Geld. Das ist 10 Prozent. Das ist aber für welche Erfolg zu den Losern. Obdachlos nach Abendessen geholfen. Alles klar. Nur 35 Prozent. Vor einem Feuer gerettet 92 Prozent. Kein Selbstmordversuch. 64 Prozent. Schläger besiegt 96 Prozent. Reden über 61. Aus dem Gebäude entkommen 53. Schicksal der Schläger nicht erfahren. 63. Ah, okay. Hätte ich die noch boxen können? Wie bin ich denn jetzt entkommen vor dem Polizisten? Äh, Polizisten. Haare sind gewachsen. Heißt, ich bin ungefähr schon ein, zwei Monate unterwegs. Ich bin total erledigt und durstig. Ah, ja. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort. Also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Ja, aber echt einen. Reiß dich zusammen. Oh Gott, muss das echt sein. Hier hat auch bestimmt keine Sonnencreme drauf. Hallo, Steamate. Guten Morgen. Du benimmst dich in den Streams ganz anders als in den Videos. Wie denn? Naja, Videos sind ja viel kürzer und die Videos sind ja auch richtig geschnitten. Das heißt, ich nehme eine Stunde auf und es wird das geschnitten, was lustig ist. Und in Storygames ist man natürlich auch ganz anders, als wenn man gewiss andere Spiele spielt. In Storygames ist man ja auch mal ernster. Eine Jause, bitte. Das sagen ja die Österreicher immer eine Jause. Das finde ich echt lustig. Ein Festspruch. Keiner Bock. Die anderen streamen. Die anderen darf man nicht streamen. Das ist tatsächlich nicht erlaubt. Ein Jausen, bitte. Ich würde so gerne wieder in die schöne Wohnung gehen. Was bedeutet denn Jause über dein Gräby? Oh, schau mal an. Oh, das sieht ja schön aus. Hallo? Alles klar, dein Namek. Schlaf schön, Chris. Hallo? Ist hier denn jemand? Hallo, Pokémone. Schafis! Schafis, wo das Auge reicht? Wohin das Auge reicht? Kann ich da nicht ein bisschen wehlich abzopfen? Ich bin auch in Australien, ja. Bis Juni, Juli. Ich möchte noch ein bisschen Millig haben. Von dem Schaf abgezapft. Das schmeckt bestimmt, bestimmt so geil. Ein geschecktes Pferd. Und ein Beagle. Boah, ein Pferd. Ein Pferd. Pferd! Zwei Salamis. Zwei Salamis. Ey, Leute. Ist hier denn irgendjemand? Was soll diese mystische Musik da im Hintergrund? Die war vorhin auch die ganze Zeit nicht da. Oh, da ist doch ein Wasserkanister, oder? Ein Wassertank. Ein Wassertank? Nope. Komm, da hat es doch Wasser, oder? Da erzählen wir doch nichts. Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg zurück trotten. Ach, da ist ein Haus. Gleich kommen die Indianer. So hört es sich auch an. So, Leute. Hier gibt es keinen YouTube und Instagram und WLAN und Internet. Pferd, Pferd, Pferd. Pferd, Pferd, Pferd. Das ist eine Dusche. Ja, da hat es auch Wasser. Hallöchen, Apparatix. Apparatix. Das hört doch keine Sau. Lauter. Das hört keiner, oder? Ach, tatsächlich. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Oh, hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Bitte. Es wird wirklich kalt heute Nacht und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll und ich verspreche, ich bin weg bis zum Morgen. Ich habe doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Nein, du solltest abhauen. Hmm, allein in der Wüste, wo mich keiner findet. Hmm, drei Männer sogar. Ich weiß noch nicht, was ihr mit der gemacht hat, aber sie sieht nicht glücklich aus. Das wäre mir so unangenehm, einfach bei Fremden zu klingeln und mitzufressen. Der eine hat eh keinen Bock auf mich. Oh, ist das unangenehm. Ich habe fast gedacht, das sind vier Männer. Und wieso ist für einen vierten gedeckt, wenn eigentlich gar niemand da kommt? Also haben die mich erwartet? Voll unangenehm, dass sie direkt alles nimmt und frisst. Das könnte ich niemals machen, Leute. Das ist so peinlich. Ist das unangenehm. Oh, ich will mich hier gar nicht bedienen. Das ist einfach sau peinlich. Was wäre es das, wenn du vielleicht stirbst? Ja, aber ich würde halt warten, bis die... Ich würde auf jeden Fall trinken. Das ist doch das Wichtigste. Ich habe doch Durst wie Sau. Könnt ihr mal bitte was reden oder fragen? Das ist voll peinlich. Am besten müsste ich jetzt alles wegfressen. Noch mehr Kartoffeln, noch mehr dies, noch mehr das. Was? Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich zieh einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ja. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. No, Nintendo Girl, vielen Dank. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Seid ihr Pferdezüchter? Ja. Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Ich hab's noch gar nicht fertig gegessen. Also ganz ehrlich, ich würde das Essen mitnehmen. Da liegen einfach noch 10 Burritos ungegessen. Das ist was, das könnte ich nicht ertragen. Ich würde mir jetzt hier noch 3 mitnehmen. Sie hat auch nichts gegessen. Kommst du mit? Chill, chill. Oh, du bist ja so groß. Jetzt geht's erstmal in den Raping Raum. Wieso habt ihr ein fucking Gästezimmer? Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst. Verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Also spätestens jetzt würde ich gehen. Oh mein Gott. Was hat denn der vor? Machen die irgendwas mit der Oma? Deswegen guckt die doch so arm, oder? Voll gruselige Scheiße. Genau, erstmal ausziehen, wohlfühlen. Nachdem der uns so eine Botschaft gibt. Mann, 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 Jodie. Echt, also. Schlafstatt dabei. Der Tisch war auch schon für mich gedeckt. Ist ja nicht so, als hätten die mich erwartet, oder? Genau, die Pissschüssel. Vielleicht ist es auch Urin. Mensch, riech doch erstmal dran. Wieso steht das hier alles ready für einen Gast? Darf ich das mal bitte ansprechen? Können nie da einfach so schlafen. Ohne Decke. Oh Gott, ich könnte nicht mal eine Decke schlafen. Ich bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Ich glaube, das Kapitel ist extrem spannend. Genau, ohne Decke kommen die Monster und mit ist man sicher. Du hast das verstanden. Sie quartieren sich einfach bis morgen Abend ein. Ja, das passt. Das ist gruseliger Shit. Was ist denn das? Was ist, wenn ich pinkeln muss? Jo, da ist doch irgendwas, oder? Also die hätten ja ruhig mal sagen können, geh mal davor pinkeln, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Solche Angst? Also die hätten ja ruhig mal sagen können, geh mal davor pinkeln, oder so. Die hätten ja ruhig sagen können, geh mal pinkeln, weil du kannst heute Nacht nicht mehr raus. Weil die traut sich auch, dass ich die Tür echt aufmachen soll, wenn ich mir erstmal alleine umschauen. Und ich muss tatsächlich die Tür aufmachen. Wo hände ich da Schiss? Wer ist dumm? Was ist denn los mit denen allen? Oh, hallo, der ist Oberkörperfrei. Darf ich da rein? Oh, ist da nicht die Oma drin? Weiß ich, wird doch keine Fremde hier reinlassen, die dann... Oh, der Hund, die... Und der Hund darf draußen warten, wenn die Leute sicher in ihren Zimmern sind. Das ist ja wieder typisch, du. Oh Gott, soll ich echt aufmachen? Ich glaube, das ist richtig dumm, oder? Kann ich auch zurück in mein Zimmer gehen? Kann ich zu der Oma? Nee. Ich kenne euch, ihr wollt, dass ich die Tür öffne, oder? Four, zero, four, er is not found. Die Boxershorts war echt sowas von 2018. Dann hätten sie ruhig eine sexy enge Buchse anziehen können. Da hätte ich nicht mehr schlafen können. Wo kommt die Decke auf einmal her? Alles klar, Gärten. So, raus aus dem Nest. Ich laufe hier voll in Unterhose vor denen rum. Das ist doch für die bestimmt voll... ...haram. Es ist kalt. So, was gibt's denn hier noch Feines? Die Pissschüssel. Genau, sehr schön. Schau mal in den Spiegel. Ja. Macht's irgendwie nicht. Okay, ich kann wieder aufbrechen. Das wäre mir für unangenehm, wenn ich da rumgeschnüffelt hätte. Und dann... Oh, kann ich da rein? Kann mich noch unbeliebter machen, als ich eh schon bin. Indem ich jetzt noch bei Fremden rumschnüffel. Okay, genug geschnüffelt. Oh, da ist auch noch was. Okay. Hier war auch noch eine Tür. War schon die Oma drin, oder? Alles klar. Tschüss an alle. So, gehen wir mal weiter hier. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Kann ich euch nicht irgendwie noch helfen? Das ist voll assi, dass ich einfach mich verpiss. Die haben ja nichts von mir. Die haben keinen Nutzen. Schauf! Kann ich irgendwie was tun? Ich fühle mich irgendwie blöd. Kann ich dich fragen, was ich gestern sollte? Sind Fragen nicht erlaubt? Oh, ich kann da lang. Was kann ich hier denn eigentlich machen? Sneaky, sneaky, sneaky. Danke. Okay, nix. Soll ich jetzt einfach gehen, oder wie? Wie wär's mit Danke? Danke. Ich bin dann mal weg. Danke. Wie ist das? Ich bin mir nur nach der Färbel. Nee. Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen. Aber... Letzten Dach überm Kopf. Und Essen auf'm Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Ich finde das Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Ähm. Wir nutzen den Namen. Hallo. Ich hab das schon öfter gespielt. Das erste Mal, dass ich rausgekommen bin, aber ich hab's schon geholfen. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Vergessen, was so alles passiert noch. Das ist ja schon ewig her. Ich glaub, das Spiel kam ja vor wieviel Jahren raus? Hallo Darkseid, hallo Bratusha. So, jetzt erstmal schön Wasser hier im Kessel. So. Ah, da muss ich's hinbringen. Hi, Sweat for 361. Pass auf, sie machen ein Sandwich und sperren dich ein. Ich glaub auch, dass die Oma wenigstens abgelöst. Die ist schon ganz schön naiv. Oder bin ich zu misstrauisch gegenüber am Erfremden? Oder würdet ihr auch so denken? Du bleibst da so ne Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jodie. Wollst du etwas Heu vom Heuboden? Etwas Heu vom Heuboden? Spinnst du? Unge heißt rückwärts Gnu. Stimmt. Unge heißt rückwärts Gnu. Darum es eine Connection besteht. Wo ist denn der Heuballen? Ich bin schon seit vier Stunden dabei. Ach, das ist süß. Kann ich mit der Alten reden? Hi. Mein Name ist Jodie und ich werde eine Weile hierbleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Hm, kann ich nichts machen. So, holt ihr den jetzt selber, weil ich zu lahmarschig bin? So, hier muss es doch sein. Die alte Kanon will nicht reden. Twitch, ich glaube, hat keine wirkliche Verzögerung bei mir. Ich muss es noch alles einrichten, Leute. Ich bin da echt noch Nubi. Da muss ich also hin. Aiden, kannst du mir bitte helfen? Ich will die Scheiße da nicht runterholen. Sehr gut. Jetzt zicke ich ihn doch nicht die ganze Zeit an. So. Frag mich, ob das, was sie gesehen hat, Vergangenheit war und schuld daran, dass die alte Frau so verstört wird. Hm, das werden sie herausfinden. Hallo, Asuna. Hey, Jodi. Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Wie nett die sind. Mich würde es voll abfacken, wenn jemand Fremdes irgendwie da wäre. Ich weiß, wie ihr das seht. Ich da einfach so assi bin, aber ich habe Besucher eigentlich nicht so gern. Vor allem fremde Leute, die man gar nicht kennt, bei sich wohnen zu lassen. Ich bin seitdem, seitdem ich Suizid geschrieben habe. Hallo, Player. Das ist aber auch schon lange. Nice. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab ihr noch zu tun. Okay. Na dann. Hallo, Nokees. Grüße dich. Ja stimmt, ohne sie bin, wäre ich echt nicht so weit gekommen. Hallo, Mephisto. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich habe die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren, aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Der will nicht reden. Der Kleine ist offen noch. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere? Ja. Ja? Wie wäre es, wenn ich dich mal was frage? Etwa wo du herkommst? Was du hier draußen willst? Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Sympathischer Dude. Hallo Panda. Hallo an alle. Bei mir ist jetzt 12.15 Uhr genau. Ach. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht bar durch. Wir sehen uns. Ich finde, die Stimme passt gar nicht zu dem Kleinen. Und die Oma darf zugucken mit dem Essen, oder wie? Na toll, Jodie. Ich hab doch normales mit Fragen gestellt. Also an alle, die irgendwie die Stream verpasst haben und nicht wissen worum es geht, ich lade es morgen auf den Zweitkanal hoch. Dann könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Mal sehen, was Jay macht. Mal sehen, was ich hier machen kann. Oh, schief! Oh! Blöder Sturkopf. Nie will er mit denen anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Sein Name ist Ashki. Ashkin? Sympathisch, man kann sie unterhalten. Lol. Arschkin. Hey, Ashkim. Hey, Ashki. Arschkin. Hab keine Angst, ich komm jetzt drüber zu dir, okay? Das Pferd nicht irgendwie hin, ey. Ruhig. Ruhig, mein Guter. Siehst du Ashki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Sag bloß, wir tun das... Oh, das ist mies. Wir tun das Pferd jetzt... Gehirn... Ah, das ist ja mies, dass wir das... Weißt du, das Pferd vertraut uns. Dann erst mal schön rein in den Klappel. Ja, um nun den zu impressen, erst mal ein bisschen bescheißen. Kannst du bitte... Ahem. Look at my horse. My horse is amazing. Give me a kiss. Hilf ich, ich bin zu fett. So. Jetzt ganz cool abhauen, ach wie schlecht. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Meinst du einfach, dass ich stinke? So ein schlechter Spruch und dann abzischen. Look at my horse. My horse is amazing. Ich weiß, wie lange ich stream, Leute. Ich hab keine Ahnung. So. This is a gnuuus. What? Erst mal schön die ganze Ketten... Die Kettenkacke hätte ich mir gar nicht anziehen müssen. Total unnötig fürs Arbeiten, oder? So, wunderbarst. Let's take a shower. Let's take a shower. Tani. Der hat das Wasser ausgestellt. Und dann rannte der Typ weg. Und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Eigentlich voll leichtsinnig, dass der mich hier arbeiten lässt, obwohl es hier so gefährlich ist. Ich hab noch einen schlechten Witz gerissen und dann schon ins Bett. Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Oh Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Wie bist du ein wendiger Dachs? Wie bist du ein wendiger Dachs? Das ist die geilste Frage, die ich gestellt bekommen habe. Ich bin manchmal ein wendiger Dachs, ja. Manchmal ja. Komm, wir machen's schon wieder. Oh mein Gott, ich geh einfach raus. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ganz schön dumm, Jodie. Ganz schön dumm. Ich kann nicht mehr rein! Ich kann nicht mehr rein. Sie macht das taft wie bei ihrem Bordspielen. Um Jottes Willen, da kommt ja ein riesen Sandsturm, Mensch. Oh Gott, Jodie, 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 ey. Was bringt es dir? Vor allem die Schäfchen würde ich halt dann... Wieso machen die bei den Schäfchen nicht auch alles genauso zu und verriegeln wie in ihrem blöden Haus? Kann mir das mal jemand verraten? Ich hätte so Schiss, ich würde da nie rausgehen, ey. Die Frau hat die Hose an, du. Jeden Nacht die gleiche Scheiße hier. Wo soll ich denn jetzt hin? In die Dusche nochmal? Mal. Ach ja, da ist ja gar keine Angst. Ja, die Pferde lässt man draußen, wenn man weiß, wie jeden Abend verrückt man ist. Mädchen, was machst du eigentlich für eine unnötige Scheiße da gerade? Boah! 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 Hilfe, der will mich! Vor allem so ein mächtiges Ding kommt nicht in die Hütten rein. Ah! Okay, ich sag nichts mehr. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Lauf! Nein, es hat mich am Hofi. Verpiss dich! Lauf, mein Kind. Lauf. Er will es wissen, Leute. Er will es wissen. Nein, Hilfe! Hilfe! Nein! Mann, Schau, die geht ins Scheißhaus zurück. Oh, super. Jetzt hat er mich. Der isst mich. Ja, jetzt muss ich wieder helfen, ne? Kleiner Loser. Ich schmecke nicht. Oh, Heil und Zack. Ach, wie nett. Die retten mich. Danke, Artcore, für deinen Raid. Hallo, wie geht's dir, meine Liebe? Vielen Dank. Das wäre witzig, wenn die jetzt ihre Hose runterziehen und auf mich draufpissen. Pippi heilt Wunden. Der Retter in der Luft. Wie geht's dir? Artie. Ellie, wie geht's dir? Der Typ, wenn man zu einer Buchse da rauskommt. Sag mir endlich, was hier los ist. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat er seinen Grund. Wenn man sich sagt, ich gebe einen ins Bett. Hallo, Himu. Wieso werden die Pferde einfach nicht reingebracht, wenn die gut sehen wollen? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komme hoch, okay? So, Aschkin, los geht's. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Noch nie geritten, aber kann's auf einmal, oder? Hey, was denkst du, Aschki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal. Ich reite raus und sehe nach den Juros. Willst du mitkommen? Sicher. Stimmt, die alte Schuld, die hat noch Dreck am Steig. Ah, da kann ich schneller mein Horse reiten. Look at my horse. Ich sag euch, wenn ein Pferd trabt, ne, einfach mit den Zügeln da so easy draus sitzen, ist nicht so einfach. Hallo, Dark 4. Schlaf schön, Tani. Danke nochmal an Ellie, ich glaube, sie ist schon weg. Go, Aschkin, go. Wo ist er denn jetzt hin? Look at my horse. My horse is amazing. Wieso sind die Arschkinns so weit weg? Ist doch voll gefährlich. Wie viel Uhr? Bei mir ist es 12.30 Uhr. Komm schon, mein Horse, lauf. Baby und Tina. Grabtraben ist unangenehm. Galoppieren ist schön. Echt? So, und jetzt? Kaffeekränzchen, oder wie? Was bringt das jetzt? Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass fünf Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Jeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Wie war es denn mit Umziehen? Dein Vater kennt diesen Spuck. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen, mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht von mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Ich muss dir was beichten. Ich... Jay! Jay! Okay, die Klisch. Oh, sieh, sieh. Die Bärbär ist ja, äh... Ja, sieh, 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 sieh. Einmal hatte eine ganz andere Stimme. Das war Paar. Kein Wasser auf der Ranch. Muss was mit dem Brunnen sein. Ich seh auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ach, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tu, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich seh dich dann auf der Ranch. Mal nicht nach meinem Geheimnis fragst. Arsch. Wollt ihr gerade was beichten? Als ob der den Mund voller Gummibärchen hat. Ich wollte ihm gerade was beichten. Dass ich ihn in seiner Box of Shorts sehr anziehend finde. Trimax ist das Monster. So, lauf. Lauf. Renn, Horse. Lauf doch. Sag mal. Willst du mich rollen? So, jetzt geht doch. Da 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 da. So, I was back in time. Bye, Gloo. Er ist sich sicher, dass er sich als erstes gönnt. Deshalb, was soll er noch fragen? Geh in die Brücke. Geh in die Brücke. Aiden. Ich muss auch gar nichts sagen. Wie sollte ich da sonst hochkommen? Kann man mir mal verraten, wie der Scheiß da hochkommt? Super. Und jetzt wieder zurück, oder? Und sagen, hey. Es ist echt gruselig, dass er da immer einfach steht mit seiner kurzen Hose. Oder seinem kurzen Rock. Kann der sich bitte mal was anziehen? Das macht mich nämlich ganz verlegen. Oh, da geht's rein. Tatsächlich. Och, da würde ich niemals reingehen. Ist hier noch keinem aufgefallen? Dass hier überall so ein kleiner Bunkerchen gibt. Äh. Hallo? Ich hänge fest. Irgendwie was von Project Zero gerade hier mit dem Rumgeklimper. Darf ich mich bitte mal normal fortbewegen? Kann ich das nicht anschauen? Das sieht doch interessant aus. Gibt's nix mehr anzuschauen? Das glaube ich doch nicht, oder? Guck da doch hin. Mädchen. Mädchen, kannst du bitte mal deinen Arsch da rüberschieben? Tatsächlich macht sie's einfach nicht. Okay. Denk mir am Arsch. Yes. Nein. Ah! Ah! Oh, alles Gute, Playgamer. Ich muss sagen, ich finde das Kapitel echt spannend. Krone. Krone. Das Krone. Krone. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Gehen wir einfach mal weiter, wahrscheinlich nichts passiert. Ich glaube, ich muss davor, oder? Jetzt muss ich wieder zu dem Dibi zurück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, gehen wir davor. Look at my Hawks, my horse is amazing. Der wieder die Sonne runter brutzeln muss. Hallo Nero. Oh, du bist genug? Ja. Das ist meinst du wie ne Krone. Sieht schon cool aus, aber das muss ja einen so verbrennen hier. Ich brauche erstmal... Die Jodie ist ja eh so weiß. Ich brauche erstmal einen Sonnenschutzfaktor 50. Der Typ ist jetzt ohne mich schon zurück. Ist halt echt so, wenn du hier von einer Schlange gebissen wirst, irgendwas passiert. Hier ist ja einfach niemand da. Wann wird ein bisschen so gezeigt? Hier einfach alles durchsucht alleine. Morgen frei! Boom! Stream Blue, morgen bin ich neu auf Twitch. Hallo Dennis, grüße dich! Kannst du was sehen, Aiden? Da war grad was. Ich hab's genau gesehen. Da ist was. Da ist was. Bei mir ist jetzt 12.37 Uhr. Da ist auch noch was. Und hier muss auch noch was sein, sonst würde ich das hier... Ah, da vorne. All's Chlor. Ja, genau. Das findet hier auch niemand. So ein historisches Ereignis. Ah, rein da müssen. Sehr schön. Jetzt reicht es nicht aus, Mensch! So, jetzt. Ja! Komm schon! Zeig dich zu mir und dringend! Ah, sonst ist alles drückt! Ich bin dann aus Iranien! Gibt's doch noch mehr zu entdecken, oder nicht? Da ist doch noch was. Kannst du bitte mal rennen, Mädel? Ei, geht doch. So, hier muss noch irgendwas sein. Da. Aber wo ist das? Aussie, ein Aussie genug bin ich. Brunnen kann ich hier nix machen? Ne. Da hat's geblinkt, ich hab's genau gesehen. Oh. Ein Houtie. Okay, wo ist mein Horst? So. So, weiter geht's. Look at my horse. My horse is amazing. So, Horstie. Es ist soweit. Lego. Ich grüße, Bilala. Wow, wow, wow. Da, 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 da. Sorry. Ich hoffe, die ganze Zeit dieses Look at my horse. Geh wieder leg. Los, trabe. Es tut mir leid für den Ohrwurm, Leute. Es tut mir leid. Ich würde nie wieder zurückfinden. Hier hinten ist die Ranch. Oder? Oh, jetzt geht's aber hier ab. Jetzt gibt's Gummi hier. Hier zum Fick komme ich hier eigentlich hin. Oh oh, da würde ich jetzt nicht hingehen. Das ist bestimmt dangerous. Dangerous. Oh, dangerous. Oh, dangerous. Fuck, fuck, fuck. Das ist ja lustig. Dann finde ich's direkt. Okay, cool. Los. Öffne, öffne. Oh. Da ist die Krone. Oder? Oh, da ist die Maske von denen. Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Well, I better not show you where is the lemonade. Sweet lemonade. Angst? Danke, Jaime. Ach, das sind die alle, die uns immer... Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, es auszugraben. Ich weiß nicht, ob die noch kommen und uns helfen werden, Madame. Ich weiß, sie fragen sich gar nicht, wo Jodie ist. Sie sollte eigentlich arbeiten. Dann leg ich ihnen doch einen hin. Ach, das war doch die Oma. Das war doch die Decke. Das war die Oma. Das war die Decke, in der die Oma gehüllt ist. Die Oma hat den dritten Talisman. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Die Oma hat den dritten Talisman. Oder den letzten. Das war die Decke. Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Ich glaub, die Oma muss draufgehen. Scheiße, warum denn jetzt schon? Fuck. Warum denn jetzt schon? Weil ich da rumgewurschtelt hab. Nicht dummes... Fuck. Pfuh. 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 Pfuh, kannst du bitte reiten? Danke. Die Oma. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich hab Scheiße gebaut. Oh no. Ab in die Hütten, Leute. Paa! Paa! Er kam mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus. Aber Paa! Das lag doch sicher jetzt an mir. Komm, 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 ab! Der Vater hält mich aus dem Ort! Der spielt nicht an, Jay! Der spielt nicht an! Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaub nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht gegen Geister. Kann man nicht kämpfen. Die hat den Scheiß-Talisman um den Hals hängen. Ich seh's genau. Ach komm, man. Der Wunde stirbst du doch nicht. Wo ist die Oma? Wo ist die Oma? Oma! Oma! Die ist extra angeleuchtet. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Na also. Der fünfte Talisman. Ah, jetzt kann ich die Vision sehen. Verdammt, wir haben keine Zeit. Jetzt. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen. Und du musst einfach die Zeit behalten. Toll gemacht, ihr Lappen. Er ist noch von mir in der Asche. Genau. Eure Vorfahren. Sie riefen ihr Izo her. Sie, sie waren verloren. Voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermordeln. Und Rache zu bieten. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Je, Izo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten es auch falsch. Ich habe in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich. Ich höre ihn kommen. Ja, der ist vor der Haustür, aber egal. Was wickelt da eigentlich so komisches vor dem Fenster rum? Ich schaue ihn mir jetzt mal kurz an. Das kann ich gar nicht. Feuer, ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Feuer, 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 Holz. So Leute, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Feuer, Holz. Okay. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Es ist natürlich auch alles schön vor der Tür. Ich muss lachen, Leute. Ich sehe jetzt gerade, dass da der Hammer ist. Und der eine Typ ist auf der anderen Seite ein Hammer. Deswegen habe ich ja diesen fliegenden Hammer gesehen. Nachdem alle, die schlafen gehen. Was war denn das gerade für eine Aktion? Viel Spaß, das Feuer anzuziehen. Okay. Schön, dass das alles hier so schön steht, muss ich sagen. Können wir das auch nicht... Das war auf jeden Fall X. Können wir das nicht nächstes Mal machen, wenn der Sturm jetzt mal weg ist? In Ruhe vorbereitet? Jetzt legt überall die Amulette hin. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Was? Das weiß ich doch nicht. Ja, genau. An jedem Ding eins. Danke, Moli. Ja. Das ist genau richtig. Okay. Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben einen Talisman. Es muss meine Seele auf jedem Platz sein. Mal wissen, wie das... Gut, dass wir... Ja, der Vater fehlt doch. Wir sind nur zu vieren. Und fünf Talismanen. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Ach, das ist Wahnsinn, Toadie. Wenn wir nicht so vorbein gehen, gehen wir doch alle drauf. Einen ist doch eine Seele. Fuck. Fuck, uns fehlt noch eine Seele. Das war's. Wir haben die fünf Seelen. Shimasani, fangen Sie jetzt mit den Gesenken an. Kommt, wir haben sie so im Schlumpf. Wey, 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 ja. Das Quartal ist jetzt offen, Toadie. Du hast es! Du hast es! Du hast es! Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß, der ist ja verkackt. Was muss ich machen? Rein mit dir, du Luder! Rein mit dir, du Luder! Wir hätten es über mich jetzt echt nicht hingekriegt, ne? Lieber Gruß aus Bad Ollenhausen, der Stadt des Status. Liebe Grüße zurück aus Australien. Was ist mit deiner Oma? Was ist mit deiner Oma? Woher willst du wissen, dass sie tot ist, wenn du sie noch nicht mal angefasst hast? Wir haben jetzt 13 Uhr. Der hat Sashimi Tarte gerufen. Ich habe auch Bock auf Sashimi jetzt. Sashimi. Wo ich leben? Wir sind jetzt eigentlich alles gestorben. Ich hoffe, der Vater lebt noch. Könnte ich die irgendwie retten können? Nee, oder? Ey, Pferd, jetzt lauf doch mal. Wir haben gerade gleich mal 3 Uhr. Verrückt. Los, schneller Pferd, schneller. Oh Gott. Keiner. Kann man alle retten? Oder müssen immer welche sterben? Okay, also die Oma ist schon mal weg. Das Pferd hat keinen Bock mehr. Wieso gefällt dir das denn so? Jetzt haben die auch noch einen einzigen Friedhof. Und nein, ich denke an nichts Schmutziges, wenn ich das da vorne sehe. Okay, ich denke, dass der Vater leider auch tot ist, weil er steht nicht da. Ich hätte ihn nicht retten können, oder? Hallo? Okay, sie sind beide tot, scheiße. Könnte ich doch nicht einfach so da reinlegen, Mensch. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Hallo, Combo. Ich hätte Paul retten können. Hätte ich? Oh, scheiße. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte den Vater retten können. Wie denn? Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Ich hätte ihn retten können. Scheiße, wie denn? Habe ich mich wohl nicht richtig umgeglotzt. Verdammt. Das ging aber schnell. Wie grausam das sein muss, seine Liebsten da selbst hinzuschleppen. Nicht mal Blumen habt ihr hingelegt. Kann ich da noch irgendwas machen mit Eiden? Ich hätte doch den Vater auch heilen können. Ach, wahrscheinlich. Ach, ich verstehe. Ich hätte bestimmt, statt mit der Oma zu reden, zum Vater gehen können und die Wunden heilen können, oder? Ich will da nicht in das schwarze, kleinere Loch reinkriechen, während die anderen weggehen. Eiden hätte ihn heilen können. Kacke! Ich dachte es mir doch. Schäsendreck. Verflucht. Aber daran habe ich nicht gedacht, bei dem Stress. Oh, kacke, nein. Bitte nicht den ganzen Weg. Komm schon, so antrinkt es doch gar nicht. Oh, schön. Kommt man da drauf hier? Also mit dem Streichholz bringt die halt auch echt gar nichts, oder? Ach, da ist jemand connected mit dem Monster. Da war jemand connected mit dem Monster. Aber wer? Ja. Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jodie. Ich habe deinen Vater und deine Oma umgebracht. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Wenn du eine enge Boxerschutz trägst, bin ich dein. Zieht denn die zwei Jungs einfach allein? Mann, ich hätte den heilen können. Das ärgert mich richtig gerade. Scheiße. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. No, sie ist Driver. Dankeschön für den Host, die Acyon. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Küssen. Auf geht's. Geile Sau. Den kann ich meine neue Wohnung mitnehmen, Mann. Der ist viel besser als der andere. Das ist wenigstens ein Mann, der treu ist. Hier gibt es nämlich keine anderen Frauen auf der Farm. Nur Pferde und Schafe. Damit komme ich klar. Hey, Jodie. Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Ein Gebottenschutz ist mega unangenehm. Ach, das glaube ich. Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Du hast aber nicht lange gezögert. Du, man muss mitnehmen, was geht. Nein, Spaß. Aber der andere, den ich hatte in dem Spiel, der war so ein Arsch. Und ich denke mir, der wirkt irgendwie so nett und so. Wie soll ich sagen? Jetzt geht's los, Leute. Der wirkt so treu. Der kann nicht fremd gehen. Hä? Achso, das ist nur Einbildung. Oder war das jetzt gerade eine falsche Szene, die geladen hat? Nackt ist im Trend. Jay zum Abschied geküsst. 46, Paul nicht gerettet. 74 haben den Paul nicht gerettet. Ja. Nach draußen gegangen. Ach, ich hätte auch gar nicht nach draußen gehen müssen, Jay. Die Wahrheit gesagt. Oh, alles klar. Alle Jungs, die du mal hattest, waren am Anfang ein Arsch. Jodie. Meine kleine Prinzessin. Locker drei Jahre vergangen. Voller Sorgen. Und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's? Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Weiß jemand von meinem Anruf? Nein. Natürlich nicht. Nicht mal Nathan. Wäre ja schön blöd, wenn ich mich mit einer gesuchten Verräterin erwischen lasse. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen. In eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst. Aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich kann nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Spadums. Familientreffen. Mein Vater interessiert mich nicht. Oder sie nicht. Hey. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. No. Er kommt mit. Was ein Guter. Was ein Guter. Okay, ihr wisst ja, wie gut ich in solchen Sachen bin. Ich werde es verkacken. Ich sage es euch jetzt schon. Ich weiß echt nicht, Joey. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Und das stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht dem Wagen. Cole, Cole, warte. Moin, Meister. Moin. 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 Oh, jetzt nicht irgendwie. Ah, hier muss ich hin. Dankeschön, Darrox. Ein cooles Porniver. Danke. Okay. Kann ich mich nicht irgendwie blond färben? Unauffälliger. Ich sehe ja voll so aus. Das funktioniert. Hi. Ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnis-Schein. Wie easy das doch ist. So, gib mir den Schein. Yes. Ach, er kann mich hier eintragen. Treffer. Nora Gray, siebenter Stock, Zimmer 43. Geil. Hallo, Catherine. Mir geht's gut, Benny. Danke, ich habe die Ecke. Zimmer 43. Oh, scheiße. Das hat er gemerkt, oder? Ah, fuck. Sag mal, ob ist meine Mutter so abgesperrt? Du musst erst die Wache ablenken. Das hat er nicht gemerkt. Wer sagt, dass jetzt noch die Tür aufgeht, wenn sie elektrisch ist? Eigentlich durfte sie nicht mehr aufgehen, oder? Schnell rein hier. Es muss irgendwas geben. Verdammt, Leute. Ich will wissen, was mit meiner Mama ist. Nein, er ist zu weit weg. Oh, da. Oh, da. Oh, ich muss sie jetzt aufwecken. Die Stühle sind aus Gummi. Wie lustig. Wie blind ist sie? Wie taub ist der eigentlich, der Typ, ey? Die brauchen wir. Komm her, mein Freund. Yes, Mann. Yeah, Baby, yeah. Open the fucking door. So, sehr schön. Genau, die lässt er da bitte schön stehen. Das ist ja nett. Der arme Tropf. So. Das Spiel ist geil. Hallo, Rassi. So. Sieht aber schön aus hier. Schaut mal. Schöne Klapse. Aber was haben die mit der Mutter gemacht? Warum ist die weg? Ah, scheiße. Geisteskacke machen die Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Scheiße, das war 43, ne? Oh, wir sind über Kameras. Kann ich die vielleicht kaputt machen? Das sollte ich jetzt vielleicht nicht aufgezeichnet werden. Ja, das sollte ich wirklich alle... Geiler Typ. Alles gut, bin ja schon weg. Gibt es ja sonst noch Kameras? Ja, hier. Die mache ich mal alle putsch. Ganz schön viel Kameras, hier muss ich sagen. Gut gemacht. Was ist los? Es sind aber noch mehr Kameras. Ich will die weghaben. Ja, ich muss die Kameras wegmachen. Die Leute sind ja alle ein bisschen durchgeknallt. So. Achso, die Kamera muss ich gar nicht mehr putsch machen. Okay, wunderbar. Wo bist du? Kerle? Wo ist denn der? 44? Ah, hier. Sorry. Hallo, Kelly Sally. Wieso kann ich die Tür jetzt nochmal öffnen? Jodie, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Mom, ich bin's. Jodie. Hm, die haben sie irgendwie so unter Drogen gesetzt. Ich bin eine Drogen. Du, die tut mir leid. Ist auch traurig. Ich bin eine Drogen. Jodie hat niemanden. Geh mir ein. Wie fahr ich, was mit meiner Mutter passiert ist? Und was, glaub ich, sie mich gar nicht wissen. Wirklich toll, Nora. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber, aber sie ist mein Baby. Spreng sie mir. Ich hab's nimmerlegt. Ich will mein Baby. Bitte, ich will mich fliehen. Bitte, bitte, lass mich zu ihr. Ich will mein Baby. Bitte, lass mich zu ihr. Ich will mich zu ihr. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass Sie nie wieder Ihr Bewusstsein erlangt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was, Aiden? Was willst du mir zeigen? Fuck. Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es, jetzt! Oh, ich kann sie retten. Wer Aiden ist, kriegen wir noch raus. Meine Kleine. Meine Tochter. Ich hatte solche Angst. Ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab mich so vermisst, Joey. Ich hab mich so vermisst. Was ist passiert? Was hat sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Warte noch auf das Ende. Ich werde dich herausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Joey. Es ist zu spät. Ich liebe dich. Mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Mama. 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 Okay, jetzt ist es sad. Hallo, Trevix. Hey, aber immerhin konnte ich mit dir reden, ne? Genau, nimm mir das weg, was ihr am liebsten ist. Was kann ich denn jetzt noch machen? Oh, ich kann sie umbringen. Oh. Ähm. Mami umbringen? Ja, oder sie hat ja eh kein Leben, oder? Ja. Die ist ja eh wie tot. Erlösen wir sie. Hart, hart. Ich werde immer bei dir sein. Oh Gott, sagen alle. Es war das Beste. Ach, warte, da war noch was. Ich dachte mir noch, warte. Nein. Nein, fuck, nein. Da wird mir noch was angezeigt. Oh, scheiße. Fuck it. Oh, scheiße. Selbst haben die Spielenentwickler beim Spielenentwickeln selbst geweint. Oh, weine gerade. Oh. Aufstehen! Wo bin ich denn jetzt? Die würde ich nicht allein lassen. Die ist doch volles Rambo-Schweinchen. Halleluja, hallo. What the fuck? Was ist denn das? Ich habe schon wieder so ein scheiß Portal geöffnet. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt, beeindruckend, nicht? Mason! Jordi, schön dich zu sehen. Nein. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen. Du siehst so erledigt aus. Und du bist am Leben. Komm, geh da rüber zu mir. Komm her. Setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ähm, ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollten dir nicht wehtun. Aber Sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst. Es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war Ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jodie. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, das sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe sich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Wie bitte? Du glaubst, ich helfe den Betrügern, die mir meine Mutter weggenommen und mein Leben gestohlen haben? Ich meine, habe ich noch nicht genug getan? Wir wissen, dass ein anderer Schland die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, es zu verhindern. Badums. Nora. Nora, 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 Nora. Nicht nach Dawkins gefragt. Du warst abgelehnt für Verteilerkasten. Nora, das Leiden beendet. Nicht nach dem Vater gefragt. Zelle mit Eiden erkundet. Medaillon genommen. Ich mach ganz kurz Pieseli, dann machen wir weiter, weil das ist jetzt, glaube ich, das finale Kapitel, was jetzt kommt. Bin gleich da. Okay. 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 Okay, Cheers. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass du so viel von mir gelesen hast. War jetzt fünf Stunden oder so dabei. Schlaf schön. So, lasst uns mal alle hier Komplimente geben, wenn sie wieder zurück ist. Ach, ihr seid ja süß. Ich muss mal kurz ein bisschen meinen Pulli ausziehen. Es wird hier jetzt doch langsam schon etwas sehr warm. Heute sehr schick angezogen. Findest du? Ach so, ich fahre schon auf eure Komplimente rein, kann es sein. Ich habe hier einen tollen Drink. Das ist ein Mogo-Mogo-Drink. Melon-Flavor-Drink. Oh mein Gott, das ist gut. Ich muss mir davon mehr kaufen, Leute. Oh mein Gott, das ist gut. Ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Ah, Jodie, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bringe dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache es nur hier fertig und dann geht es los, okay? Klar, ich werde es holen. Alles klar. Wieso habe ich jetzt ein Flashback? Sie muss jetzt irgendwas sehen, was für uns wichtig ist. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Wir müssen jetzt irgendwas finden, was für die Story wichtig ist, glaube ich. Schluss damit, Aiden. Hier ist das Buch, oder? Es lacht mich doch geradezu an. Nein? Okay. Hallo, Panzer. Vanilli, grüße dich. Oh, da ist doch ich. Aiden? Warst du das, Aiden? Schlaf gut an alle. Ich glaube, es passiert jetzt irgendwas Essentielles. Wer zum Fick war das? Hallo, Donnerbaum. Daddy, ich sehe komische Dinge. Du hast es gefunden. Dann steht eine schöne Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr entgegen. Sie sagt so gar nichts. Oh, fuck. Jodie. Jodie, alles klar? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde. Das ist doch sonnenklar. Todmüde. Sie gehört ins Bett. Ja, 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 Moment. Nathan! Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter. Sie kam gerade von meiner Mutter. Druck. Betruckener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Hallo, Latos. Ach, das waren gerade seine Frau und Tochter, aber die gestorben sind. Haben sich verabschiedet von ihm. Sie sind tot. Ähm. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie. Ach so, die waren das jetzt gerade. Der ist aber ganz schön gefasst dafür, dass er das jetzt erfahren hat. Okay. 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 So. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand Sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewahrt. Ja, Sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Oh, Kotz. Danke für den Herzensband. ...decken wird. Die Mission wird in zwei Tagen beginnen. Viel Glück. Was gut auch, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Luis. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Ja, gib's ihm. Drecksack. Tja. Das lief ja wirklich großartig. Da, 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 da. Was ist denn das jetzt schon wieder? Hä? Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Hä? Das war aber ein... Natürlich fühlte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz so schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer... Wo bin ich denn jetzt? Das war aber ein Hübschi. Also ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Wollen Sie mich heiraten? Wo bist du? Hä? Was war denn das jetzt für ein komischer Flashback? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten! Der Schließtum wird noch stärker! Was machen wir jetzt? Jodie, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen! Verstanden, Aiden? Sucht euch doch selber was! Wieso muss ich immer die Drecksarbeit machen? Und ich kriege nicht mal Geld dafür, als Aiden. Das muss ich mit dem Penner auch noch wieder in einer Hütte verbringen, Mensch. Super ätzend. Aber mein Herz gehört nur einem. Da rein, oder? Das hätten wir auch selber finden können. Genau, lass die wichtige Ausrüstung einfach draußen liegen. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein Gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leibt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben. Sonst können Sie unserer toten Ärsche herauszerren. Drei Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nicht! Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschenkt. Hey! Ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefällig euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Die Nacht, dann alle, die schlafen, gehen. Okay, ach, die machen wir schon. Geil, ich muss mal nix machen. Geil. Schön. Das Spiel bekommst du auf Playstation, Steam, Xbox eigentlich auch. Oder ist es, ne, ich glaub, es ist nur Playstation only und müsste doch Steam auch geben. Oder ist es wirklich nur Playstation only? Nee. Oder? Was machst du hier, du Spacken? Ah, Alten kann hier Feuer machen. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir fünf, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja, ja. Ganz toll, Jungs. So, es macht mal Platz jetzt hier. Super Idee, ganz allein. Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Es ist so unnötig, so weit weg zu gehen zum Pissen. Oh Gott, ey, da erfriert sie doch. Der Strahl bleibt doch direkt dran hängen. Bei minus 40 Grad. Und zwar Blizzard. Hier Schiffen, oder? Ah, da. Ah, super. Genau so, dass die von Weitem, wenn sie aus dem Fenster schauen, mir zugucken können. Ach, das ist ne super Sache. Sag, 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 sag. Ich erfriere hier. Immer einen Berg runterpinkeln, sonst pisst man sich als Frau die Beine an. Das Spiel heißt Beyond the Souls. Das ist mega geil. Das ist mega geil. Junk, dann geh doch einfach, wenn's dir nicht passt. Ich spiel das Spiel jetzt trotzdem durch. Ich find's geil und viele andere auch. Und wenn's einzeln langweilig ist, dann sind genug andere Streamer, die andere Spiele spielen. Toll, grad mal jetzt Feuer gemacht und direkt wieder weg. Das Spiel heißt Beyond the Souls. Juhu, ich will das Ende sehen. Äh, ich zack, glaub ich, jetzt schon drei Stunden. Hab über den Stream vorhin kurz beendet. Also insgesamt fünf Stunden jetzt, glaub ich schon. Los. Ja, sehr gut. Schneller. Na, das nur schon mal die Beine gibt. Ich pinkel mich immer selber an. Ich pinkel schon gar nicht mehr irgendwo im Sitzen. Entweder brauchst du ne gute Steigung, aber ich pinkel mich jedes Mal selber an. Und dann hast du auch kein Klopapier. Also ich bewundere euch Männer, ich beneide euch. Weil im Stehen als Frau pinkeln ist auch nicht so easy. Oh, was ist denn das hier für ne kranke Kacke? Ach ja, wenn's sonst nichts ist. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kloppe ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich seh da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden. Kümmer dich darum. Aiden darf jede Drecksarbeit machen. Die sind doch jetzt alle weg, verdammt. Das ist niemand mehr da, den ich umbringen könnte. Oh, doch da ist ja einer. So. Dann machen wir das doch mal hier auf. Das muss man klippen, dass ich mich immer selber anpinkele. Nein! Bodybums, 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 bodybums. Tims, tims, tims. Halt! Schalt erst die Soldaten aus. Wie soll ich das machen? Ach so. Tut mir leid, mein Freund. So. Und jetzt? Hallo? Hier war doch irgendwas zu machen. Ach, da war doch ein Knöpfchen. Hier, ich seh's doch genau. 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 Hallo, hallo, endlich bist du online. Ja, hallo. Okay, irgendwie kann ich hier nichts machen sonst mehr. Kann ich hier öffnen, bitte? Hier war doch irgendwas zum öffnen, oder? Muss doch irgendwie in diesem blöden Häuschen sein. Ich find's auch gut, wenn ihr mal ein bisschen schneller laufen könnt, der Typ. Nö, hier gibt's nichts mehr für mich. Hallo? Ach, hier vielleicht. Nein? Hallo, was muss ich hier machen? Okay, hier gibt's wirklich nichts mehr. Das rote Ding leuchtet doch so verdächtig. Oder muss ich den Rest... Da ist noch ein Stück irgendwo hinten einer, oder? Da, wo es leuchtet. Oder ist hier noch einer? Weil da, wo es leuchtet, kann ich nichts machen. Ich glaub, hier lauf ich noch einer rum. Da sollen noch zwei Wachen sein. Pikachu! Ich kann... Schigel. Besser. Schigel. Ich kann Schigel nicht mehr so gut sagen, Leute. Verdammt. Ah, ich höre doch einen. Hallo, mein Schatz, wo bist du denn? Verdammte Scheiße! Kann ich nicht schneller laufen? Wo sind die denn? Hallo? Lol, Soundboard. Haha, was war das denn? Ich kann Mogelbaum voll gut sagen. Mogelbaum. Ich kann's nicht mehr so gut. Schigel. Schigel, wir müssen hier haben jetzt. Ach, da ist einer. Ach Gott, wie soll ich den denn finden, ey? So, mein Freund, es ist vorbei. Schigel sagt, gute Nacht. Hahaha. So, das war's, glaub ich. Jetzt kann ich doch öffnen, oder? Öffnen. Das gefällt euch, gell? Das gefällt euch, die kleinen Stinker. So, jetzt muss ich doch öffnen können, oder? Es fehlt hier noch einer. Ist hier noch irgendwo einer an der Decke, oder sowas? Jetzt kann ich's öffnen. Ich hab' meinen Pokédex angeschwommen. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal ne Sekunde, okay? Kann ich da vielleicht irgendwie reinjumpen? Ja, ich weiß, okay. Glückwunsch. No, ich hab' getuscht. Sehr gut, ich bin stellseitig. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Das ist Kamera heiß. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem? Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich geh' mit dir. Was ist das bedeuten? Das Zweite. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Wobei wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Woher weiß sie, was sie für Knöpfe drücken muss? Das war mir völlig klar. Okay. Was gibt's Schöneres? Ich weiß, mit dem Ex zusammen im U-Boot irgendwo hinzufahren. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Zu fahren. Ja. Was muss ich jetzt fahren? Das kann ja nur schlecht enden. Das kann... ...wirklich nur schlecht ausgehen, Leute. Ob ich das mal sagen darf. Das wird einfach nur schlecht ausgehen. Das wäre jetzt wirklich so schlecht ausgehen. Die Sicht ist mies. Sie schwer mit der Peilung. Ich muss mir da so in die Hose kacken. Echt. Ich muss ja nur einmal irgendwo dran schrappen und dann war's das. Muss ich auf die Karte gucken. So jetzt fahr ich alles an. Das ist ekelhaft. Ekelhafte Scheiße. Geh mal oben lang. Komm, geh mal oben lang. Das ist eklig. Ach, der geht nur unten lang. Ja, das ist super. Das war's, was uns das zeigt. U-Boot fliegt. Jumpscares kommen gleich. Da-dums. Hier comes the money. Hier comes the money. Money, 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 money. Da-da-da-da. Wow, nein. Kann ich überhaupt was anfahren? Oder bemühe ich mich auf allem sonst? Siehst du das Licht? Okay. Oh, fuck. Ich hoffe, er will keine Antwort. Aber er will eine Antwort. Oh, yeah. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir eigentlich. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Ach, deswegen sind wir hier. Hä, wie haben die uns das jetzt bekommen? Für wen Sie arbeiten und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben... Mein Name ist Holmes. Jody Knight. Jody Holmes. Agent 8-9-4-7-3-2. Ich bin bei der CIA. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Hätte ich nicht zur Basis gehen müssen, oder wie? Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Tut mir leid, Ryan. Schöne Kringelchen unter den Achsen. Und zwar auf beiden Seiten gleich viel. Ich wurde doch gar nicht geschnappt. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Das ist echt dumm von ihr. Also... Nein, ich bin nicht trans. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich trans schlimm finde. Ich habe auch eine Freundin, die ist transsexuell. Aber es ist trotzdem eine Beleidigung. Also finde ich, wenn man jetzt... Man denkt sich natürlich, sehe ich irgendwie männlich aus. Ist ja klar, dass man sich da nicht über die Frage freut. Es ist genauso, wenn dich jemand fragt, ob du trans bist, wenn du bist ein Mann. Da denkt man sich, habe ich männliche Gesichtszüge oder irgendwas. Also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man trans ist. Aber es ist natürlich auch kein Kompliment, wenn man gefragt wird. Genauso, wenn man jemanden fragt, warum hast du so eine Riesen-Nase. Also, das finde ich seltsam. Ihr könnt mich das gerne fragen, nein, bin ich nicht. Ich hätte auch kein Problem, es zu sagen, wenn es so ist. Und ich finde es auch... Ich folge zum Beispiel auch Persia, die ist auch trans und finde es auch super cool. Die sieht auch super weiblich aus. Aber, ähm... Oh shit, was war das? Ach, die haben meinen Aiden jetzt unter Kontrolle. Ach, die haben sich schon ausgerüstet. Ach, okay, da werde ich geschnappt. Ach, ich kann den nicht einsetzen jetzt. Äh, in Donations habe ich eine bekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ach, ich kann nicht mit, ich bin nicht fangen. Ach, fuck, ich kann hier nicht raus. Ja, die haben sich wirklich auf alles vorbereitet. Ja. Ach, scheiße. Fuck, ich habe verkackt, Mann. Mach mal. Ich schaue nachher mal nach den Donations. Vielen, vielen Dank. Nee, nee, alles gut, äh... Temze. Kann ich da nochmal rein? Sollte ich jetzt nicht machen, oder? Dann gehe ich da rein. Gut, die sagen es mir ja schon. Ja. Rein da mit dir. Ich muss jetzt erstmal eine Waffe holen. Oder? Ja. Darf ich mir die einfach so nehmen? Das juckt den jetzt gar nicht, oder wie? Hopps. Phomp. So, dann nehme ich mir doch lieber die. So, super. Dann mache ich die anderen fertig. Ich finde die Musik immer cool, wenn man Eiden spielt, was da dann kommt. Hier kommt's, die Mami! Der andere chillt noch voll. Es wird doch keinem in die Schüsse fallen, oder wie. Oh, jetzt hat der ein Problem, der Arme kommt. So, ist alles auf... Eigentlich voll gemein, ich versau, voll dem sein Leben. Ich komme, ich komme! So, muss ich nicht zu heilen. Oh, shit. Komm, ich heile dich, mein Kind. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Äh. Äh, ah ja, hier. Hier kommt's, die Mami! Chen hat das Motto, viele Hände schnell erendet, deswegen... Ich muss erst Ryan fliegen. Ja, kannst du das jetzt nicht allein? Ich muss jetzt helfen. Ich komme da nicht rein zu gehen. Ryan, bist du da? Oh, ich kann den Gästen. Hängen Sie! Schnell! Ich weiß nicht, was du von mir willst! Ah, jetzt... Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ja, alles klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich, wenn ich... Immer muss ich die Scheiße finzen, ja. Was soll das? Jodie, das war's, die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Knuft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Oh, schnell! Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Oh, shit. Ich tu dir doch nicht... Der arme Typ, der hat doch noch Angst, Mann. Jetzt hol ich den da aus seiner Kiste raus. Seid her, mein Freund. Jetzt gibt es Halsschmerzen. Hat sie Sprengen? Ist hier der Sprengstoff, oder warum müsste ich den hier eliminieren? Da ist doch irgendwas. Ach, das ist meine Tasche. Hallo, Hasenfranz. Oh, hier sind die ganzen Masse jetzt. Genau, fliegt durch mich durch. Nein, es hat Takeshi getroffen. Hierzu muss ich die Scheiße mal alleine machen. Wie sie da einfach so zurückläuft. Nö, Schnix. Ich kann so ein bisschen schneller mal laufen, statt immer dieses Rumgehoppel. Wie sieht eigentlich die dramatische Musik jetzt aus? Ich brauche die. So, ich muss, glaube ich, hier lang, wo die ganzen Monster rangeflogen sind. Es ist still. Ich freue mich schon so auf Resident Evil 3 Remakes. Also, geil. Geil, geil. Ich denke, es muss da, wo es Blut ist, oder? Haben sie sich doch bestimmt was dabei gedacht. Ja, da fliegen auch die ganzen Haggots rum. Haggots. Haggots. Irgendwie interessieren sich die Seelen gar nicht für mich. Döner wäre geil, auf jeden Fall. Döner hätte ich jetzt Bock drauf. Hallo? Wo muss ich denn hin, Mann? Oh Gott. Ich habe Leggies. Jetzt geht's wieder. Sorry für den Leg. Achso, ich muss nach hinten. Irgendwie hat die Musik aufgehört. Sorry. Ich habe gerade ein ewes Leg. Wieso tun wir die nichts? Was ist denn da raus? Was ist denn da raus? Was ist denn da, wo ich hin muss? Kann ich da rein? Kann der Eid mir irgendwie helfen? Kann ich da rein? Kann der Eid mir irgendwie helfen? Ja. Ja, oder? Ja. Hallo, ist sehr klein. Weiß jemand, wo ich hin muss? Schwimmsecken? Okay. Ich will doch bestimmt was mit Eid machen, oder? Ach, muss ich jetzt abhauen? Ich habe da noch so einen Anzug, oder? Ich muss doch irgendwas sprengen, oder nicht? Ich wüsste nicht, wie ich sowas anziehen soll, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr fasziniert, dass sie das alles weiß. So, schnell rein hier. Hallo, Player. Scheiße, ich habe echt Angst. Ich weiß auch nicht, wie viel Sauerstoff noch in dem Ding ist. Okay. Rein damit hier. Genau, und die ganzen Seelen machen uns nichts. Ja, M-Po sehe ich genauso. Also Leute, wie gesagt, ich habe auch jemanden, der ist Transgender, und die Leute sind es einfach, Leih-Transl genannt zu werden. Die Leute haben keinen Bock, drüber zu reden, keinen Bock, dumm angelabert zu werden. Und die Leute haben selber keinen Bock, gefragt zu werden. Weil wenn man sich eben als Mann oder Frau fühlt, dann möchte man auch als sowas betrachtet werden. Und dann zu fragen, ey, weißt du mal Mann oder Frau, das ist einfach nervig. Also deswegen, ich finde, man kann ja fragen. Ich finde auch gerade, wenn wir in einem neuen Streamen sind, ist es einfach undiskret und seltsam. Ich frage ja auch nicht, wenn ich jemanden seinen Stream anschaue, hey, bist du homo, schießt auf Frauen, schießt auf Männer. Wie juckt denn das? Also ich finde es echt sehr, sehr taktlos. Und ich kenne mich mit dem Thema sehr gut aus. Mein Partner ist klassischer Chirurg und die operieren auch, machen Operationen. Deswegen erfahre ich von vielen, dass es auch ein krasser Weg ist für die Leute und die haben meinen ganzen Respekt verdient. Und deswegen hoffe ich für jeden, der macht, was ihr wollt, seid, wer ihr sein wollt, zieht es durch. Ihr müsst euch wohlfühlen und es ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen ist es heutzutage möglich und ich unterstütze sowas auch vollkommen. Hauptsache, der Mensch ist glücklich. Das kann ich dazu sagen. Finde ich auch cool von dir, Impro, dass du da so offen mit umgehst. Hi Gloobin, da soll was nicht dabei. Kannst du mir antworten? Hallo. Ich kann das nachprüfen, weiß ich das? So, muss ich dich jetzt hier irgendwie anbringen und sprengen? Ja, tatsächlich. Woher weiß ich das? Ich hätte keinen Peil, wie ich sowas machen muss. So, jetzt muss ich abhauen, oder? Was muss ich jetzt noch machen? Nein, nein, nein. Man darf uns nicht bemerken. Okay, und jetzt? Nochmal eins. Wie viel Sprengkappe habe ich eigentlich? Genau, North Station sehe ich genauso. Das ist manchmal echt Sache, wegen Fragen. Ich bin eh offen, aber wenn ich eine andere Mission dabei bin, wenn ich eine Mitspieler schon will. Ja, das meine ich. Also, ich habe auch eine Freundin, die ist homosexuell. Die hatte so viel, so lange Probleme. Ich finde es so traurig, dass im heutigen Zeitalter Homosexualität oder Transgender zu sein, ist noch irgendwas Schlimmes zu sein. Selbst mal, wenn jemand transsexuell ist oder wie der sagt, transe. Hey, ich war auf dem Tennis-Cup und es war so cool. Da waren eben Transsexuelle und die haben so Spaß am Leben gehabt, sich zu verkleiden. Und ich finde solche Leute einfach cool. Also seid mal ein bisschen weltoffen und benutzt es nicht immer so abwerten. Das nervt mich extrem. Also, ich will hier in meinem Stream Toleranz für alles und jeden haben. Ach du Scheiße. Was muss ich hier machen, Hilfe? Lauf! Lauf, Mädchen, lauf! Naruto, walk! Naruto, speed, walk, los! Lauf, 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 lauf. Ich drehe nicht um, laufe einfach nur, drehe dich um. Oh shit. Kannst du bitte hochgehen, verdammt? Hoch mit dir, aber so schwer kann es doch nicht sein. Ich will mal meinen, aber wirklich. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört! Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Mistdück! Oh, leg dich niemals... Oh nein, der will mich jetzt drownen. Nein, nicht ertränken! Nein, bitte nicht! Warum schlägt man nicht? Nein, nicht den Screwdriver! Aua! Nein! Nein! Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Was hätte ich da machen sollen? Sowas sollte gar kein Thema sein müssen, sehe ich genauso. Oh, scheiße. Aiden, kannst du mir mal helfen? Ach du Scheiße. Ja, und was halt auch bei diesen, ähm... Aaaaah! Was auch bei dem Cup so cool war, die haben dann einfach das Lied I am what I am gespielt und genau so ist es. Oh nein, du Trabbel. Du Trabbel. Du Trabbel. Aua! Trabbel will ich ins Gesicht hauen, ey. Was hat's getan? Mann! Tschüss, mein Freund! Gibt's unterschiedliche zwischen amerikanischen Miststücken und europäischen, ja. Sehr berechtigte Frage. Geil. Ja, deswegen Leute, seid doch froh, dass wir im heutigen Zeitalter sind. Es ist doch total toll, dass es möglich ist, sein Geschlecht umzuwandeln. Ich mein, cool ist Sustan. Super, super cool auch für die Leute. Ich mein, stell euch mal vor, euch wird's so gehen. Also ich find's echt cool. Ich hab's so Todesangst, ne. Was sollst du da machen? So ein Scheiß-Buru, wenn du dich nicht auskennst. Ja, das find ich auch, was ich bin. Embo ist ein Mensch wie jeder andere. Also Leute, ich möchte euch jetzt nochmal sagen, wer jetzt nochmal hier dumm rummockt und irgendwas mal gegenüber. Homosexuelle. Fantastiken, wie es gesagt haben. Transgender-Tagen werden von mir komplett gesperrt. Ich will einfach Toleranz in meinem Chat für jeden noch mit Gefühl. Ob jetzt jemand, äh, ob jetzt jemand schlecht geht, ob jetzt jemand blut geht, ob jemand etwas leidet. Ich möchte, dass das einfach Toleranz behandelt wird. Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du? Ich hab mich vergessen. Ach, da ist er ja zum Glück. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Hast du gedacht, ich lass dich hier, ne? Ja. Danke, Stada, für deinen Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen! Dein nächster langer Horror-Stream. Freitag. Hier auf Twitch. Horror-Stream. Ach süß. Tamsey und so haben sie wieder vertragen. Sehr schön freundlich. Was ist passiert? Danke noch für deinen Twitch-Prime. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So, und jetzt vertragt euch. Entschuldigung. Entschuldigung. Na, super. Wenn der Chat jetzt auskommt, braucht man fast zurecht. Wir haben ein Lech. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Der Druck. Ja. Gilt nach einem vernünftigen Plan. Okay, los geht's. Ah, das ist ganz schön weit. Und ganz schön kalt, glaube ich. Ja, sehr kalt. Los, los, Leute. Go, go. Go, go Gadget. Fuck. Fuck. Angenehm küssen. Fuck, ich hasse Geld. Immer noch sauer auf mich? Nein. Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir, hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Unter anderem Umständen, wäre ich sehr bewegt. Ich bin bald wieder da. Ich wollte, dass du es weißt, weil zu viel drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Hä? Liebst du mich denn auch? Ich dachte es. Für einen Moment, aber... Ja. Nein, tu ich nicht. Sorry. Aber... Du bist ja sowas von dickköpfig. Nein. Da! Da drüben! So. Was? Wegen dir liebt sie ihn nicht? Was? Warum? Ups. Scheiße. Ja, aber Leute, ich wollte den Typ eh nicht, der war... Wegen dem haben wir voll viel unschuldige Menschen umgebracht. Gute Nacht, Prinzessin. Ist mir das okay? Wenn sehe ich ihn dann wieder. Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Zeit für eine Floppe. Hallo, Danny! Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Oh... Au... Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen? Laura? Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Sie nicht weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Mir Clem war. Traurig. Ah, mein Internet nervt mich gerade, Leute. Der Kondensator in Katsistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. So, wir nähern uns dem Ende. No, danke, Gonzo. Das ist ja voll süß. Der traurigste Anime. Boah, ich fand beserkte Golden Age sehr traurig. Mhm. McGrath macht mich krank. Der Typ ist so ein zynisches Arschloch. Weißt du, es wäre für das ganze Land eine Wohltat, wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Gehen an einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzen-Auto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jodie, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich mache, dass es das letzte Mal gemacht hat, akzeptieren. Auch wenn sie ihn jetzt ableckt, was ich eigentlich nicht toll finde, weil akzeptieren heißt nicht, dass man rumlecken kann. Er ist gefühlt 10.000 Meter Größe, ja. Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles jetzt hier mit mir. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Rhyme. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Ständchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jodie. Mason wartet. Du, 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 du. Gerückt reingeschaltet. Ich merke es, da habe ich viel gesagt. Süß. Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Ich werde alles tun, damit es funktioniert. So, ich steck mal ganz kurz mein Handy ein. Das sieht nämlich gleich aus. Ich schalte es ganz kurz ein. Moment. So, der Lele. Ich meine vorhin den Film. Oh no. Das wollen wir nicht schnell anstecken. Ja. So. Weiter geht es im Konzept hier, Leute. Ich habe morgen erst in deine Schule. Ach, wie cool. Sieht so unheimlich aus. Wird hier nie arbeiten wollen. Echt, ey. Apex können wir auch mal gern spielen, ja. Nur noch ein Prozent hat, ja. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Okay. Was immer Nächsten sagt, pass auf. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Dankeschön, Phantom für den Sub. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Danke für den Sub. Danke schön. Hallo, Jasmine. Jodie. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht. Du existierst nicht länger. Yes. Goyle. Ich habe jetzt eine andere Identität. Naja, dein Name. Lassen wir es mal so stehen. 500.000 Dollar. Für geleistete Dienste. Geil. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Ich würde es annehmen, das, was ich gemacht habe. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf in die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kam es ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Die sehen aber nicht sehr glücklich aus. Laura? Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die einzige, die es schaffen kann, Jodie. Gib mir deine Hände. Na, why not? Voll gruselig, wie die da rumschreien die ganze Zeit da hinten. Ja, das ist gut. Ich hab dich so vermisst. Lass uns gehen, Nathan. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns los! Du liegst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Sie warst das. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Ich weiß, was du fühlst, aber... Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leboleys. Ich hoffe, du findest dich. Ich meine, allein wie die da stehen und rumschreien, weiß man doch, dass die keinen Bock haben und gehen wollen, oder? Die sehen ja nicht glücklich aus. Das ist auch nicht juckt. Ich würde halt denen helfen, dass er die loslässt. Warten, der bringt sich am Ende um. Ja, ich würde halt dafür sorgen, dass der die tot loslässt, oder? Also, die geht jetzt einfach so, ja, egal. Aber es sieht richtig gruselig aus hier, auch mit diesem komischen Zeugs da draußen am Fenster in dieser Halle. Das finde ich doch schon sehr creepy, muss ich sagen. Tod in drei, zwei, eins. Ja, da wird jetzt irgendwas passieren. What the fuck? Das ist ja Arschlöcher. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, Leiden. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotopsie. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Nein, wie meine Mutter. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jolie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für ihre Hilfe. Nein, die wollen mich jetzt ausknocken. Wie meine Mutter. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Jolie. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der langen Zeit. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jolie. Alles wird einfach perfekt sein. Vertrauen in mich. Alles. Alles wird gut ausgehen. Er überzeugt mich irgendwie. Nein, nein, wie ihre Mutter, nicht wie meine. Das wird Unglück bringen. Ah, ich muss das Ding da kaputt machen. Da krieg ich wieder das scheiß Mittel injiziert. Wie oft hat der Aiden mir schon aus der Patsche geholfen, ey. Schon unfassbar oft. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Ach, jetzt hole ich mir bestimmt den von letztem Mal. Help. Help. Hier gibt's nix. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst rausholen. Das müsste ich erst erledigen. Bevor wir den probieren. Hier gibt's auch nix. Ach so, ich versuch den jetzt zu holen. Alles klar. Und das ist einfach, die nicht juckt. Hallo? Wie sie da einfach nicht juckt. Hallo, ihr Blinden. Was muss ich denn noch machen? Kann ich einfach jemanden von denen... Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Kann ich nicht irgendwie... Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Ja, ich bin's, Mann. Was ist los, Aiden? Wo ist Jodie? Danke, Billy. Führ uns zu Jodie, Aiden. Zeig uns den Weg. Wie mach ich dir das? Und jetzt? Woher wissen die denn, wo ich bin? Ah, hier, warte. Ah, okay. Ich muss jetzt... Das ist ja lustig. Das ist ja lustig gemacht. Okay, verstehe. Lustig, lustig. Da war irgendwas. Gut. Und jetzt? Weiß ich ja selber nicht mal, wo die ist. Achso, ich muss einfach nur... Du willst, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? Ja, aber welche... Wo ist die denn? Ach, okay. Jetzt weiß er zum Glück. Tschöne, genug. Grüß dich genug, Papi. Mach ich. Jetzt muss ich den wahrscheinlich ausschalten, ne? Irgendwie. Kann ich den nicht einfach schnell übernehmen, den Typen? Kann ich den nicht einfach... Ich kann doch den kontrollieren. Freeman, Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ich würde die Zeichen nicht von dem verstehen. Hallo, Paule. Ja, das ist von dem Machen von Heavy Rain und Detroit. Das Spiel. Das ist toll. Das wäre der... Du würdest nicht denken, wer ist Iden? Sind die geisteskrank? Oh, das habe ich euch falsch geleitet. Das tut mir ja sorry. Ah ne, habe ich nicht. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Kann ich jetzt nicht da lang? Doch, muss ich doch eigentlich. So, mach das auf. Death Stranding ist auch geil, Paketsimulator, ja. Ja, der arbeitet wahnsinnig. Schlaf gut an alle. Wer glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh shit. Gott, er hat es getan. Er hat es getan. Wollt ihr nicht so? Nein. Nein, ist okay. Ist okay. Ach du Scheiße. Oh no, läuft. Ach du Scheiße. Rein da, Leute. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Ich habe gar keinen Bock runter zu gehen jetzt. Wie die alle da so lange joggen. Das sie gar keine Angst hat, dass die anderen eine Szene hat. Ich würde in eine reinhauen im Bastard. Ja, sehr gut. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle raus hier. Wir werden allen erben. Und alle vollen coolen Scherpott. Süß. Danke, Polat. Er feiert euch auch. Okay, sind einfach schon alle abgekratzt. Hier ist das scheiß Feld. Oh no, Leute. Ich glaube, da müssen wir rein, oder? Oder doch hier. Das funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Wo seid ihr denn langgelaufen, Mann? Hä, wo sind die denn lang? Leute? Ah, hier. Ups. Ade mit Evaji. Dafür braucht man einen Eins-Au-Zweier. Was hast du vor? Er hat keinen Akzent mehr. Aber er ist übrigens der Leiche. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Oh, ich glaube da ist sowas. Aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus. Ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Ich komm mit. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Oh, danke Hotdog. Oh, wie süß. Ich wollte schon immer einen Helden-Touch haben. Finale. 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 Sie kommt immer noch. Ich bin jetzt fällig auf jeden Fall noch fertig. Genau, rennt. Rennt endlich mal, ja. Endlich rennen sie mal. Kann ich nicht Aiden wählen? Achso, sie dürfen uns nicht bemerken, oh scheiße Leute, ich werde so verrecken. Kann doch nichts machen mit Aiden. Oh mein Gott, wie können die das nicht bemerken? Wie können sie das nicht bemerken? Sind die dumm? Ich freue mich voll auf Resident Evil. Wie kann man das denn nicht bemerken? Oh Gott, nicht so eine Scheiße jetzt! Wo kommen die anderen noch einmal her? Nein! So, ich hatte jetzt die Wahl! Komm mit, komm mit, Hobi! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott, Gott. Wie ich da einfach stand und nicht geracht habe, dass ich ihn retten konnte, Mann. Hallo Suisse! Tut mir leid Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weiter gehen. Hätte ich das verhindern können, dass der stirbt? Hätte ich das so hinbekommen können? Kann ich nicht heilen? Was? Habe ich verkackt? Ich hätte schnell sein müssen, oder? Wieso hängt sein Kopf noch so? Er ist doch... Scheiße, ich hätte ihn, glaube ich, retten können, wenn ich schnell gewesen wäre. Puh. Scheiße. Das ist ganz schön schwer. Ich hätte mich beeilen können, hätte noch überlebt. Ja. 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 Ich hatte echt Angst, dass mir die Gürtel weg sprengt, ne? Auf Vogue. Auf Vogue, Leute. Ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte ihm sagen, die Welt lieb, aber ich konnte nicht. Hörst du das? Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Ich habe nicht vergessen. Wer sind die? Seelen. Hallo, Bebes. Sie kreisen uns ein. Ich weiß. Lauft, 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 Kinder, lauft, lauft. Keine Ahnung, wohin wir laufen. Wir laufen einfach mal. Ich wollte nicht. Mein Baby. Ich such mein Baby. Hast du es gesehen? Oh, meine Mutter. Nein, ich. Das war meine Mutter. Könnt ihr nicht vielleicht einmal die Hand halten, damit ihr euch nicht verliert, ihr Deppen. Genau, dachte ich mir, dass das jetzt nämlich passiert. Genau, Tani, das hat auch der Knupapa gemacht. Ach, der ist auch hier der Idiot. Ich will sie nicht finden. Ich rufe sie, aber keiner kommt. Du hast dich verirrt, Nate. Wie alt, diese Seelen. Du kennst mich selten nicht mehr durch deine Trauer. Eine Frau und Tochter sind tot. Nichts kann das noch ändern. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Wirklicherweise könnte das alles noch stoppen. Ich weiß, das ist nicht, was du willst. Ich weiß, das ist auch nicht das, was Helen und Laura gewollt hätten. Hätt's ja vielleicht mal gleich gemacht wie ein Trottel. Mit Anzug und Brille. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Toll. Ja, danke, du Arsch, ey. Ja, für dich mach ich gar nichts mehr. Also so ein Lappen. Echt voller Ego. Richtiger Ego-Arsch. Fuck ja. Wegen dir verreckten vielleicht tausend Menschen. Und denen geht's dann genauso, du Affe. Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Was würde unser Spiel damit jetzt sagen? Hätte der das vor 15 Jahren gemacht, wäre das Spiel vor 15 Jahren schon vorbei gewesen. Ich glaub, wäre ich nicht nett gewesen, zudem hätte er auf uns geschossen und hätten wir ihn killen müssen. Oh Gott, da ist der Kern, Leute. Da ist der Ursprung allen Unglücks. Was? Wo ist eigentlich Aiden? Dreh dich, Kind, dreh dich. Hilfe! 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 Oh nein, meiner geht nicht mehr. Jetzt zerreißen sie uns. Jetzt erfahren wir gleich, was mit Aiden ist, Leute. So, und jetzt leg dich hin und kauere dich zusammen. Leg dich hin und kauere dich zusammen, sodass dich keiner sieht und bleib da nicht so offen stehen, Mann. Los, Mädchen. Los, Mädchen. Los, was auch immer du da machen. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Keine Ahnung, wie ich das aufhalten soll. Ich würde zwar hinlaufen, aber keine Ahnung. Soll ich es dann anfassen oder wie? Los, los, los. Los, los. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Merpisst euch. Es geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Lauf! 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 Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Soll ich jetzt noch rosa drücken vielleicht? Wie lange denn noch? Verpisst euch! Hilfe, Hilfe, jetzt habe ich noch gleich ein kleines Kind. Ihr reicht jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, ich war die 60 Jahre! Das ist, wenn ich nicht drücke, dann werde ich wahrscheinlich zurückgerissen und die Menschheit stirbt. Es gibt ja so viele Enten. Gebt mir mein Kind zum Verlust! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meine Junge! Verdammt noch mal, was ist denn hier los? Mein Zwilling. Er wurde leider von der Narbe schmer verdrosselt. Wir konnten nichts sehen tun. Mein Sohn! Ich will meinen Sohn sehen. Ida. Mein Zwilling. Mein Bruder. Totgebrochen. Aiden ist unser toter Zwillingsbruder und deswegen hängt seine Seele noch an uns. Das ist voll traurig, weil mein Partner ist auch Zwilling. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich will Aiden mal sehen. Ich habe dich geliebt. Und dich gehasst die ganze Zeit. Ich will Aiden mal sehen. Aber du warst ein Teil von mir. Ich will Aiden sehen. Ihr könnt jetzt nicht einfach so aufhören. Ich will Aiden. Ich will Aiden. Ich will Aiden. Ich will Aiden. No, danke Hot Dogs, ja voll lieb. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich zwischen den Seelen, zwischen den Leben, Tod und Leben. Beyond the souls. Beyond the souls. Gehe ich ins Licht, gehe ich ins Dunkel. Links oder rechts, Leben oder Tod. Für was entscheide ich mich jetzt? Ihr entscheidet. Meine Community darf es entscheiden. Gehen wir ins Leben oder gehen wir in Tod? Ich habe keine Ahnung, was die Auswirkungen sind. Leben, Dunkel, Leben, 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 Sterben, Sterben, Leben, Leben, Links, Leben, ja, Leben halt, live. Tod für Aiden, Leben. Leben, Links, Dunkel. Wer will denn Tod? Leben. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt Leben bedeutet, aber ihr wollt alle Links. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass wir das Leben irgendwie nehmen oder ob wir Aiden gehen lassen. Ich habe keine Ahnung. Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe für immer. Ah, okay. Also das ist quasi... Okay, gut, dass sie es gesagt haben, eigentlich wären wir jetzt gestorben. Jetzt gucken wir mal, was das andere ist. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ist ja eigentlich dumm, wenn sie jetzt schon geht. Sie stirbt ja eh irgendwann und ist dann bei all den anderen. Leben. Ganz klar. Ist ja blöd. Sterben tut man irgendwann, dann kann man eh da noch hin. Jetzt lebe doch mal dein Leben, Mann. Leben ist viel zu kostbar. Was soll denn das? So eine Option. Du kannst immer noch sterben, irgendwann. Das kommt ja noch. Das ist ja nicht so, dass wir das jetzt immer verabschieden. So eine Überlegung, ey. Aber sie geht halt ohne Aiden jetzt. Das ist ja nicht so, dass du das jetzt nicht so gut hast. Wir, wir leben. Aiden? Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? 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 Ich musste lernen, zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Endlich mal ein Spiel mit einem langen Ende, womit man belohnt wird. Das war's für mich. No, still here. Ja, er ist immer noch da. Immer noch hier. Warum hat er sich jetzt so lange nicht gemeldet? Warum war der Aiden dann so lange nicht da? Warum hat er uns so lange warten lassen und uns so lange gequält? Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sage mir dann, das sind nur Albträume. Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Viel geiler im Englisch, oder? Viel geiler im Englischen. Also eigentlich, ich weiß nicht warum, eigentlich, ihr könnt, ihr könnt euch noch an die Mutter, die das Baby bekommen hat, erinnern. Eigentlich kommt in der Sequenz nämlich auch noch das Kind dazu. Und steht auch mit dort. Das ist, glaube ich, wenn ich mich für das Ende entscheide, dass quasi ich zu der Mutter mit dem Baby gehe. Weil das Kind hat nämlich auch Kräfte. Und es soll ja auch ein zweiter Beyond the Souls Teil rauskommen. Also das Kind, was zur Welt gekommen ist, wo wir geholfen haben, hat auch diese Kräfte. Bei der Endsequenz steht das eigentlich mit dabei. Weiß nicht, warum es jetzt nicht dabei war. Cooles Spiel. Ich hoffe, es kommt ein zweites. Da steht bei das Mädchen. Seht ihr es? Da steht sie mit, die Kleine. Das ist quasi die Tochter und die hat auch solche Kräfte. Ja, hoffen wir mal, dass ein zweiter Teil rauskommt. Also anscheinend soll einer rauskommen. Den werden wir auf jeden Fall spielen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Huf hin nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes für Games durchspielen sollen. Und schreibt gerne eure Enden und eure Theorien in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und Ade mit E. War schön. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020